Zeuge Josef Kral, Baumeister, 54 Jahre alt, 46. Verhandlungstag, 15.05.1964 und 47. Verhandlungstag, 21.05.1964. Sie standen bis nachts um 11 Uhr, ungefähr, etwa, was geschah dann? Ich hörte, wie die SS-Männer einen den anderen gefragt haben, wie spät es sei. Und dadurch orientierte ich mich, dass eben diese Zeit ist. Gekommen war. Ja, dass es so spät ist. Ja. Danach wurden wir alle auf den Block 11 abgeführt. In den Bunker, in die Zelle Nummer 8. In diese Zelle erstickten ohne Luft 18 Häftlinge. Einer von diesen Häftlingen lebt noch. Am nächsten Tag wurde ich erneut auf die politische Abteilung geführt. Ich wurde wieder, wieder vernommen, auf die gleiche Art und Weise, wie es vorher geschah. Und dann mit den Armen nach hinten gefesselt. Und wieder zurück auf den Block 11 abgeführt. Diese Vernehmungen dauerten, waren jeden Tag. Ich wurde jeden Tag dahin gebracht zu verschiedenen Zeiten. Im Bunker erlebte ich Tragödien. Ich war im Bunker, in der Zelle Nummer 22. Das war die erste Zelle des Stehbunkers. Ich war, ich blieb ungefähr sechs Wochen lang in dieser Zelle stehend. Skute Ränze do tylu. Mit nach hinten gefesselten Armen. Einmal in drei Tagen Mittagessen und in der Zwischenzeit Wasser oder Kaffee. In meiner Gegend, neben mir, in meiner Gegend, starben die Häftlinge vor Hunger. Das nannte sich Stehbunker ohne Verpflegung. Während meines Aufenthaltes dort, im Stehbunker, starb dort Kurt Pahala aus Breslau. Er lebte etwa 15 Tage lang Graf Bruno, ein französischer Jude namens Dimo und ein Russe und auch ein Pole. Ich bemerkte, dass jeder Häftling, der drei Tage lang nicht zu essen bekam, zum Tode verurteilt wurde. Zum Tode vom Verhungern. Kurt Pahala starb am 14. Januar vormittags und er ass seine eigenen Schuhe auf. Das ganze Leder und er hatte auch Gummi. Aber das hat er nicht aufgegessen. Ich habe das festgestellt, ich habe das ganz genau in Erinnerung, weil an diesem Tag mein Geburtstag ist. Am 15. Januar. Am 15. Januar. Nie. Am 15. War nicht mitgedreht. Wo haben Legacy kam irgendwann für Kurt Pahala? Im assen war, weil когда Kurt Pahala starb wurde? Die Tür wurde nie zu so einem Heft Die Tür wurde nicht geöffnet. Man konnte schreien, man konnte fluchen, man konnte auf den Hitler fluchen. So ein Häftling konnte fluchen und jeden verfluchen. Niemand hat geöffnet. Niemand kam zu ihm. So wie ich es beobachtet habe, da hatten die SS-Männer einige Erfahrungen beim töten. Beim töten auf diese Weise. Ein Häftling kann beschreiben, wie ein anderer Häftling vor Hunger stirbt. Es ist kein einfacher Tod. So ein Häftling starb nicht an Hunger. Der Hunger endete nach 5-6 Tagen. Nach 7 Tagen begann die Durst. So eine Durstzeit dauerte ungefähr 10 bis 11 Tage. Also ungefähr am 7. Tag angefangen bis zum 12. Tag. Da dauerte diese Durstzeit. Die Häftlinge schrien, baten, flehten. Die leckten die Wände ab. Sie tranken ihren eigenen Urin, wenn jemand urinierte, wenn irgendein Urin lassen konnte. Nach 13 Tagen fiel so ein Häftling um und er hörte auf, mit dem anderen zu sprechen. Er stöhnte nur, würgte und versuchte, nach Hilfe zu rufen, aber er konnte nicht mehr. Nach 14, 15 Tagen starb dann der Häftling. Als Kurt Pahala gestorben ist, kam der Oberschar für Göring und wahrscheinlich säufert, aber den anderen habe ich nicht gut gesehen. Sie haben Licht angemacht. Sie haben gehorcht und dann bemerkt, dass Kurt Pahala kein Lebenszeichen mehr gibt. Sie öffneten dann die Zelle. Sie zogen ihn auf den Korridor heraus. Legten ihn vor meiner Zelle, vor der kleinen Tür neben meiner Zelle. Ich sah durch die Ritze die Leiche von Kurt Pahala. Kurt Pahala wargraf. Kurt Pahala wargraf. Kurt Pahala wargraf. Ich habe bemerkt, dass Kurt Pahala barfuß war. Furchtbar abgemagert. Der Göring sprach, er war damals Blockführer auf dem Block 11. Es waren ihre mehrere, sie wechselten ab. Aber der hauptsächliche Blockführer war der Göring. Er fragte den anderen, ich höre noch seine Worte, was hat der Hund mit den Schuhen gemacht? Der andere antwortete, er antwortete. Er schlug den anderen, in der Zelle, 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 in der Zelle. Man sagte dann, wenn ich das oder das nicht tue, werde ich meine Schuhe aufessen. Und dort, dort habe ich feststellen können, dass man tatsächlich in der Lage ist, eigene Schuhe aufzufressen. Nachmittag brachte Boga den Erich Klose. Erich Klose. Das war zuerst vorher Feuerwehrkapo im Stammlager. Ja. Und später wurde er zu Buna gebracht. Als man Erich Klose brachte, sah ich durch die Ritze, dass er furchtbar massakriert war. Das war der Zelle. Gebracht wurde er von dem angeklagten Boga. In der politischen Abteilung war ich einige Male verhört. Jeden Tag oder über einen Tag, etwa 60 Tage lang. Ich hatte die Möglichkeit, dort verschiedene Tragödien beobachten zu können. Und ich habe solche Tragödien auch an meinen eigenen Knochen erlebt. Eines Tages wurde ich zur politischen Abteilung gebracht. Durch den angeklagten Boga. Ich stand wie gewöhnlich auf dem Korridor mit dem Gesicht zur Wand. Ich sah von der Seite aus, weil man sich nicht umdrehen durfte. Weil es gefährlich war für den Häftling. Weil immer irgendein SS-Mann dabei war. und beobachtete, dass kein Häftling zufällig mit einem anderen in Verbindung tritt. Und wenn so etwas geschah, da wurde so ein Häftling mit dem Kopf an die Wand so geschlagen. Oder es drohte auch, dass einem die Zähne ausgeschlagen werden, oder die Nase zertrümmert. An diesem Tag zufällig verliefen die Verhöre ruhig. Man hörte Schreie, aber auf dem Korridor sah man keine blutenden und keine misshandelten Häftlinge. Ich wurde in das Zimmer von Grabner gerufen an diesem Tag. Ich sah am Fensterbrett fünf Teller sie waren gefüllt mit Heringssalat mit dem Heringssalat so genannt, weil das nach dem Rezept von dem angeklagten Boger zubereitet wurde. In diesem Augenblick begriff ich, worum es geht, dass ich gezwungen werde, diesen Salat aufzuessen. Zwei Teller waren bereits leer. Jemand von mir hat bereits gegessen. Die Häftlinge wussten, was das Aufessen von so einem Salat bedeutete. Nachdem es aufgegessen wurde, da musste man auf den Pfahl gehen. Was bedeutet das? Also getötet werden. Ich werde später erzählen. Als ich in das Zimmer hinein ging, da hatte ich die Arme gefesselt. Und Grabner fragte mich, wann und ob ich hungrig sei. Wann ich zuletzt gegessen hätte. Da ich orientiert war, dass ich den Salat aufessen muss, habe ich gesagt, ich bin nicht hungrig. Und ich hatte wirklich Fieber. Und ich sprach davon, dass ich Fieber hätte. Und wirklich war ich nicht hungrig. Weil man dort im Bunker aber keinen Hunger mehr verspürte. Und Grabner sagte zu mir, ich weiß, wann du zu Mittag gefressen hast. Dort sprach man nicht vom Essen. Dort wurde nur Fressen gesagt. Du wirst heute mein gutes Herz kennenlernen. Ich werde dir heute, ich werde dir heute zu Essen geben. Er machte einen Wink, er ging in ein anderes Zimmer und rief seinen Untergebenen, den angeklagten Boger, er soll mir zu Essen geben. Boger nahm mich mit in das Zimmer, wo er war, mit den Tellern zusammen, mit diesem Salat zusammen. Und da wurde mir befallen zu essen. Ich konnte nicht essen, weil meine Arme nach hinten gefesselt wurden. Aber der Boger sagte zu mir, wie frisst du Schwein im Bunker? Ich wollte die Gelegenheit benutzen. Und da bat ich, ich werde essen, er möge mir die Arme frei machen. Weil die Kajdanki waren so zerstörte, dass meine Kajdanki waren so zerstörte, dass meine Kajdanki wdrehen sich in die Hände. Das waren Kajdanki. Handschellen. Handschuhe. Weil die Handschellen so tief ins Fleisch gegangen sind, dass sie mir, dass ich hier die Spuren noch davon habe. Damals gab mir Boger zu essen. Verzeihung. Da Grabner den Schlüssel zu meinen Handschellen hatte, öffnete Grabner die Handschellen und der angeklagte Boger gab mir zu essen. Wie ich angefangen zu essen, die Heringe waren furchtbar gesalzen. Sie waren vielleicht gar nicht so salzig, aber sie waren so zubereitet durch den angeklagten Boger, dass sie den größten Durst beim Häftling hervorrufen. Als ich aß, ich konnte nicht essen, ich aß vielleicht die Hälfte des Tellers und da erbrach ich mich. Boger fing an mich zu schlagen und sagte, ich muss alles aufessen und er schlug mich so lange, bis ich alles aufgegessen habe. Nachdem ich mit dem Essen fertig war, blieb mir im Mund noch etwas von den Heringen, die ich nicht in der Lage war, herunterzuschlucken. Der angeklagte Boger sprach zu den anderen SS-Männern, passt auf, dass er den Rest noch auf ist, der hat noch etwas im Mund, dass er nicht auf dem Korridor herausspuckt. Nachdem dieses Salat aufgegessen wurde, wurden wir wieder zurück auf den Block 11 gebracht. Mein Durst steigerte und steigerte. von Minute zu Minute mehr und mehr. Dann wurde ich auf den Boden des Blocks 11 gebracht und ich wurde dort aufgehängt mit den Händen nach hinten und ich musste auf einen Stuhl steigen. Ich wurde dann daran angebracht und der Stuhl wurde dann fortgeschoben. Ich habe mich heruntergelassen. Die Gelenke platzten fast dabei und ich spürte furchtbare Schmerzen. Vor uns stand gewöhnlich ein Eimer voll Wasser. Nach einer Weile fragte man mich, ob ich trinken möchte. Man lachte über den Häftling, wenn er sich vom Schmerzen zusammenkrümmte. und alle Minuten wurde er bewegt. Auf diese Weise steigerte man die Schmerzen. weil ein Häftling, wenn er ruhig hing, da starben ihm die Arme, die Glieder ab. Und er fühlte nicht so die Schmerzen. Die SS-Männer wussten davon. und alle paar Minuten bewegten sie den Häftling. So ein Häftling hing 50 Minuten lang. Nach 50 Minuten wurde er abgenommen und verhört. Und man fragte ihn, ob er die Wahrheit sagen werde. Wenn er nicht mehr sprach, da bekam er 25 auf den Hintern und ging wieder für eine Stunde auf den Pfahl. Auf so einem Pfahl konnte man nur zwei Stunden hängen bleiben. In anderen Fall konnten die Arme bei so einem Häftling abfallen. Absterben. Die Blutzirkulation wurde dann unterbrochen. Solche Häftlinge gab es im Bunker. Solche Häftlinge wurden dann nicht mehr nach draußen in die Luft gelassen. Danach erinnere ich mich, dass ich von Boga verhört wurde. Dabei wurde auch Janicki verhört. Wroblewski, Zislaw, Zislaw, Kluska, Stefan und Nosek und auch andere. Das war in der Baracke der politischen Abteilung neben dem Krematorium. Damals kam eine Gruppe, irgendwelche Behörde von SD aus Berlin. SD aus Berlin. Boga hat uns damals vernommen. Boga hatte Grundsätze. Und zwar so, dass er zuerst als Beispiel den Häftling stark misshandelte, zusammenschlug oder auch tötete. und sprach dann zu den anderen, wenn ihr die Wahrheit nicht spricht, dann erwartet euch das Gleiche wie diesen Menschen. Auf diese Weise erledigte Boga den Janicki und Wroblewski. Also ich erinnere mich genau an diesen Tag. Wir standen in der Baraka auf dem Korridor neben dem Krematorium. Wir standen in einer Reihe, der erste war Janicki, dann Wroblewski, dann Nosek, dann ich und dann die anderen Häftlinge. Zuerst verhörte Boga und die anderen Janicki. Janicki wurde an die Schaukel gebracht. Die Arme und die Füße wurden ihm zusammengefesselt. Einer von den SS-Leuten hielt seinen Kopf und bewegte den Menschen, leidete ihn so, dass er in der besten Lage war zum Schlagen. Und zwei SS-Männer abwechselnd schlugen. Aus dem Janicki wurde einfach Hackfleisch gemacht. Er wurde zerstückelt. Boga hat Janicki dann abgenommen und schmiss ihn auf den Korridor zu uns. Und wie er die Opfer so herauszog, da blieb immer eine Spur von Blut auf dem Boden. Janicki lag auf dem Boden. Nach einer Weile machte er ein Zeichen, er öffnete die Lippen. Und man sah, dass er durstete. Wir sahen, dass er Durst verspüren muss, weil er den Mund öffnete und die Zunge herausstreckte. Dann kam Boga auf ihn zu und mit dem Stiefel warf er den Kopf auf die andere Seite, drehte den Kopf auf die andere Seite. Nach einer halben Stunde wurde Janicki zum Verhör gebracht. Nein, nicht Janicki. Nicht Janicki. Wroblewski. Aha. Ich habe mich ehrlich gehört. Wroblewski. Wurde Wroblewski zum Verhör gebracht. Die Tür war offen. Wir konnten zusehen. Das ist besonders. Boga machte das absichtlich, dass er die Tür offen ließ, dass wir Angst bekommen. Wroblewski. Wroblewski wurde an die Schaukel angefesselt. Als er 20 Doppelschläge bekam, ich habe gezählt etwa 20 Doppelschläge. Weil dort zwei SS-Männer gab. Wroblewski zerwał den Schaukel. Wroblewski zerwał den Schaukel vom Schmerzen. Wroblewski. Und sagte, dass er alles sagen will. Wroblewski wurde von der Schaukel abgenommen. Wroblewski an die Schaukel kommen. Wroblewski nahm. Wroblewski gingen mit ihm irgendwo hin und nach einer halben Stunde kamen sie zusammen zurück. Ich sah, dass Boga eine verrostete Pistole, die irgendwo ausgegraben wurde vom Kriege noch, mit sich brachte. Und er schlug mich mit dieser Pistole in den Kiefer und sagte zu mir, endlich haben wir das, was wir haben wollten. Wroblewski wurde von dieser Gruppe, die gekommen ist. Ebenfalls Nosek und nach den Vernehmungen wurden wir abgeführt. Das war spät in den Bunker zurück. Janicki trugen wir auf seinen Mantel in den Bunker. Und Wroblewski wurde von uns geschoben. Wir hielten ihn in den Arm. Damals wurden wir alle in die Zelle Nummer 20 eingeschlossen. Oberscharführer Göring brachte uns in den Bunker damals. Nachdem er uns vom Boga übernommen hat. Wir blieben in dieser Zelle ungefähr bis zum Morgen. Ich sah, wie die anderen misshandelt waren. Wroblewski war bis zum Morgen tot. Wroblewski war schrecklich zugerichtet. In einem Moment wurden die Türe zur Zelle geöffnet. Wir sahen die Silhouette von Boga. Und dann hörten wir die Stimme, raus ihr Hunde aus der Zelle. Wroblewski konnte nicht aufstehen. Boga rief nach dem Jakob und schmiss den Wroblewski auf den Korridor. Boga rief zu Wroblewski, dass er aufstehen soll. Steh auf, du Schwein. Wroblewski reagierte nicht auf das Rufen von Boga. Wroblewski wurde durch den Oskar von Boga nicht gekocht. Ich sah, dass Boga wütend geworden ist. Er zog die Pistole aus und erschoss den Wroblewski. Wir alle, also Nosek, wurden in eine andere Zelle gebracht. Und wir wurden in eine andere Zelle gebracht. Nach einer Weile am gleichen Tag, wurden wir aus dem Bunker entlassen. Ich wurde in den Krankenbau Block 28 gebracht. Was mit den anderen geschah, weiß ich nicht. Aber ich weiß... Aber später, als ich ein wenig zu mir kam, da sah ich, dass dort auch ein anderer Häftling von der selben Gruppe, Wroblewski Jan und Motika Bronislaw, dass sie auch in der Krankenstube lagen. Das waren zwei Wroblewski. Mal pichten und wieder buchstabieren. Wilhelm, Richard, Otto, Bertha, Kaufmann... Nein, Wilhelm, Richard, Otto, Bertha, Ludwig, Emil, Wilhelm, Siegfried, Kaufmann, Ida. Ist das ein anderer Wroblewski? Jan Wroblewski. Das war Jan Wroblewski. Und der andere, der erschossen worden ist... Zyslaw. 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 Zeppelin-Dora Zeppelin. Da war Kapitän Kavalerii Polski. Das war Hauptmann der Kavalerii Polski. Das war Hauptmann der Kavalerii... polnischer Armee. Und... Und der andere, Wroblewski, war Lehrer. Ja. Und wer war bei diesem anderen, Wroblewski, noch dabei? Dem Jan Poplewski? Die meinen Namen? Ja. Motika Bronislav. Würden Sie das auch mal beschreiben? Motika. Michael Otto, Theodor Ypsilon, Kaufmann, Anton. Ja, Motika. Motika Bronislav. Bitte? John, was von Lwowa? Motika war aus Pumorza. Nein, er war aus Pumorza. Motika Bronislav war aus Jarosławia. Nein, Broblewski war aus Pumorza. Und Motika Bronislav war aus Jarosław. Ja, das ist eben. Jarosław. Das war Block Älteste vom Block 7a. Ich möchte das Gericht bitten, eine kleine Pause zu legen. Sagen wir bis 10 Uhr. Bitte schön. Herr Vorsitzender, die Ehefrau des Angeklagten Dilewski befindet sich schon seit längerer Zeit, ich glaube auch seit gestern, oben auf der Pressetribüne. Ich bin der Auffassung, dass die Ehefrau des Angeklagten Dilewski im Zuschauerraum Platz nehmen sollte und dass die Ehefrau des Angeklagten Dilewski ein Einsehen haben sollte, dass ihre Anwesenheit bei den Pressereportern eine Zumutung darstellt. Also ich bitte die Frau Dilewski, dann unten bei den Zuhörern Platz zu nehmen, ein Raum, der für Sie bestimmt ist. Nun, Herr Kran, ich glaube, Sie haben sich vorhin einmal versprochen. Ja, ist das schon festgestellt? Nein, nein, aber... Sie haben es auch gemerkt. Sie haben uns geschildert, dass nach dieser fürchterlichen Vernehmung... Was ist denn los? Ich höre soeben von dem Angeklagten Dilewski, dass die Ehefrau des Angeklagten von dem Gericht ausdrücklich die Genehmigung dazu bekommen hat, mit Rücksicht auf den Gesundheitszustand, damit sie nicht immer in dem vollbesetzten Zuschauerraum sitzen muss. Ich weiß davon nichts. Ich wüsste nicht, wer diese Genehmigung gegeben hätte. Eine schriftliche Genehmigung liegt vor. Eine schriftliche? Jawohl. Dann bitte ich Sie mir, mal vorzuzeichnen. Die habe ich nicht. Die hat nicht ich, sondern die Ehefrau gelöst geherrscht. Dann soll sie die Genehmigung nachher dem Wachtmeister vorzeichnen. Aber jetzt, bitte schön, wollen wir diese Sache nicht weiter erörtern. Wir haben schwierigere Dinge. Herr Kran, Sie haben uns... Spricht sonst noch jemand? Sie haben uns vorhin geschildert, dass nach dieser fürchterlichen Vernehmung der Janicki in seinem Mantel gewickelt von Ihnen in die Celle zurückgebracht worden ist. Herr Kran, Sie haben uns vorhin gesagt, dass Janicki in seinem Mantel gewickelt von Ihnen in die Celle zurückgebracht worden ist. Sie haben uns weiterhin geschildert, dass der Wroblewski gestützt in den Bunker zurückgeführt worden ist. Und haben uns geschildert, dass der Wroblewski am nächsten Morgen aus der Celle herausgeholt worden ist und von Boga erschossen worden ist. Ja, und da war das Missverständnis. Da hat er den Namen verwechselt. Da hat er den Namen verwechselt, anstatt Janicki hat er Wroblewski gesagt. Er meinte Janicki. Ich wollte nur nicht korrigieren, weil er den Namen genannt hat. Ja. Also das ist richtig. Janicki hat die Nacht in der Celle nicht überlebt. Janicki not sie nie präsent. Als ich erwachte am Morgen, am frühen Morgen, da lebte Janicki nicht mehr. Nun, zunächst, als Sie zum allerersten Mal vernommen wurden, da wurden Sie doch gefragt oder wurden Sie aufgefordert zu erzählen. Und Sie haben gebeten, Sie zu fragen, weil Sie nicht wüssten, weshalb Sie vernommen werden sollten. Ich wusste nicht, worum es geht und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Bei dieser Gelegenheit haben Sie behauptet, seien Sie geschlagen worden. Wissen Sie nicht, wer Sie geschlagen hat? Und bei dieser Gelegenheit haben Sie behauptet, Sie haben ausgesagt, beziehungsweise geschrieben in einer Aussage, die vor dem Internationalen Auschwitz-Komitee erfolgt ist. Da steht Folgendes drin, auf Platz 745. Ich habe gebeten, mich zu fragen. Da hat mich Boger mit einem Stock so auf den Kopf geschlagen, dass das Blut ran und ich onmächtig wurde. Ich habe Boger neben mir stehen sehen. Aber wer mich geschlagen hat, das kann ich mit Bestimmtheit nicht behaupten. Zweitens. Wann und welche Tagesstunde sind Sie etwa in die politische Abteilung hingeführt worden? Das war nachmittag. Dann haben Sie gesagt, Sie sind nachts etwa um 11 Uhr in den Bunker geführt worden. Und dann hat er gesagt, dass es um 11 Uhr war, weil es so gesprochen wurde. Ja, das sagten Sie bei uns. Sie haben weiterhin gesagt, Sie wären in die Zelle 8 geführt worden. Stimmt das? Powieterl Pan, dass du auf die Zelle Nummer 8 gehst. Tak. Ja. Wollen Sie uns bitte... Unter der Treppe. Unter der Treppe. Wollen Sie uns bitte sagen, wie groß die Zelle 8 etwa war und wie viele Menschen mit Ihnen zusammen da hineingesperrt worden sind? Ja, ich habe die Möglichkeit, die Zelle zu erinnern. Und welche Leute sind nicht die Wauerschöne. Nein, wenn Sie diese Zelle hoch sind, um 2 Meter. Diese Zelle ist ungefähr 2 Meter breit. Vielleicht 2,5 bis 3 Meter lang. Und ungefähr 2,5 bis 3 Meter lang. Und wie viele Menschen waren da drin? Und wie viele Menschen waren da drin? Ich denke, als wir in der Zelle waren, wir wurden in die Zelle gebracht, so etwa 15 Personen. 15 Personen. Wurde diesen 15 Personen sämtlich das Gleiche zur Last gelegt? Ja, so ungefähr jeder wurde gefragt, aber man wusste nicht, um was es geht. Man wusste nicht, um es geht. Wir sollten sprechen, was wir wissen. Ja, es ist im Allgemeinen nicht üblich bei einer Untersuchung, dass man die Leute, die wegen einer gemeinsamen Sache beschuldigt werden, in eine Zelle tut. Ich weiß nicht, ob das dieselbe Sache war, weil keiner wusste, worum es sich handelt. Und hat man ihnen nicht irgendwann einmal gesagt, warum man sie eigentlich dorthin gebracht hat? Und wenn man sie nicht irgendwann einmal gesagt hat, warum man sie eigentlich dorthin gebracht hat? Ach ja, später habe ich erfahren. Und weshalb? Ob ich nicht zu einer geheimen Organisation im Lager gehöre. Sie haben dann weiterhin gesagt, wir bekamen einmal Mittagessen und jeden dritten Tag einmal Mittagessen. Und es starben Häftlinge vor Hunger, nämlich Kurt Pachala, Graf Bruno, ein französischer Jude Dumont und ein Russen und ein Pole. Ja, das habe ich ja einmal in drei Tagen gemacht. Jawohl. Das bezog sich auf mich. Das ja. Ja, die Häftlinge, die bestimmt waren, an Hungertod zu sterben. Die bekamen nichts. Die bekamen nichts. Und waren diese Häftlinge mit ihnen in einer Zelle? Das waren Zellen, umgekehrt 85 auf 85 groß. Das sind die Häftlinge, die Sie eben genannt haben, dort verhungert sind. Und zweitens, wissen Sie, wer sie dort hin gebracht hat und wer das bewohlen hat? Skon Panu ist wiadome, dass die Häftlinge, die Sie eben genannt haben, dort verhungert sind? Und zweitens, wer die Häftlinge, die Sie eben genannt haben, dort verhungert sind? Weil die Entfernung von mir war etwa 20 Zentimeter, nur eine dünne Wand dazwischen. Eine dünne Wand zwischen Ihrer Zelle und dieser Stehzelle. Między Panazello und Zellon Stoyonso. Das waren alle Stehzellen. Das waren alles Stehzellen. Aber die Zelle 8 war keine Stehzelle. Aber das Erlebnis mit Kurt Puchala, mit Graf Bruno und Dumont, das war in der Zeit, wo sie in einer Stehzelle sich verhandelten. Ja. Das war in der Stehzelle, wo sie in der Stehzelle sind. Ja. Ich war in der Stehzelle und Sie waren in der Stehzelle. Wissen Sie, wer diese Menschen dort hingebracht hat in die Stehzelle und wer verboten hat, sie mit Essen zu versorgen? Also, wer verboten hatte, ihnen das Essen zu geben, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Wissen Sie, wer sie eingesperrt hat? Ich weiß, dass Pachala bereits in der Stehle war, als ich dahin kam. Ja. Dumont wurde von Boga gebracht. Bruno Graf wurde von Göring, Göring gebracht. Gering ist ja ein Heftings, ein Aufseher gewesen da im Glock 11. Bruno Graf wurde von Göring gebracht. Und die anderen, da weiß ich nicht. Ich kenne die SS-Männer nicht. Ich konnte es nicht beobachten. Ja. Am 14.01.43 nachmittags haben Sie erzählt, brachte Boga den Erich Kloze. Powiedział Pan, dass 14.01.Boga berührt Erich Kloze. Tak. Ja. Wissen Sie, was aus diesem Kloze geworden ist? Wie Pan, was es stało zu diesem Klozem? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich ihn nie wieder getroffen habe. Ich weiß nicht, was mit ihm geworden ist. Ja. Sie haben dann einmal einen Satz gesagt, der mir nicht ganz verständlich war. Sie sagen, es erstickten 18 Häftlinge. Da möchten Sie uns doch wieder einmal näher sagen, wo die waren. Und ich war noch nicht damals eingesperrt in diese Celle. Ich war noch frei im Lager. Und ich weiß, dass 18 Häftlinge erstickten, weil einer von diesen Häftlingen, Franz Kulpa, aus Tarnowskiej Gürri, noch lebt. Er war derjenige, der nicht erstickte. Was hat er ihm denn erzählt, wie das vor sich gegangen ist? Das war eine bekannte Sache im Lager. Wir wussten, dass dort diese und jene Häftlinge sich befinden und unter ihnen der Franz Kulpa, also Franz Kulpa. Der später auf den Block 28 in den Krankenbau gebracht wurde. Und als er gesund wurde, da hat er uns alles erzählt. Dann bitte weiter. Sie haben bei Ihrer schriftlichen Darstellung über dieses Hering-Essen damals gesagt. Ich musste essen und wenn ich nicht weiter aß, hat mich Boga mit einem Ochsenzimmer geschlagen. Ich wurde damals ständig geschlagen, weil ich diese Heringe nicht essen wollte. Nun hat er weiter gesagt. Schließlich musste ich erbrechen. Dann hat mich Boga so lange geschlagen, bis ich schließlich auf seinen Befehl alles, was ich erbrochen hatte, wieder aufgegessen habe. Das stimmt. Waren Sie sechs Wochen in einer Stehzelle? Ja etwa. Und war das die Zelle Nummer 22? Entschuldigen Sie bitte. Also ungefähr zwei Drittel der ganzen Zeit meines Aufenthaltes war ich in der Stehzelle, also etwa sechs Wochen. Waren Sie da allein in der Stehzelle oder war jemand mit Ihnen zusammen? Ich war in der ersten Zelle, Kurt Pahala war in der zweiten Zelle. In der dritten Zelle war Wroblewski Zdzislaw. Und in der vierten Zelle war Kluska Stefan. Sie waren auch nicht die ganze Zeit in der Zelle, Sie wurden dann später in eine andere Zelle verlegt. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage. Sie haben uns geschildert dieses Aufhängen und haben gesagt, dass ein Eimer Wasser vor Ihnen gestanden hätte. Eimer. Und Sie werden ab und zu gefragt worden, ob Sie nicht durstig wären, ob Sie etwas trinken wollten. Und man habe Sie auch bewegt. Wissen Sie noch, wer das gewesen ist? Ja. 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 Sind Sie einmal auf diese Weise aufgehängt worden oder mehrere Male? Ja. Ich war dreimal auf dem Fall. Dreimal. Hintereinander oder an verschiedenen Tagen? Nein, um drei Mal, oder an verschiedenen Tagen. Zu verschiedenen Zeitpunkten. Ist es richtig, dass durch diese Misshandlungen Sie einen Armbruch, einen Schulterbruch, einen Kieferbruch oder mehrere Kieferbrüche davongetragen haben und heute 45% infaliten sind? 45%? Ja. Ist es richtig, dass Herr Kieferbruch hat die Hande, die Nöge, die Kieferbrüche, dass Herr in dieser Zeit nicht zu arbeiten ist? Also die Nase waren troche. Die Kiefer brüche sind so seitlich. Die Schulter war ganz zerschlagen. Die Kieferbrüche war ganz zerschlagen. Mein Kreuz ist ja zerschlagen. Nöge. Die Beine sind geschlagen. Der Kopf ist geschlagen. Und konnten Sie mit eichen Augen sehen, wie der angeklagte Boger mit der Pistole den Wroprowski erschossen hat? Das war zwei Meter von uns. War die Tür auf? Wie konnte ich nicht sehen? Er hat ihn auf dem Korridor erschossen. Jakob hat ihn herausgezehrt. Und Boger befahl ihm aufzustehen. Und da Brubleski nicht die Kraft hatte aufzustehen, da hat er nach ihm getreten. Und Boger wurde wütend, zog die Pistole und schoss den Wroprowski nicht. Das haben Sie uns alle schon erzählt. Ich möchte nur gern wissen, auf welche Weise Sie das wahrnehmen konnten. Die Türen waren doch zu von der Zelle. Und wer hat ihn auf den Korridor? Ja, das war. Ja, das war. Ja, das war. Und wer hat ihn auf den Korridor? Ja. 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 Boger hatte Angst in die Zelle hinein zu gehen. Er rief dann den Kalfaktor. Jakob. Jakob. Und Jakob hat ihn rausgezogen auf den Korridor. Brubleski stand aber nicht auf. Boger gab ihm den Befehl aufzustehen. Er stand nicht auf. Er stand nicht auf. Boger go skopal. Da trat Boga nach ihm. Aber Brubleski nicht desto weniger reagierte nicht darauf. Ja, das wissen wir. Das hat er jetzt können. Das kann doch nicht sagen. Brubleski, Brubleski na to jednak nie reagował, weil er zuerst war, dass Boger sich in den Kalfaktor von Brubleski erzog und erzog die Kalfaktor von Brubleski. Brubleski war also nicht in der Lage aufzustehen. Er reagierte nicht darauf. Da wurde Boger furchtbar wütend. Er zog die Kalfaktor und erschoss ihn. Ja. Der Angeklagte Boger, wollen Sie doch mal aufstehen. Ich wollte zunächst einmal an den Herrn Boger die Frage stellen. ob er nicht angesichts dieser fürchterlichen Schilderung, die wir heute morgen hier alle erlebt haben, uns nicht jetzt doch etwas zu sagen hätte. Nein. Ich habe das nicht zu sagen. Boger, Sie haben uns gesagt, ich habe keinen Schuss in dem Lager abgegeben. Und das sage ich jetzt auch noch. Glauben Sie, dass diese Darstellung des Zeugen lügenhaft gewesen ist? Lügenhaft. Und nicht in allen Teilen der Wahrheit entsprechen. Das glaube ich. Dann nehmen Sie wieder Platz. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Nachher. Herr Gensungsrichter Homreich. Herr Zeuge, Sie sagten uns, zu Ihrer Zeit waren der Kurt Pahalla, der Dumont, der Janicki, der Klose Erich, die beiden Roblewski, Kluska, Nosek, Motika und der Bruno Graf im Bunker. Man muss unterscheiden den Bunker und die Stei-Cellen Ja, richtig. Ja. Also in der Stei-Celle in dem Stei-Bunker Damals, als ich dort saß, ist gestorben. Kurt Pahala, Dumont, Graf Bruno, von dem ich bereits erzählt habe, und saß in der Zeit Zdziszek Wróblewski, Kluska Stefan und Klose Erich. Dagegen der Wróblewski Jan, Motyka Bronisław und die anderen Nosek, da war ich mit ihnen zusammen nur diese Nacht, als wir von der politischen Abteilung von der Vernehmung gebracht wurden, damals, als der Janicki so furchtbar zugerichtet wurde, und der Wróblewski. Wir waren damals in der Celle Nummer 22, 20, alle zusammen. Das war die Celle von der Seite der Lachwand, so haben wir die Wand genannt, die Lachwand. Sie sagten eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Kluska wäre auch umgekommen. Nein. Nicht? Nein, nein. Der war nur zu Ihrer Seite. Ja, der ist davon gekommen. Davon gekommen. Er hat es nachher erzählt. Kurt Pahala. Und Nosek? Was ist mit dem geworden? Das weiß ich nicht. Und Motyka? Motyka. Der wurde entlassen. Der wurde auch entlassen. Ja. Jan Wróblewski. Und der Jan Wróblewski auch. Ebenso, ja. Im Gegensatz zu dem Dschislaw. Dschislaw Wróblewski, meine ich. Ja. Aber im Gegensatz zu Dschislaw Wróblewski. Ja, das war Jan Wróblewski. Ja, das war Jan Wróblewski und Dschislaw Wróblewski. Das war Jan Wróblewski und Dschislaw Wróblewski. Dann, Frau Dolmetscher, hatte ich das Gefühl, dass da ein kleiner, ganz winziger Übersetzungsfehler war. Ich will das nochmal fragen. Als Sie bei der ersten Vernehmung ohnmächtig auf dem Korridor lagen, da hatten Sie übersetzt, als er zu sich kam, hätte er Knöchelschmerzen gehabt, als wenn ihn jemand getreten hätte. Ja. Es sollte das nicht heißen, als wenn ihn jemand treten würden, als wenn er durch die dritte zu sich gekommen wäre. Fragen Sie bitte nochmal. Ich habe mich als die Dritte zu einer Vernehmung. Ich bin dann vom Gott getreten. Er stand neben mir. Ja, das wurde auch so gesagt. So wollten Sie es auch deutsch ausdrücken. Ja, so wollte ich ausdrücken. So, als ob vorher, ich fühlte die Schmerzen, als ob ich vorher getreten wurde. Ja, der Boger-Staller. Und wie ich zu mir gekommen bin, da war es. Herr Kral, als Sie zum ersten Mal zur Vernehmung zur politischen Abteilung gebracht wurden, kannten Sie da den Boger bereits oder wurde Ihnen von anderen gesagt, das ist Boger? Czy Pan, kiedy Pan przyszedł na przesłuchanie do oddziału politycznego, czy znał Pan już Bogera przed tym, czy Panu powiedziano, że to... Sylwetka Bogera to była znana, każdemu uważam, w 80-90% więźniom obozu oświęcimskiego. Die Person des angeklagten Boger wurde allen häftlingen, ich würde sagen, zu 80-90% allen häftlingen im Lager bekannt. Jego nazwano Schatanem w obozie. Er wurde der Teufel genannt. To był zboczony sadista. Das war ein sadist, ein krankhafter sadist. To nie można było nazwać mordercą, to mało powieszane. To był zboczony sadista w matrę morderstwa. Nie można nazwać mordercą, to był zboczony sadist. Dann bei der Vernehmung Ihres Kameraden Janicki auf der Schaukel, da haben Sie vorhin gesagt, er ist auf die Schaukel gebracht und dort geschlagen worden. Wurde er von Boger geschlagen, oder hat Boger diese Schläge nur beaufsichtigt? Janicki, podczas przesłuchania na Muštafice. Czy on został bity przez Boger osobiście, czy Boger tylko obserwował, jak bito jest? Nie, on był bity, tam było pięć SS-Männer. Nein, er wurde geschlagen. Es waren fünf SS-Männer. Boger był przewodniczącym bity, ja w oboji. Boger war so ein Vorsitzender zum Schlagen im Lager. Sam torturował, sam bin. Er misshandelte auch selbst und schlug. Ja, ja. Unter anderem waren auch SS-Männer, die ich hier erkannt habe, im Saal. Von denen ich noch erzählen werde später, wenn mir das Gericht erlaubt. Ja, zunächst nur, hat Boger allein, oder hat er aufgeschlagen, oder... Proszę Pana, ale teraz na razie z początku, czy Boger sam jeden był, czy byli inni, on tylko obserwował? Nie, Boger był, Boger był. Janickiego. Więc by to jeden SS-Mann. Ja, Boger hat geschlagen. Boger hat geschlagen. Więc może ja jeszcze sprecyzuję dokładnie. Właśnie, proszę precyzować. Ich möchte genau precyzieren. Więc przy tej operacji, przy tym przesłuchaniu, bei dieser Vernehmung, bei dieser Akzion, ta Grupa tych SS-Mannów z SD siedziało w pokoju innym. Die Gruppe von den SD-Leuten saß in anderem Zimmer. Die Tür war auf. Przyglądali się, a ta Grupa 5 SS-Mannów und die Gruppe von 5 SS-Männern przesłuchiwało nas. Die haben uns vernommen. Więc Boger bił. Boger schlug, also. Czy inni byli. Ob die anderen schlugen. Na zmiany byli. Sie schlugen abwechslend. Jeden trzymał więźnia za głowy i kierował, żeby... ...de eine hielt den Häftling am Kopf und führte ihn so, so dass sein Körper in einer bestimmten Position sich befindet. Niebezpieczne było od Bogera to, dass er, wenn er wütend wurde, wziął w ostateczności styl, który był zawsze pod jego rynką i był więź... ...styl od łopaty. Aha. ...dass er ein Schaufelstiel, der immer in seiner Nähe war, ...nahm... ...i był w więźniach po krzyżach. ...und schlug damit den Häftling übers Kreuz... ...no i tak kończył swoje ofiary. ...und so... ...erledigte er seine Opfer. Und war es auch so im Fall des Häftlings Janicki. ...czy tak też było w wypadku Janickiego? Tak, zrobił tak też Janicki. Janicki był przez kije, które oni mieli specjalne kije do bicia. To były... ...Janicki, Janicki wurde mit den Stockschlägen. Die hatten so bestimmte Stöcke. ...to były kije, takie czarne, 70 cm... ...mi więcej, około 70 cm długości, podobne do... ...stöcke schwarze, ...ungefähr 70 cm lang. ...podobne do chleba świętojańskiego. To były jakieś... ...takie czarne, to były jakieś korzenie południowych drzew, czy coś. ...das waren so wurzel ...von irgendwelchen Südbäumen. ...ponieważ one się nie rozszepały i one się nie łamały. Takie, a strasznie... ...diesie Stöcke, die zerbrachen nie ...und die taten wahnsinnig weh. ...nim bolało, jakby żelazem był. ...das tat so weh, als ob man mit Eisen geschlagen würde. Bykowcem, jeżeli ktoś był Bykowcem, to w ogóle, to nie można było uważać, że to boli. ...wstosunku do tych... 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 ...im vergleich... ...zu den anderen Stöcken. Woznica natomiast miał... Woznica dagegen... ...imno na Hayek'i gumowym, a u końcu była... ...jelezna... ...taka gałka. ...er hatte... ...etwas anderes, ...eń Gumi... ...e... 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 ...peitsche... ...aus Gumi... ...und... ...am enda w an... ...Eisen. ...ja, taka gałka. ...so... ...e... 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 ...a... ...ja... 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 Und wenn es geschlagen wurde, dann schlug diese eiserne Kugel auf die Beine. Und wenn die Häftlinge von Woznica geschlagen wurden, dann hatten sie die Beine hier oben, dann hatten sie zerschnitten, da an diesen Stellen. Weil der Schluss, diese Kugel, da drehte sich so um. Schlank sich um zwei. Das sind ja Spuren davon, da kann man sehen. Herr Zeuge, Sie haben ausgesagt bei dem Tod von Robleski, dass Sie auf dem Korridor herausgeführt wurden und Sie annahmen, dass Sie zur politischen Abteilung gebracht wurden oder gebracht werden sollten. Und dass Sie dabei die Handlung des Erschießens des Herrn Boga gesehen haben. Und dass Sie dabei die Handlung des Erschießens des Herrn Boga gesehen haben. Und Sie wissen, dass Herr Boga gesehen hat, dass er in diesem Zeitpunkt zerstört hat? Ja. Weil ich von dem zwei Meter entfernt bin bin. Wenn Sie hier eine Karte haben, kann ich sogar zeigen, wo sich das abgespielt hat. Bitte sehr gerne. Wir haben ja keine Karte davon. Ach so. Wir haben höchstens die Zeichnung, die gestern der Herr Pilecki angefertigt hatte. Das wäre auf... Herr Vorsitzender, in den Heften von Auschwitz ist eine Grundrisskrize des Bungas. Vielleicht kann man dem Zeugen das vorlegen. Also das war... Auf welcher Zelle waren Sie damals, Herr Zeuge? Wie war der Zelle? Wie war der Zelle? Wie war der Zelle? Damals, als Wroblewski erschossen wurde? Zelle 20. In der Zelle Nummer 20. Nummer 20. Wir alle waren doch zusammen. Diese eine Nacht. Diese eine Nacht waren Sie alle zusammen in einer Zelle. Kann ich das doppelt? Ja, bitte schön. Die Zelle Nummer 20. Das wäre die Zelle Nummer 20. Die hatte nach dieser Zeichnung, die mir hier vorliegt, einen Ausgang in einen kleinen Gang, der anscheinend dadurch entstanden ist, dass man den früheren großen Raum, in den eine Tür vom Korridor ging, nochmal abgeteilt hat und in diesen großen Raum die einzelnen Stehzellen eingerichtet hat. Hier sind die Stehzellen. Da. Welche Nummer? Wo 22 steht. Wo 22 steht? Da sind die Stehzellen. Eins, zwei, eins, vier. Ah, richtig. Jawohl. Da war aber nicht drin, sondern in der Zelle 20. Aber er... Sie waren diese eine Nacht in der Zelle 20. Als wir von der politischen Abteilung von der Vernehmung zurückgebracht wurden. Ja. Und diese Zelle 20 hat doch einen Ausgang. Und dieser Ausgang führt zwar nicht auf den Hauptkorridor, aber auf einen kleinen Gang. Gezeigt wird anders. Also muss ich ja hier zeigen. Wir gingen aus der Zelle 20 diesen, äh, so Art Korridor entlang. Ja. Durch den ersten Durchgang hier. Ja. In den großen Korridor hinein. Und wo standen sie nun? Du, mich Mis 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 Mis. Also, wenn man die Karte guckt, über die Nummer 24, wenn Sie die 24, die Zahl bilden, dann da drüber auf dem Korridor. Auf dem Hauptkorridor. Auf dem Hauptkorridor. Also, wo nebendran die Zelle 21 lag. Wo die Zelle 21, nur ein Stück weiter. Ja, nur ein Stück weiter. In der Mitte zwischen 24 und 25. Zwischen 24 und 25. Mehr 24. Mehr 24. Da standen Sie. Und wo hat der Angeklagte Boger den Woklewski erschossen? Aber hier, das ist die Stelle zwischen 17 und 16. Zwischen 17 und 16. Aber auch im Hauptkorridor, bitte schön. Ja, darf ich immer jetzt sein. Also, hier haben Sie drin gesessen, dann sind Sie hier rausgegangen in den Hauptkorridor und waren gegenüber der Zelle 24, 25 im Hauptkorridor. Und gegenüber, auf dieser Seite, etwa 17 und 16, da wurde der Woklewski. Ja, das muss man ganz genau sagen. Hier standen Sie. Ja, ganz recht raus. Hier standen wir. Da wurde er erschossen. Dann muss ich Sie fragen, wie verträgt sich Ihre heutige Schilderung mit der Schilderung, die Sie an das Auschwitz-Komitee im Jahre 1959 gegeben haben. Ich zitiere. W jaki sposób, in diesem Fall, nie zgadza się Pana dzisiejsze zeznanie z tym, co Pan napisał do Komitetu Oświęcimskiego w 1959 roku. Auch Problewski wurde in den Bunker gebracht. Und vom Bunker dort... Und vom Bunker dort sofort erschossen. Und vom Bunker in den Bunker, spät am Abend, es war dunkel nach dem Apel. Und wir wurden dorthin von Gering gebracht. In die Zelle Nummer 20. Am nächsten Tag, morgen, kam Boger und rief zu allen, raus, aus der Zelle. Damals lebte Janicki nicht mehr. Wroblewski nie mocht wstać, nie chciał wjść. Wroblewski konnte nicht aufstehen und rausgehen. Zawołano Kalfaktora Jakuba. Es wurde der Kalfaktor Jakub gerufen. Und Wroblewski go wyciągnął tutaj na... Boger kazał mu wstać i... Boger befahl, im aufzustehen... ...i iść na przód. ...und vorwärtsgehen. Ponieważ Wroblewski nie mógł i nie reagował na... Da Wroblewski nicht in der Lage war und reagierte nicht darauf... Boger go skopal... ...wurde er von Boger getreten... Boger wciekł się... Boger wurde wütend... ...wściągnął Pustole i zaśleł Wroblewski. Boger wciekł i zaśleł Wroblewski. Nas mnie odprowadzono... ...uns, also mich... ...hat man... ...in eine andere Zelle gebracht... ...a następnie po jakichś dwóch godzinach... ...wyprowadzono na Obus... ...und später, nach etwa zwei Stunden... ...ungefähr... ...zwei Stunden... ...wurden wir aus dem Bunker entlassen. Ja, so ähnlich habe ich es heute schon gehört... ...aber ich darf fortsetzen... ...was Sie damals gesagt haben... ...oder geschrieben haben... ...tak, Pan, dzisiaj ist es... ...no właśnie w tej formie... ...ale zytuwałem Panu to, co Pan poprzednio napisł... ...wurden wir haben... ...heißt es in dieser Erklärung... ...wir haben das feststellen können... ...denn der SS-Mann des Bunkers Gering... ...hat uns in die Zelle eingesperrt... ...mogliśmy to stwierdzić... ...ponieważ SS-Mann Gering... ...zamknął nas do Zeli... ...dann hat Boger Brubleski geholt... ...und gleich darauf hörten wir... ...einen Schuss... ...wówczas Boger... ...wytiągnął... ...z Celi Brubleskiego... ...i potem usłyszeliśmy... ...tschau... ...wówczas... ...sie haben, wie ich gesagt... ...Herr Janicki war tot... ...da steht auf Seite 646... ...dziś pan powiedział... ...Janicki już wtedy nie żył... ...a nächsten Morgen... ...war Janicki in der Celle gestorben... ...dasate hot... ...dasate hot... ...schön gut, aber... ...de letzten Satz weg... ...albe eben... ...wie erklärt sich... ...ein hören... ...einer Schuss... ...vom Seem... ...jak pan wytłumaczy to... ...że pan napisał... ...słyszeliśmy... ...schau... ...a dzisiaj pan powiada... ...wiedziałem... ...jak został zaszczyt... ...jeżeli... ...ja... ...pisałem... ...po polsku... ...jeżeli... ...tułomacz... ...tułomaczów i nazi... ...to proszy... ...proszy... 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 ...da bitte ich... ...das zu verzeihen... ...dann würde ich... ...das Gericht bitten... ...wie ich schon einmal... ...gebeten habe... ...bei einer anderen Aussage... ...das Original... ...der Aussage... ...das Herrn Graal... ...heranzuziehen... ...über das Auschwitz-Komitee... ...i... ...proszy... ...die ich an das Auschwitz-Komitee... ...geschrieben... ...oder... ...haben Sie schreiben lassen... ...czy pan sam napisał... ...czy pan kazał komuś... ...napisać do komitetu... ...ja... ...mie przesłuchano... ...ja w tym czasie... ...byłem... ...poważnie chory... ...i do mnie... ...do komitetu... ...jak pan pisał... ...nie... ...ja byłem w domu... ...zaraz... ...w bootstwo... ...to... ... Gurk入 personnes... Ich war zu Hause damals... Und ich wollte nicht an Auschwitz denken, weil, wie ich ja schon sagte, jedes Mal, wenn ich von meinen Erlebnissen erzähle, dann bin ich zwei bis drei Wochen danach krank. Deswegen versuchte ich zu vermeiden. Also damals wurde ich vernommen, ich habe erzählt, Herrn Smolen, kurz und bündig, und habe gesagt, lasst mich bitte in Ruhe. Denn Boga wird niemals verhaftet. Ich habe nicht geglaubt, dass ich heute als Zeuge gegen diesen Menschen aussagen werde. Heute, die heute an der Anklagebank sitzen. Ich habe niemals geglaubt, dass jemals die Hand der Gerechtigkeit sie ergreifen wird. Eine weitere Frage. Und darum, er hat es nicht beendet. Bitte, es ist nicht zu Ende. Und darum, Idateko? Na ja, ist gut. Gut, schön. Eine weitere Frage. Sie sagten, dass Sie im Dezember 1942 in den Bunker gekommen sind? Powiedział Pan, dass Sie in den Bunker kommen, dass Sie in den Bunker kommen, in grudniu 1942 roku kommen? Ja. Können Sie mir sagen, ungefähr im Dezember, wann das gewesen ist? Wiem, dass es in den Bunker war, wann das gewesen ist? Wiem, dass es in den Bunkern war, wann das gewesen ist? Ich weiß, dass es war ungefähr Ende Dezember. Vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Das war vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Przed, przed. Schwierigstern war ich im Bunker. Vor Weihnachten. Die Weihnachten verbrachte ich im Bunker. Ja. Dann eine weitere Frage. Haben Sie den Herrn Boga vorher schon gesehen, bevor Sie in den Bunker gebracht wurden? Czy widział Pan Bogera już przedtem, zanim Pan został zaprowadzony do Bunkera? Ja Bogaerem zacząłem się interesować dokładnie w oddziele politycznym w czasie mojego przesługiwania. Ich habe angefangen, mich für Boga zu interesieren, genau zu dem Augenblick, als ich in die politische Abteilung gekommen bin, zum Verhör. Vorher habe ich mich für Boga überhaupt nicht interessiert. Die Person war mir nicht sehr gut bekannt. Wenig bekannt. Wenig bekannt. Was heißt das? Ich erinnere mich nicht daran, dass ich ihn kannte. Nein, nein, ich habe ihn nie vorher gesehen. Ich spotkałem się z Bogaerem podziele podczas mojego przesługiwania. Ich kam mit Boga zusammen während meines Verhörs in der politischen Abteilung. Und später kannte ich ihn, bis meinen ganzen Aufenthalt im Lager lang. Herr Boga war aber bereits da, als Sie, der Herr Grabner, sofort nach Ihrem festnamen vernommen hat. Aber Boga był już wtedy, kiedy Pana Grabner przesłuchał natychmiast po Pana przeprowadzeniu. Ja, byłem najpierw u Grabnera, potem byłem u Woźniczy przesłuchiwani. Zuerst war, wurde ich von Grabner, dann von Woźniczy vernommen. Also von Woźniczy, a potem przez Woźniczy zostałem oddany do dyspozycji Bogerowi. Und später wurde ich von Woźniczy zur Verfügung dem Boga, ausschließlich dem Boga, übergeben. War das vor Weihnachten 1942? Czy to było przed Bożym Narodzeniem 32. roku? To było po, po, po świętach. Das war vielleicht nach Weihnachten, aber heute kann ich das nicht genau sagen. Denn Sie sagen, oder Sie schreiben, in Ihrer Aussage von Dezember 1959, ich wurde am 18. Dezember 1942 im Lager verhaftet. Ale Pan powiedział, czy zeznał, w swoich zeznaniach w grudniu 1959 roku. Zostałem zaresztowany 18. grudnia 1942 roku w obozie. Ich wurde in die politische abteilung vorgeführt und musste dort am gang warten. Zostałem zaprowadzony do oddziału politycznego, musiałam tam stać na korytarzu. Jetzt kam der Leiter der Politischen Abteilung ohne Rok aus einem Zimmer. Wyszedł potem kierownik Wydziału Politycznego bez marynarki, z jakiegoś pokoju. Ja. Er sagte mir, jetzt werden wir sprechen. I on powiedział do mnie, teraz będziemy mówić. Zwoje ist er noch in die kantinie gegangen. Przed tym poszedł on jeszcze do kantyny. Nie wiem, gdzie. Ich weiß nicht wohin, nie, ale tak przypuszczam. Aber ich nehme an. Kirschner hat mich in das Zimmer gerufen. Kirschner. Kirschner. Kirschner ist er na. Kirschner. Kirschner zawołał mnie do pokoju. Dort waren Woznica, Boger und ein schwarzer SS-mann, dessen name mir nicht mehr einstieg. Woznica, Boger i jakiś ciemny SS-mann, którego nazwisko nie było mi znane. Więc ja, owszem, że byli ci SS-manni. Ja. I owszem, że byli, Woznica był Grabner, był Kirschner, był. Ja, Woznica, Waldot, Grabner, Kirschner. Ponieważ w ten czas ja jeszcze, ja później tą sylwetkę sobie zacząłem przypominać, kiedy mnie wyłącznie Boger przesłuchiwał i podobny był SS-mann, ten, który mnie uderzył. I to ja uważam, że to był w ten czas, mógł być Boger, prawda. Jeszcze raz proszę to dokładnie powiedzieć. Jeszcze raz to zdanie. Niech Pan powie jeszcze raz. Więc jak ja zostałem przesłuchiwany w grudniu, więc w każdym wypadku, że ja byłem aresztowany przez świętach, byłem już prawda bunker. Ich wurde vor Weihnachten verhaftet, weil die Weihnachten habe ich bereits im Bunker verbracht. Więc który dokładny dzień byłem przesłuchiwany i ja to ja dziś nie pamiętam. Wurde ich vernommen, daran erinnere ich mich heute nicht. Nie mogę, Pan Mientaj. Das kann ich mich nicht daran erinnern. Nie to, oti selwetce, niech Pan jeszcze raz. Wylen Sie nicht gesagt, am 14. Januar 1943? Nein, das war was anderes, das war sein Geburtstag. Das war sein Geburtstag und da ist er gestorben. Ja, am 14. Januar 1943. Richtig. Ja zauważyłem, ja przesuwałem tą sylwetkę Bogera, którą później poznałem. Diese Person von Boger, die ich ja später kennengelernt habe, to ja dzisiaj, czy to on był, czy nie on, ale ta sylwetka, ob er oder nicht er damals war, aber diese Person, która, który już później, jak on mi przesłuchiwałem, że go dobrze poznałem, więc uważam, że to on przy tym pierwszym dniu również był. Ja, weil Sie den Herrn Boger gut kennengelernt haben, darf ich ja mal eine Frage stellen. Mir ist nicht klar geworden, ob Herr Jasnicki vom Boger geschlagen worden ist oder von anderen. Wer? Die Frage ist eindeutig da. Ich habe keine Frage gestellt, Herr Kollege. Bitte noch mal. Ich bin erst am Beginn. Ich habe nur gesagt, mir ist nicht klar geworden, ob dieser Jasnicki... Janicki meine ich. Janicki, ja, vom Boger oder zwei SS-Leuten geschlagen worden ist. Ja. Auch von Boger, auf die Frage des Herrn Staatsanwalts Vogel. Ja, ich danke schön. Und ich darf weiterfragen und den Vorhalt machen, das also er gesagt hat, auf Seite 746, beziehungsweise erklärt hat, Boger hat die ganze Zeit geschlagen, mindestens 150 Schläge hat der Unglückliche bekommen, während die aus Berlin nur zugeschaut haben. Adios. Więc dzisiaj Pan powiedział, odpowiedzial na pytanie Prakulatula, że Boger bił również Janickiego. Janickiego. Tak jest, tak jest. W swoim zeznaniu poprzednim napisał Pan, że cały czas bił Boger, przynajmniej 150 razy uderzył on tego nieszczęśliwego, a grupa, która przyjechała, siedziała w pokoju i przyglądała się. Ponieważ Janicki dostał więcej jak 150 uderzyń, to były mniej więcej uderzyń w tych dwóch SS-manów, gdzie Boger był i drugi, ten Volkswirt z Rumunii, to oni mniej więcej 50 Ciosów dali Janickiemu. Janicki hat viel mehr als 150 Schläge bekommen. Außer den Schlägen von Boger, da haben noch die beiden anderen mindestens jede 50 Mal geschlagen. Einer von ihnen war ein Volksdeutsch aus Rumänien. Eine weitere Frage. Als Sie gerufen worden sind und sich die Szene mit dem Herdingssalat essen abspielt, befand sich herr Boger in dem Zimmer neben dem Zimmer des Herrn Grabner. Czy w tym czasie, kiedy został Pan zawołany, żeby zjeść tą sałatkę ze śledziową, czy Boger znajdował się w sąsiednim pokoju, kiedy Pan został zawołany do Nieu? Ja? Więc tam stąd dostał Boger przyszedł do pokoju Grabnera. Er kam aus neben Zimmer in das Zimmer von Grabner. Który przyszedł na policynie Zwońka, czy zapomocie nic zina. auf Anordnung von Grabner, ich weiß nicht, durch Klingeln oder irgendeinen Wink. Ich darf Ihnen vorhalten, was Sie in Dezember in der Erklärung aus dem Jahre 1959 gesagt haben. Ich war allein im Zimmer und fragte mich, ob ich Hunger habe, also Grabner fragte, ob Grabner był sam jeden w pokoju i zapytał mnie, czy jestem głodny. Ich konnte aber nicht essen, weil meine Hände auf den rücken gefesselt waren. Grabner öffnete meine Fesseln und rief sofort Boga an, zu kommen. Grabner otworzył kajdanki i zawoła natychmiast Boga rauf żeby przyszedł. Nein, nein, das ist unrichtig. Das ist anders. So wie ich vorher ausgesagt habe, ich kam in das Zimmer von Grabner. Grabner fragte mich, ob ich Hunger hätte. Ich habe gesagt nein, weil ich die Teller bemerkt habe und habe gewusst, was das bedeutet. Grabner mówi, ja, sie nasyce, sie masz poznać moje dobre serce. Da hat Grabner gesagt, heute lernst du mein gutes herz kennen, ich gebe dir was zum essen. Und właśnie tym sposobem porówniewawczym jakim, to ja nie wiem, zjavił się in drugiego pokoju sąsiedniego z Grabner zjavił się oskarżony Boger. Auf irgendwelche Weise gerufen, kam aus dem Nebenzimmer der angeklagte Boger. i Grabner dał policję, żeby mnie Boger nakarmił. Grabner hat dann den Befehl gegeben, dass Boger mir zu essen geben soll. W ten czas ja powiedziałem, że nie mogę jeść, ponieważ mam ręce skutek. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht essen, weil meine Hände gefesselt sind. Also dann hat Grabner meine Handschellen geöffnet i ja dałem się do jedzenia Salatki. Ja und ich begann diesen Salat langsam aufzuessen. Nie mogłem tej Salatki zjadłem połowę. Ich konnte es aber nicht alles aufessen und nachdem ich mit Hälfte fertig war broniłem się jedzenia przed tym broniłem się jedzenia Boger mnie bił. Die Frage ist beantwortet. Już Pan odpowiedział na pytanie. darf zum Abschluss den Antrag zu protokoll geben die orginal erklärung des Herrn Kral die er im Jahre 1959 abgegeben hat beizuzieren. Herr Reisnerwald wir haben den Zeugen so verstanden als ob er dem Herrn Profesor Smolene mündlich das gesagt hätte was nachher von dem Herrn Profesor Smolene niedergeschrieben worden ist. Stimmt das? Ja. Ja. Weil ich krank war. Betleger ich krank. Dann habe ich die Frage. Hat er diese Erklärung unterschrieben vorher gelesen? Wieso wissen sie Sie fragen, ob er sie unterschrieben worden ist. Also ich erkläre noch einmal, ich war krank, sehr krank und ich wollte so schnell wie möglich ihm alles sagen, dass er fortgeht und dass er mich nicht mehr über Boga fragt. Die Frage ist nicht beantwortet. Nein, ich habe nur so diktiert, aber ich habe nicht gelesen. Hat er etwas unterschrieben? Ja, ich habe unterschrieben. Ja, dann bräuchten wir die Erklärungen trotzdem. Ja, wir werden sehen. Herr Vorsitzender, dürfte ich kurz dazu Stellung nehmen? Der Herr Smolin wird demnächst hier als Zeuge vernommen werden. Er hat Gelegenheit, hierzu auf Befragen des Gerichts oder der Verteidigung seine Angaben zu machen. Im Übrigen bitte ich das Gericht einmal festzustellen, das sind zwei Seiten, noch nicht einmal zwei Seiten hier, während der Zeuge uns heute eine ganz ausführliche Schilderung gegeben hat, die viele Seiten umfassen würde. Wenn man das berücksichtigt, ist meines Erachtens dieser Beweisantrag nicht demnächst stattzugeben, sondern das kann durch geeignete Befragung des Herrn Smolin festgestellt werden. Dann müssen wir genau wissen, was in dieser polnischen Aussage drinsteht. Dann können wir den Herrn Smolin dazu hören. Beides ist notwendig. Wir brauchen die Erklärung und wir haben dazu den Herrn Smolin zu hören. Herr Zeuge, am Tage Ihres Geburtstages am 14. Januar 1943 waren Sie im Stehbunker. W dnü Pana urodzien, 14 stycznia 1943 r. znajdował się Pan wunker stojącym. Ja. An diesem Tage ist Ihr kamerad Kurt Pachala gestorben. W tym dniu zmarł Pana towarzysz Kurt Pachala. Ja. Hat Kurt Pachala neben Ihnen im Stehbunker eingesessen. Czy Kurt Pachala znajdował się w celi obok Panu? Drugi celi, nr 2. Er war in der Celle nr 2. Er war in der Celle nr 2. Celle nr 2, das heißt im Stehbunker. To znaczy w bunkrze stojącym. Ja. Wie lange war Pachala dort im Stehbunker? Jak długo znajdował się Pachala w bunkrze stojącym? Pachala był, ponieważ Pachala już był, uważam, że był gdzieś koło 4 dni, ponieważ nie dostał jedzenia. Er war ja schon, er war ja schon im Stehbunker. Also ich denke mir etwa 4... Er sagte mir auch, er war schon 4 Tage... Er war ja schon 4 Tage... Er war ja schon 4 Tage... Gut, dann will ich anders sagen. ...dass er schon 4 Tage da ist, er hat mir gesagt, dass er schon 4 Tage etwa da ist und nichts zu essen bekommen hat. Als Sie eingeliefert wurden in den Stehbunker. Ja, als ich da im... Und Pachala war, Herr Pachala war die ganze Zeit, während Sie im Stehbunker waren, auch im Stehbunker. I Pachala był przez cały czas... Bis er gestorben ist. Pachala był do śmierci. Nein, bis er gestorben ist. Do tego czasu za nim umar. Ja, bis er gestorben ist, die ganze Zeit. Und Pachala lag vor ihrem Stehbunker, nachdem er gestorben war. Und zwar? Nein. Nein. Diese Frage ist nicht. Nein. Nein. Pachala umar im Stehbunker Nummer 2. Pachala staade im Stehbunker Nummer 2. Nach seinem Tod wurde er aus der Stehle rausgezogen. Und zwar durch den oberen Schafira Geringa und den zweiten SS-Mann. Und zwar durch den oberen Schafira Geringa. Hier wurde er aus dem Stehbunker rausgezogen und lag vor Ihrem Stehbunker. Nach seinem Tod lag er hier vor Ihrem Stehbunker. Also hier in der Mitte zwischen den beiden Zellen, eins und zwei. Also das sind Stehbunker gewesen. Wenn ich Ihnen nun vorhalte, um Ihre Erinnerung zu stärken, dass der Zeuge Pilecki mit großer Sicherheit nach mehreren Vorheiten gesagt hat, gerade Pachala war überhaupt nie im Stehbunker. Was sagen Sie dazu? A co Pan powie na to, że świadek Pilecki na kilkakrotne zapytanie powiedział, że Pachala w ogóle nie był w Bunkrze stojącym? Wobec tego, jeżeli ktoś schmiede twierdzić, że Pachala nie był w tej Bunkrze, więc uważam, że przeciwko takiemu, przeciwko koledze Pilecki widocznie nie pamięta w ogóle, co się działo w Bunkrze i nie wie, co się działo na Bloku 11. Wenn jemand die Stirn hat, so etwas zu sagen, also wenn der Kamerad Pilecki so etwas sagt, dann erinnert er sich nicht daran oder er weiß nicht, was im Bunker überhaupt geschehen ist. In dem Stehbunker gab es keinen Zutritt für niemanden, nur die SS-Männer durften. Ja, das ist richtig. Ich halte es ihm ja nur vor. Er bleibt trotz vorhaltens bei dieser Aussage. Więc pozostaje Pan, mimo to, że Panu advokat powiada, że świadek Pilecki powiedział, że Pachala nigdy nie był w Bunkrze stojącym, pozostaje Pan przy swoim twierdzeniu, że Pachala był w Bunkrze stojącym? Ja twierdzi to, co ja przeżyłem i widziałem. Ich sage das, was ich selbst erlebt und gesehen habe. Zunächst hätte ich die Vorfrage, ist dem Zeugen während seiner Zeit in dem Bunker auch die Person des Bunkerführers oder wie man den anderen Schlage bekannt geworden. Czy podczas Pana Pobytu w Bunkrze znanym była Pana osoba tego Bunkerführera Schlage? Ja, ja, ja słyszałem takie nazwisko Bunkrze tylko jeszcze było estaba dwa SS-Männerów. Ja, dokładnie sobie ja dokładnie nie przypominam, ponieważ... Aber genau kann ich mich nicht erinnern, weil ich in jedem Fall dermaßen zugerichtet war, dass ich mich für nichts mehr interessiert. Sie hatten aber vorhin gesagt, Ihnen seien noch andere Angeklagte bekannt und wir möchten Sie bitten, uns zu sagen, was Sie von Ihnen wissen. Aber Sie haben vorhin gesagt, dass Sie mit Ihnen wissen, dass Sie mit Ihnen die Oskargetein sind. Bitte, Sie haben mit Ihnen gesagt, wer und was Sie wissen. Ich bin mit Ihnen mit dem Pracowice der Politikpolitischen Abteilung, Dilewski. Also mir bekannt sind die Angehörigen der politischen Abteilung, Dilewski. Dilewski, stark. Stark. Dann Lachmann, Lachmann auch. Kaduk. Kaduk. Kler. 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 Untersturmführer. Untersturmführer. Mulke. Obersturmführer Mulke. Obersturmführer Mulke. Die Leute, die ich kenne noch. Ich kenne noch mehrere Menschen, aber die sind hier nicht auf der Anklagebank. Nun, zunächst, wieso haben Sie den Obersturmführer Mulke kennengelernt? Ja. Und wo haben Sie ihn gesehen und wo haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe ihn bei der Selektion vor der Küche gesehen. Wollen Sie uns das mal näher schildern, was das für eine Selektion war? Das war eine Selektion, die Häftlinge, die krank waren, weil sie nicht notwendig waren, weil sie nur Brot gegessen haben und nicht arbeiten konnten, da wurden sie eben in die Gastkammer gebracht. Ja. Und wie spielte sich diese Selektion ab? Und wissen Sie bestimmt, dass Sie den Obersturmführer Mulke dort gesehen haben? Und wie Sie wissen, dass Sie den Obersturmführer Mulke gesehen haben? Ja. Ja. Ja, den Adjutanten des Lagers des Lagerkommandanten Hösse. Ja, was hat er dort getan bei dieser Selektion? Mulca war passiv. Er stand und dirigierte nur und die anderen haben die Kranken ausgesucht. Er stand und was tat er nur? Passiv. Er war passiv. Er dirigierte nur und die anderen suchten die Kranken aus. Wissen Sie sonst etwas von dem Obersturm für Mulca? Nein, weil dieser Fall ist mir bekannt, weil dort ein Haufen Menschen war aus dem Kommando Neubau. Ja, die damals mit zur Vergasung kamen. Wann war das ungefähr? Das waren 42, etwa in der Sommerzeit oder vielleicht im Herbst, in der zweiten Hälfte. Dann haben Sie gesagt, Sie kennen den Angeklagten Klär. Woher kennen Sie ihn? Den Klär kenne ich als Sanitäter im Krankenbau aus dem Block 20. Wo Sie selbst gelegen haben? Ja, kann ich sagen. Ja, ich lag dort, als ich Typhus hatte. Wissen Sie etwas davon, dass Klär auch sogenannte Selektionen durchgeführt hat? Ja. Und was wissen Sie davon und wie ging das vor sich? Doch, also, wie? Ja, ich war jetzt und wie. Ja. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Du bist hier jetzt. Ja, ja. Ja, ich bin hier überraschend. Jungs. Ja, ja. Ja, ich bin hier. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sie lernten den Bauhandwerk, weil solche Leute fehlten. Wir bauten damals den Block 15. Ich war bereits aus der Strafkompanie im Lager, ich war nicht mehr in der Strafkompanie. Damals, als die Selektion stattfand, als der angeklagte Kler. Da war ich nicht mehr aus der Strafkompanie, da haben wir gebaut. Und aus dieser Gruppe von Jugendlichen wurden 28 ausgesucht und in die Richtung Krankenbau geführt. Durch den Sanitäter Claire und den Shopper. Ich beauftragte einen von den Häftlingen, er so möge aufpassen, was mit diesen Kindern geschieht. Und er sagte mir, sie wurden auf den Block 20 gebracht. Nach anderthalb bis zwei Stunden erfuhr ich, dass diese Kinder an der Wand des Blocks 28 liegen, von der Seite des Theatergebäudes, dass sie dort tot liegen und blau angelaufen sind. Blau, blau-rötig sind. Wissen Sie etwas davon, ob der angeklagte Claire mit Phenol Menschen zu Tode gebracht hat? Das war kein Geheimnis im Lager. Aber Sie selbst haben es nicht beobachtet. Alle Pansamte wurden nicht beobachtet? Nein. Nein. Ich konnte das nicht beobachten. Das werden diejenigen wissen, die dort gearbeitet haben in dem Block. Und wann war diese Selektion mit den 28 Jugendlichen? Ich kenne die Selektion. Das war 41, etwa im Herbst. Was wissen Sie von Kaduk? Was wissen Sie von Kaduk? Kaduk, Oskarzony Kaduk, war einer der krankhaften Sadisten. Ich erinnere mich an solche Einzelheiten, die mir haften geblieben sind, weil sehr viele Einzelheiten bereits in meinem Gedächtnis entschwunden sind. Es gibt aber Fälle, die man niemals hat. Ich erinnere mich an das Jahr 1942, das war im Sommer, etwa. Bei einem Appell, als wir zwischen den Blocks standen, zwischen den Blocks 15 und 16, Damals war Kaduk Stellvertreter des Blockführers. Das war nur einmal, dass er diese Funktion übernahm des Blockführers von Block 7a. Er nahm den Rapport. Der Rapport wurde von Palic entgegengenommen und Palic hat es weiter an den Lagerführer Aumeier weitergegeben. Ja, und warum ist ihm das so besonders wichtig? Und warum ist das so besonders wichtig? In diesem Anblick, als der Befehl fiel Mützen ab, Verspäteten sich bei uns mit der Abnahme der Mützen zwei Häftlinge. Also wir zogen die Mützen nicht gleichzeitig ab. In diesem Anblick, als der Befehl von Palic, von dem Rapport für Palic, fiel ab. Nach dem Appell bereits, da ließ uns Kaduk unseren Block dort stehen und ließ die Häftlinge auftreten, die sich mit der Abnahme der Mützen verspätet haben. Zwei Häftlinge kamen darauf. Man konnte sehen, dass es die Häftlinge waren, die an diesem Tag ins Lager gekommen sind. Sie waren noch nicht braun gebrannt, sie waren noch nicht beschmutzt, sie hatten noch saubere Kleidung. Eine war Pole und der andere war französisch. Ein Jude war das, der zweite. Ich weiß nicht mehr genau. Es scheint mir, dass er ein französischer Jude war. Da ging der angeklagte Kaduk auf den ersten zu, fragte ihn nach seinem Beruf und wie alt er ist. Er schlug ihn viermal in den Kiefer und da die SS-Männer so mit der Handfläche schlugen. Und aus diesem Grunde fiel der Häftling nicht um. Nein, der Häftling nicht wusste, dass er nicht die Häftlinge wusste. Der Häftling kannte noch nicht die Sitten des Lagers und der SS-Männer und fiel nicht um. Wir flüsterten ihm zu, du musst fallen, du musst fallen. Das war nämlich unmöglich. Wenn ein SS-Mann einen Häftling schlug, musste der Häftling fallen. Die alten Häftlinge, die wussten, dass sie schon die Regeln kannten. Dieser Häftling fiel aber nicht um. Obok, 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 stał Stół zbrojarski, gdzie zbrojarze pracowali. Zbrojarze, do giencia желaza, Eisenbüger. Eisenbüger. Daneben stand ein Hocker, worauf die Eisenbüger gearbeitet haben. Büger wahrscheinlich, Eisenbüger nehme ich an. Zbrojarze, do betonu, zelazo, sie sich gnie. Ach so, die... Eisen wurde dort darauf gebogen. Stół, das war ein Tisch. Ein langer Tisch, worauf das Eisen gebogen wurde, für den Beton arbeiten. Eisenbeton arbeiten. Eisenbeton arbeiten. Eisenbeton arbeiten. Den Sass Kaduk wściek sie. Der Kaduk wurde wütend. Zlapał kawał pręta żelaznego. Er nahm ein Eisen... ...e... 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 ...dass er sofort umfiel. Und man konnte sehen, dass der Kopf in zwei... ...e... ...fass... ...geschlitter schlagen wurde. Dann kam er zu dem Zweiten. Widać było, dass er ein Żyd war, weil er einen Stern trug. Er... ...kazał mu sie położyć na plecy, na ziemi. Er... ...befiel ihn, auf den Rücken sich zu legen, auf die Erde. Er... ...wziął... ...ten prän, który trzymał w garści, i założył mu krawat. Er nahm... ...dies Eisen, was er in der Hand hatte, und hat ihm eine krawatte daraus gebunden. Er... ...nie gebunden, tylko... ...założył mu krawat, tak? Er... ...sehr krawat, ja... Er... ...ja wytłumaczy. Er... ...muss das erklären, wie das ist. Wie... Er... 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 Das nannte man sow... ...die Krawatte bin. Er... 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 ...wienzień kłaß sie, na plecy, na podłodze. Er... der Stil wurde ihm auf den Hals gelegt. Es musste nur ein Stil sein, es brauchte nicht den Stil zu sein. Alles, was man gerade unter der Hand hatte, der Stil wurde dann auf den Hals gelegt und darauf getreten. Der Heftling konnte sich nicht wehren dabei. Es war interessant, dass der Heftling sich nicht wehren konnte. Nur zweimal hob er die Füße hoch, so ungefähr 2 Meter. Halb Meter oder ein Meter hoch. In diesem Fall legte Kaduk den Stil auf den Hals des Häftlings und manchmal war das so, dass die SS-Männer das selbst getan haben. Manchmal riefen sie auch jemanden zu Hilfe. In diesem Fall stellte sich Kaduk auf die eine Seite und rief den zweiten Heftling aus der Reihe. Er sollte sich da auf das andere Ende stellen. Und auf diese Weise erwürgte Kaduk den Häftling. Das war die erste Hälfte 1942. 1942. Kaduk hat damals auf die gleiche Weise einen Häftling erwürgt, dafür, dass er Kartoffeln in einer Kaminleitung gebraten hat. Ich bitte Sie um eine Pause. Ja. Wir hätten an sich ganz gern noch vielleicht 20 Minuten uns den Zeugen angehört, und um nachher die Mittagspause zu machen, wenn es Ihnen das möglich wäre. Ja. Ja. Ja, ich fühle mich schlecht. Wenn Sie also pünktlich in die Pause eintreten. Ein bisschen weiter. Die Kruppel, Kruppel, die 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 Kruppel. Ich kann das Hälfte. Ich kann das Hälfte. Bitte? Ja. Ja. Wie er uns eben geschildert hat, diese beiden Juden, die... Nicht beide Juden. Ein Jude und ein Pole. Oder ein Jude und ein Pole, die nicht rechtzeitig gegrüßt hatten. Die Mützen nicht rechtzeitig abgenommen haben. Oder die Mützen abgenommen hatten, wie sie wollen. Da hatte er doch geschildert, der eine sei von ihm viermal geschlagen worden auf den Kiefer, und weil er nicht umgefallen sei, habe Kadok ein Rundeisen genommen von dem Eisenbiegertisch und habe ihm damit auf den Kopf geschlagen, sodass der Kopf gespalten gewesen sei. Ja, fast gespalten. Ja, fast gespalten gewesen sei. Dann hätte er den anderen sich auf den Boden legen lassen und hätte ihm diesen, einen Stiel auf den Hals gelegt. war das dieselbe Rundeisen, womit er vorher den anderen geschlagen hatte. Das war das selbe Rundeisen, noch mit Blut befleckt, was er gerade unter der Hand hatte. Und nun hat er gesagt, der Häftling konnte sich nicht wehren. Er versuchte zwar, die Füße einmal hochzunehmen, aber dann hat Kadok sich auf die eine Seite gestellt und auf die andere Seite stellte sich der zweite Häftling. Er hat also einen zweiten Häftling aus der Reihe herausgerufen, der musste sich auch darauf stellen. Er hat also zwei Schritte etwa vorwärts. Er hat also zwei Schritte etwa vorwärts. Er hat also zwei Schritte etwa vorwärts. Er hat also zwei, drei Schritte vorgegangen. Er hat also zwei, drei Schritte vorgegangen. Er wollte sich irgendeinen Häftling aus der Reihe. Ja. Dieser Häftling, der so behandelt wurde, war tot nach dieser Behandlung. Er quälte sich nicht lange ab. Das waren sechs bis sieben Minuten. Weil sie hier diese Stelle da durchgerissen wurde. Und bei dem ersten, der da den Kopfbald gespaltet hatte, war der auch tot. Der war sofort tot. Die beiden waren Leichen. Herr Staatsmann, diese Fälle sind nicht angeklagt. Es ist angeklagt bei dem angeklagten Kadok, dass er Häftlinge mit der Halsschaube zu Tode geführt hat. In einer unbestimmten Anzahl Fällen. Ja. Dann hatten Sie uns jetzt noch eine Frage. Wann hat sich das etwa abgespielt? Sie sagten im Sommer 1942. Im Sommer 1942. Das war 1942 so die zweite Hälfte. Ja. Die zweite Hälfte auch. Und in der ersten Hälfte, da war die andere Sache mit dem Keller auf Block 17. Und was spielt sich da in dem Keller ab? Wieso erwirschte Kadok da ein Mensch? Und was war das? Warum hat er dann in der Kirche, in der 17-Block 17, untergebracht hat. Und dann kam gerade in der Kirche. Kadok war ein von einer anderen Säden. Der angeklagten Kadok war der zweite von diesen krankhaften Säden. Er liebte, die Menschen zu erwürgen, also diese Krawatte zu legen, nach dem Schmutz zu suchen, nach den Läusen zu suchen. Und er liebte, die Häftlinge zu erschießen, aus der Pistole zu erschießen, wenn sie zu flüchten versuchen, wenn er gerufen hätte, stehen bleiben und der andere nicht stehen blieb. Er suchte immer, ob die Häftlinge irgendetwas in den Blocks tun, ob sie nicht irgendwo auf den Blocks die Kartoffeln braten, ob sie nicht irgendein Essen organisieren oder nicht. Er guckte, ob da nichts geschieht, ob die Leute nicht miteinander sprechen. Er war damals Blockführer. Er hatte Zeit, herumzugehen. Damals, als er diesen Häftling erwürgte, auf dem Block 17 im Keller, Er rief einen anderen Häftling, unter denen, die dort arbeiteten, dass einer kommen möchte, um sich auf das zweite Ende zu stellen, um zu erwürgen. Er hat einen Häftling, um zu entrepreneurial und zu widersetzen, um zu erwürgen. Er hat einen Häftling, um zuième, zurück zu laufen, aber er hat einen Häftling nachvollziehen und er hat diesen Häftlinge. Er hat einen Häftlinge, um ihn auf ihn herumzielen, um zu laufen. Er hat einen Häftlinge nach dem Häftlinge mit dem Häftlinge gedreht und um ihn zu。 Er zog dann die Pistole auf diesen flüchtenden Häftling und schoss auf ihn. Er traf ihn hier in den Becken. In den Becken, er verwundete ihn. Und dieser Häftling wurde später von Kaduk erledigt. Er trat ihm auf den Hals und erwürgte ihn. Da waren damals zwei Leichen. Ich möchte nicht mehr von Kaduk erzählen. Weil wenn ich nur das Wort Kaduk höre, kriege ich so einen richtigen Zusammenbruch. Ich stehe dann kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe Angst. Er war ein krankhaftes Sadist. Ja, nun ist es dann doch vielleicht besser, dass wir jetzt die Pause schon einlegen und bis um halb zwei eine Mittagspause machen. Vielleicht kann uns dann der Zeuge das eine oder das andere noch näher sagen. Die Sitzung wird unterbrochen. Herr Zeuge, Sie hatten uns heute Vormittag zuletzt geschildert von dem angeklagten Kaduk. Diese beiden Fälle. Przed Przerwem. Pan opowiadał nam w końcu o oskarżonym Kaduku, o tych dwóch wypadkach. und waren stehen geblieben bei der Schilderung von der ersten Hälfte 1942. Als sie Zeuge waren davon, dass der angeklagte Kaduk im Keller des Blocks 17 einen hässlichen Hälfte er hat. Wir möchten Sie bitten uns noch zu sagen, wieso es dazu gekommen ist, wo Sie das beobachtet haben und was Sie im Einzelnen gesehen haben. W jaki sposób do tego doszło, może Pan powie, skąd to Pan widział i jak się to wszystko, i co Pan widział? Das Komando Neubau hatte unten im Keller des Blocks 17 das Magazin, so ein Büro und die Werkstatt. Dort haben wir ja gearbeitet. I tam właśnie widziałem ten wypadek, który uprzednio opowiedziałem. Und dort habe ich eben diesen Fall gesehen, den ich vorher geschildert hatte. Und wie kam es dazu? Jagdute Godosho. Weil ich ja dort auch gearbeitet habe, befand ich mich auch im Keller. Ja. Und was geschah dort? Warum vor allen Dingen hat Kaduk sich diesen Heftding vorgenommen? Dlaczego Kaduk właśnie, przede wszystkim, dlaczego Kaduk wziął sobie tego węgnia właśnie? Nur von Peksi miaki w kominie. Weil er die Kartoffel gebraten, gebacken hat im Kamier. Er hat sich Kartoffel gebacken. Gehörte dieser Heftling auch zu dem Kommando Neubau? Czy ten więzień należał również do Kommando Neubau? Ja. Ja. Und nun schildern Sie doch einmal, wie das nun im Einsten gewesen ist. Proszę w szczegółami opowiedzieć, jak to w szczegółami miało miejsce. Wiec myśmy pracowali w tym bloku, w 17. biwnicy. Były magazyny, biuro takie małe, Neubau. Byli zbrojarze i byli więźniowie, którzy wykonywali wyciory do kuminów, taki betonowy. I pewne więźniowie zorganizowali sobie parę ziemniaków. Ja, in diesem Block, Block 17, da befand sich ein Magazin und ein Büro. Und dort arbeiteten auch die Eisenbieger. Und einer von den Häftlingen dort hat sich ein Paar Kartoffeln organisiert. Er hat sie aufgespießt auf dem Draht. Ja. I włożył je do kumina. Steckte sie im Kamin hinein. I wieszył je na drutje, żeby nikt mnie nie widział. Ale i oskarżony Kaduk wszedł do piwnicy zelem Pszkontrolowania, co się dzieje. Ponieważ on był takim kończym Pszem, jak byśmy go nazywali. I on poczuł, że gdzieś pieką się ziemniaki. I on pytał się, kto piecze, gdzie ziemniaki. On nie mógł się spośrzeć, gdzie się ziemniaki pieką. Er fragte, wer i wo die Kartoffel gebacken werden. Er konnte nämlich nie merken, wo sie gebacken werden. Ale zauważył więźnia, który miał pobrudzoną buzię od upieczonego ziemniaka. I on wziął się i zapytał się i dostał parę razy. I on wziął się i zapytał się i dostał parę razy. I ten więźń, on był dosyć dobrze zbity. I ten więźń przyznał się do tego, że on też miałki piecze. Der Häftling, der war schon ganz schön zusammengerichtet, der hat zugegeben, dass er derjenige ist, der die Kartoffel gebacken hat. Więc Kadok w tymczas oświadczył, no więc ja teraz ci dam reszty do zjedzenia. Also erklärte Kadok darauf, jetzt werde ich dir den Rest zum Essen geben. Położył go na ziemię, założył mu krawat. Er legte ihn auf die Erde, warf ihn auf die Erde, legte ihm die Krawatte an i zaprosił drugiego więźnia, żeby stanęł na jeden koniec. Ten więźń przyszedł, stanęł na jeden koniec, ale nie wytrzymał widoku i zaczął ucieczać. Z tym Kadok wyciągnął pistolet i strzelił do więźnia. Darauf nahm Kadok die Pistole und schoss auf den Häftling, który uciekł. Der flüchtete. Er traf ihn im Becken. Obu dwoje więźni zostali przez kolegów odniesieni na kierunku Krankenbau. Die beiden Häftlinge wurden von den Kameraden in Richtung Krankenbau fortgebracht. Was mit dem Angeschossenen geworden ist, weiß ich nicht, weil ich ihn nicht mehr gesehen habe. Er kam nicht zurück zum Kommando. Und der andere? Ah, den inni? Der erste, der war doch sofort an Ort und Stelle erwürgt. Der hat doch den einen erwürgt. Es handelt sich nur um den zweiten, um den Angeschossenen. Ja, nun sagte doch gerade der Zeuge, der Häftling, den er gerufen hatte, ging sofort flüchtig. Der konnte das nicht ertragen und lief weg. Der war schon der Häftling tot, der am Boden lag. Nein. Pan powiedział, że ten drugi więzień, który stanął na drugim końcu, nie mógł wytrzymać widoku i zaczął uciekać. Tak. On nie mógł wytrzymać widoku, bo ten pierwszy już zmarł? On już był mniej więcej na półnie żywy. Kadł wstał na jednym końcu, strzelił i nastąpił drugą nogą na drugi koniec i jego zadusił. Der war so halb tot bereits. Nach halb tot war er bereits. Der Kadł, nachdem er geschossen hatte, stellte sich selbst auf das andere Ende und erwürgte. Sodass der Häftling dann völlig tot war. i ten sposób ten pierwszy zmarł. Ten pierwszy był na miejscu nie żywy, był zaduszony. A ten drugi... Der erste wurde dann erwürgt, eben an Ort und Stelle, und der angeschossene... Ten drugi leżył w Piwnicy, i Kadł Daurowska, odwiesch te gwęśni na... na ten... krankenbau... Der lag im Keller und der Kadł Daurowska, hat einen Befehl gegeben, ihn in Richtung... krankenbau zu bringen. Und was geschah mit dem anderen? Der angeklagte Kadł, ging dann mit den Häftlingen zusammen, die den angeschossenen Häftling in Richtung krankenbau fortbrach. Und was geschah mit der Leiche des anderen? A z euch ist taustruppen, der Kopieruszeko? Ona prawdopodobnie została do Kostnicy odniesiona, gdzie... która się znajdowała na dwudziestym, ozmem Bloku w Piwnicy. Die Leiche wurde voraussichtlich in die Leichenhalle in den Keller des Blocks... 28... gebracht. Das weiß der Zeuge, aber nicht aus Aichnamen. Aber tego Pan nie wies, was Nego wierdził. Nein, bo ja nie patrzałem się, ja nie... ich nie śledziłem tego, dalej... Nein, weil ich nicht zugeschaut habe, ich habe nicht weiter beobachtet, was da mit der Leiche weiter passiert. Das war Ihr Erlebnis mit dem angeklagten Kadłuk. To było Pana przeżycie z oskarżonym Kadłukiem. Tak. Ja. Sagen Sie bitte, Sie haben heute vormittag von dem Obersturmführer Mulka gesprochen. Wieso wussten Sie damals, als Sie ihn gesehen haben, dass es sich um Mulka handelte? Ja. Ja. Wir wussten, weil wir die Dienstgrade der SS-Männer im Lager kannten. Wir waren doch schon alte Häftlinge im Lager. Wir kannten ja die Leute mit Namen. Höss und Palic und Fritsch, und wie? Palic, Fritsch, Seidler. Seidler. Rapport für Fizze, Hessler, Schoppe, Friess, Friess und andere, viele andere. Grabner, Wojnica. Herr Zeuge, ich glaube Ihnen das ja, nur ist mir eins unverständlich. Hat sich denn der angeklagte Mulka öfter sehen lassen in dem Lager? Er war mehrere Male im Lager, aber er nahm nicht so einen besonderen Teil. Ich habe Mulka auch außerhalb des Lagers ebenfalls gesehen. Sie haben dann außer der Person Lachmann, die wir heute nicht näher beleuchten wollen, von einem angeklagten Stark und Dylewski gesprochen. Was wissen Sie von Stark? Was wissen Sie von Stark? So, Panu ist wiedomem o Oskarżonym Starku, Pan wspomina o Starku und Dylewskiem jeszcze dzisiaj. Tak. Oskarżonego Starka znam, kiedy Kompania Karna pracowała w obozie przy Wykopach Bloku 15. den Angeklagten Stark kenne ich aus der Zeit, als die Strafkompanie bei den Ausgrabungen des Blocks 15 tätig war. Und ich kannte ihn als Angehörigen der politischen Abteilung. Weil er oft auf den Block 11 ging. Na, und solche Leute, die waren den Häftlingen im Lager bekannt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, bei der Strafkompanie, in der ich mich auch damals befand, war gerade dort bei den Ausgrabungen des Blocks 15 tätig gewesen. Die Häftlinge, die die Erde nach oben herauswarfen, mussten, die Zivilisten angesehen haben, die Stark geführt hatte. Ponieważ Stark spędził tą całą Gruppe do Wykopu, w którym było od metra pięćdziesiąt do dwóch metrów Wody. Wykopu był głębokie około 4 metrów. do wykopu, weil stark diese Häftlinge in das aufgehobene Loch, das war tief, so ungefähr vier Meter, vier Meter, ungefähr vier Meter tief war und mit Wasser gefüllt wurde. Na ile? Od półtora do dwóch metrów. Ungefähr von anderthalb bis zwei Meter Wasser da drin war, Stark hat diese Häftlinge hineingetrieben. I wskutek tego więźniowie skacząc z jeden na drugiego dwóch więźni poniósło śmierć przez utopienie. Die Häftlinge sprangen einen über den anderen hinein und dabei zwei Häftlinge ertranken. Byli to, ponieważ wtenczas przyszedł transport, to był drugi transport, kiedy ja przebywałem w kompanii karnej. Da zu der Zeit ein zweites transport, zweiter transport kam, als ich in der strafkompanie war, około około Żydów polskich. Etwa 500 polnische Juden kamen damals. Którzy byli właśnie zatrudnieni również przy wykopach i weźwirowniach w kompanii karnej. i byli właśnie i zatrudnieni i zatrudnieni i zatrudnieni i zatrudnieni po powrotie starka skerunku bloku jedenastego w towarzyswie oberscharfiera Englischala w towarzyswie oberscharfiera Englischala w towarzyswie starke wieder vom Block 11 zurückging und zwar in Begleitung von Oberscharführer Englischal urządzili tej kompanie karnej sport da haben sie mit der Strafkompanie Sport getrieben. ten sport polegał na tym, że więźniowie musieli z góry skakać do wody, pływać, 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 z powrotem wychodzić, schwimmen, wieder raus gehen. Następnie tej kompanie karnej był jeden więzień, Siłacz, nazywano go Izakiem. Dann war in dieser Strafkompanie ein Häftling, Siłacz, man nannte ihn Izak. Siłacz, to było nazwisko? Siłacz, to było nazwisko? Nie, on taki był silny, młody człowiek, był z Isak. Siłacz, to nie jest nazwisko, to było nazwisko, to było nazwisko, to było nazwisko. I jemu powiedzieli następnie tych pływających więźni topić pod wodą. Man befall im, diesen starken Mann namens Izak, die Häftlinge im Wasser zu tränken. Auf diese Weise wurden einige Häftlinge, haben einige Häftlinge den Tod durch Ertrinken erlitten. Schließlich befall man ihm, weil er mit seinem Vater zusammen war, seinen eigenen Vater ertręken. Isak, topiąc swojego ojca, dos zwariował, zaczął krzyczeć i został Isak, während er seinen Vater ertrękte, wurde wahnsinnig und fing an zu schreien. w tymczas stark zastręlił tego Isaka. Und da hat stark diesen Isak erschossen. Następnie mam jedną Prośbę do wysokiego Sądu. Dann habe ich eine Bitte an das hohe Gericht. Und an die Presse auch. że będę mówił o moim koledze. Ich werde jetzt von meinem Kameraden sprechen. i Advokacie nazwiskiem Erich Seydon i und von einem Rechtsanwalt quantitative z od z Erych oute Koffَ jak za jedna ds Z Z z Z OC z tak i o und von einem Rechtsanwalt namens Mańka aus Katowice, die wurden eben von Stark getötet und misshandelt. Ich habe den Eltern dieses meinen Kameraden versprochen, das sind alte Leute, so um 70 Jahre. Ich habe ihnen niemals erzählt, weil sie mich gefragt haben. Sie haben mich gefragt, was mit ihrem Sohn geworden ist. Ich habe ihnen gesagt, ich weiß nicht, was mit ihm geworden ist, aber ich nehme an, er sei geflüchtet. Und diese Eltern, sie leben bis heute in Hoffnung, dass der Sohn irgendwo lebt. Sein Bruder befindet sich in England. Und die sind allein in Polen. Von wem spricht er jetzt? Von diesem Kameraden. Ja, von dem Schädel. Von dem Schädel. Von dem Schädel. Von Schädel. Von Schädel. Mädchen. Von dem Schädel. Von den Schädel. Von der Klagen. war. Ich nehme an, dass diese Leute von vorne an bestimmt waren, dass sie getötet werden. Weil ich gesehen habe, wie stark direkt an meinen Kameraden ging, in Begleitung von dem Oberscharführer Stivitz. Und er sagte zu ihm, warum arbeitet er so langsam. Wir haben zu dieser Zeit in der Kistgrube gearbeitet, hinter der Küche. Damals hat Stark ihn mit dem Schaufel still geschlagen, als er gebückt stand hier am Hals. Er war ein starker Junge. Er schrie dann auf, Jesus, Maria, man töte mich. Stark hat gesagt, jetzt hilf dir die schwarze Madonna. Zusammen mit Stivitz tötete der Angeklagte stark meinen Kameraden auf furchtbare Art und Weise. Das war in der Kistgrube in der Tiefe von etwa 6 Metern. Und in der Entfernung von etwa 4 Metern von meiner Arbeitsstelle. In der Strafkampagnen gab es eine bestimmte Regel, dass die Häftlinge, die an diesem Tag zum Tode bestimmt wurden, musielten sie eine Bar mitnehmen. Eine Trage. Das waren so vier Stäbe, zwei quer und zwei längst gestellt. Die Häftlinge, die alten Häftlinge, die haben gewusst, jeder, der so eine Ware, so eine Trage mitnimmt, der wird dort bleiben. Der wird wieder zurückgebracht darauf, aber bereits als ein Tode. Das selbe geschah mit Erich Scheidon und dem Rechtsanwalt Mańke. Mańke wurde etwa 10 Meter von mir entfernt getötet auf dieselbe Weise wie Erich Scheidon. An diesem Tag brachten wir 10 Häftlinge auf den Block 11. Weil die Leichen auf den Block 11 gebracht werden mussten, um die Stärke festzustellen, ob die Zahl übereinstimmt oder nicht. Später wurden diese Leichen auf den Block 28 gebracht in die Leichenhalle. von dort wahrscheinlich sicher wurden sie ins Krematorium gebracht. In das Krematorium Nummer 1. Das war hinter der politischen Abteilung. Herr Zeug, Sie haben uns eben zwei Vorfälle geschildert. Und zwar den ersten Vorfall, wo diese drei Häftlinge in ein Loch mit Wasser getrieben worden sind. Ich habe nicht recht mir ein Bild machen können, ob es sich bei diesen drei Häftlingen um solche Leute handelte, die mit ihnen zusammen bei diesem Neubau-Kommando waren. Ich kann mich nicht richtig vorstellen. Czy die drei, das waren die Leute, die zusammen mit Herrn in Kommandien Neubau waren? Nein, das war noch nicht das Kommando Neubau, sondern die Strafkompanie. Strafkompanie. Waren das Kameraden von Ihnen, die mit Ihnen zusammen in der Strafkompanie waren? Ale to bili pana koalese, którzy z panem razen prasowali w tej karne kompanie. Takik, Scheidun był mui kollega, który był razen zemnom arrestowani i sonzone przesun narodowi w Viedniu. Scheidun wird zusammen mit mir verhaftet und auch in Wien von dem Volksgericht verurteilt. Ja, ein freigesprochen worden ist eher, ja. Czy on był też zwolniony, tak jak pan? Nie, on został zabity przez... Nie, 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 wtedy w Viedniu. Tak, tak, tak. Wtedy w Viedniu. Tak, tak, tak. Er wurde auch, ja. Auch freigesprochen. Jetzt spreche ich aber nicht von Scheidun und nicht auch von Mein K., sondern von dem ersten Fall, wo uns der Zeuge geschildert hat. Ale my nie mówimy o tym wypadku z Mańką i z Scheidunem tylko o pierwszym wypadku. Tylko mówimy o wikopie bloku pitnastego. Ja, bei den Ausgrabungen des Blocks 15. Ja, da möchte ich gern zunächst wissen, ob diese drei Häftlinge Mitglieder der Strafkompanie waren, wie auch der Zeuge. Czy tych trzech wieźniowie, to byli też jak pan członkowie Kompanie Karny? Tak jest. Jawohl. Ja. Tylko z transportu żydowskiego. Aber sie waren nur aus einem jüdischen Transport. Ja. Sie waren aus einem anderen Transport, waren aber dann in die Strafkompanie gekommen, genauso wie der Zeuge. Sie kamen in die Strafkompanie etwa zwei Wochen später. Ja. Nun hat der Zeuge seine Erzählung eingeleitet mit den Worten, dass Stark zunächst zum Block elf gegangen sei und dann mit einem gewissen Engelschar oder so ähnlich wieder zurückgekommen wäre. Z początku Panna, czy Pan zaczou tego, że on szedzt, a skarżony Stark szedzt w kierunku Bloku jednostego i później pośnił z tym drugiem Engelschar. On szedzt w kierunku Bloku jednostego i prowadził ze sobą trzech Zivili. Ja. Er ging in Richtung des Blocks elf und führte drei Zivilisten mit. Und die hat er dort irgendwie zurückgelassen im Block elf. Ja. 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 Nein, das war ein Irrtum mit dem Schilach. Schilach bedeutet Kraft. Wie heißt das? Schilach? Schilach bedeutet Kraft, aber er meinte Schilach im Sinne eines sehr starken Mann. Eines Athleten, ja. Ein Athlet ist so ein starker Mann. Und Isaac war der Vorname von diesem starken jungen Mann. Das war nur so ein Neckname, so hat man ihn genannt. Die SS-Leute nannten ihn so. Und da habe ich also den Zeugen insofern falsch verstanden, als ich ursprünglich der Auffassung war, von diesen drei Häftlingen, die er da weggebracht hatte, hätte er zwei ins Wasser getrieben und ertränkt. Das ist nicht wahr. Nein. Nein, nein. Ich wiederhole, wenn Sie wollen. Nein, das ist mir klar. Er kam zurück, hat dann zusammen mit Engelschall die Leute, die da arbeiteten, sogenannten Sport treiben lassen, indem er sie ins Wasser hetzte und wieder heraus. Sie veranstalteten dann zusammen mit dem Engelschall Sport in der Strafkompanie. Ja. Und wie viele Menschen sind da im Wasser umgekommen? Etwa zwanzig. Etwa zwanzig. Wissen Sie? Außer diesen dreien. Außer diesen dreien, nämlich außer dem... Wissen Sie, wo meinst du es schon mal? Schucham. Bitte? Er hat zwei gesagt. Er hat zwei gesagt. Er hat zwei gesagt, so. Und das war so der Schädorf und der... Nein, 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 nein. Das waren ohne Namen. Der Vater von dem Isaak? Das war später. Das war alles später. Nein, also der Isaak, der war doch damals... Das ist danach, während des Sportes. Während des Sportes, nicht? Ja, also ich bitte, da habe ich das nicht richtig mitbekommen. Darf ich das bitte denn noch mal? Als die drei Zivilisten geführt wurden, hatte starken Eindruck, sagte der Zeuge, dass die Häftlinge nach denen sich umgedreht oder geguckt hätten. Und daraufhin ließ er zwei hineinspringen ins Loch. Ach, so war das. Er trieb die ganze Gruppe, die oben gearbeitet hat, beim Erde ausschaufeln, hinein ins Loch. Die ganze Gruppe. Und dabei ertranken zwei Häftlinge. Zwei Häftlinge ertranken dabei. Ja, weil die Häftlinge ein über den anderen in Eile hineingesprungen sind. So wie sie mit allem, was sie in der Hand gerade hatten, ein Schaufel oder... Sind sie ertrunken. So haben sie ein Durcheinander. Und zwei ertranken dabei. Ich weiß nicht, wie das entstand. Vielleicht einer sprang dem anderen auf den Rücken und dabei wurde Wirbelsäule... Also auf welche Weise, weiß ich nicht, aber zwei ertranken. Ertranken. Nachdem die beiden ertrunken waren, da bekam dieser Isaac den Befehl? Nein. Nein? Dann gingen sie weiter und dann kamen sie zurück und tritten Sport. Ja. Bei diesem Sporttreiben. Ja. Da bekam doch der Isaac den Befehl. Ja. Ja. Auf dem Hinweg zwei... Auf dem Hinweg zwei... Auf dem Hinweg zwei... Weil sie zuerst von oben nach unten springen mussten, mehrere, einige Male. Und als sie dann ermüdeten, dann ließen sie den Isaac die Menschen ertrunken. Und während dieses sogenannten Sports etwa 20 Häftlinge starben. Und als er dabei war, den Vater zu ertrunken, wurde er wahnsinnig erschreckt. Da wurde er wahnsinnig... Und weil er furchtbar geschrien hatte, wurde er im Wasser vom Angeklagten Stark erschossen. Ja. Nun, ähm, sagen Sie bitte, Sie waren damals doch selbst wohl mit diesem sogenannten Sport gequält. Und waren auf dem Tscheche, auch wenn man schon nicht in seinem Sport auf dem Sport. Nein, ich hatte als Maurer gearbeitet. Und mauerte die Ecke von dem Haus, äh, von dem Block vier. Von der Seite des Blocks vier. Wie weit war es entfernt? Jakob Lodlegust. Zehn Meter etwa. Zehn Meter. Nun, Herr Zeuge, kein Mensch kann von Ihnen verlangen, dass Sie heute die genaue Zahl derjenigen wissen, die da ertrunken worden sind. Jeden człowiek nie może żądać od Pana dzisiaj, żeby podał Pan dokładnie ilość osób, które utonęło wtedy. Haben Sie gesehen, dass mehr als eine ertrunken worden ist? Czy widział Pan, że więcej od jednego, więcej niż jedna osoba utonęła przy tym? Nie, ja dokładnie powiem, że było, ponieważ... Nein, ich sage es genau. Ponieważ wszystkie truppe musiały być odniesione, musiały być policzone przy apelu, żeby zwadać... Weil alle Leichen doch genau gezählt werden mussten, beim Appell, um festzustellen. Und ob die Zahl im Block stimmt. Weil das nicht der Einzelfall war. Es waren andere Fälle, von denen ich noch später berichten werde. Więźniowie, którzy mieli złamane Nogi względnie ręce przy pracy... Die Häftlinge, die Arm- oder Beinbrüche während der Arbeit erlitten... Byli przynoszeni do Blocku... Die wurden auf den Block gebracht... ...i zabijani w umywalni na Blocku jedenastym... ...und im Waschraum des Blocks elf getötet. Ja, da wollen wir nachher drüber sprechen. Więc w jaki sposób Pan może, Pan chce, podać dokładną ilość tych wężniów, którzy zginęli podczas wykonywania tego sportu? Ponieważ jeżeli było odlicz... ...i widzieliśmy, bo więźniowie zabici byli zawsze poukładani pod ścianą i odliczeniem, ile ich było... Tak, od strony Blocku dziesiątego... ...pod staną Blocku dziesiątego... ...an der Wand des Blocks zehn... ...die Front, jak myśmy się ustawiali do Appelu, Frontem do Blocku dziesiątego... ...und wir stellten uns zum Appell... ...frontal zum Block 10... ...haben Sie bei dieser Gelegenheit die Anzahl der Leichen zählen können? Przez godzinę czasu... ...eine Stunde lang... ...haben Sie dort im Appell gestanden... ...wie wie viel haben Sie gezählt? 23... ...waren bei diesen 23 auch die Leichen der beiden Häftlinge, die zuerst hineingetrieben worden sind? ...die leich des Isak und seines Faders. ...i Isaka... ...i jego ojca... ...to wszystko razem... ...alles zusammen... ...to było... ...to było... ...to było... ...to było... ...to było... ...to było... ...to żniwo tego dnia. ... das war die... ...die... ...dieses Tages. Sagen Sie bitte... ...weiter... ...sich... ...dieses... ...dwudziestu... ...dieses... ...dieses... Das kann ich nicht sagen, wie sie untereinander besprochen haben. Ja, auf jeden Fall denke ich, weil Stark die zwei ersten ins Wasser getrieben hat, denke ich mir, dass er gebeten hat, den Blockführer mitzukommen und spott zu treiben, weil das eine Sitte war, mit der Strafkompanie spott zu treiben. Ich denke, man brauchte gar nicht zu bitten, es genügt ein Wort zu sagen, weil in der Strafkompanie alle Häftlinge dazu bestimmt waren, getötet zu werden. Besonders diese Menschen, die in der Strafkompanie die schwarzen und die roten Punkte hatten und die Juden, die konnten in der Strafkompanie nicht länger als einen Monat leben. Ungefähr. Ja. Weil sie doch einen Platz freimachen mussten für die anderen. Ich möchte nur gern zwei Dinge wissen. Und zunächst einmal, waren unter diesen Leichen auch solche Menschen, die vielleicht bei der Arbeit umgekommen sind durch Unfall oder so etwas? Und wer hat denn diesen Sport geleitet? Wer hat also die Befehle gegeben zum Sportreiten? Aber wer hat also die Sport bekommen zum Sport trainiert? Wer hat dieses Sport هي, die auf den Sport zucelebrяnen? Wer hat also den Sport gezeigt? Ich denke so, dass der Engelschar zusammen mit dem Stark den SS-Männern, die uns bewacht haben, den Befehl gegeben hat. Ich denke so, weil der Engelschar und Stark mit den SS-Männern, die uns bewacht haben, gesprochen hat, dass der Grund, dass der Schuldige am Tod von den 23. der Stark allein war. Weil er begann, als er die drei Zivilisten bereits geführt hatte. Ja, das sind aber alles Überlegungen, die Sie anstellen. Sie haben es weder gehört noch. Aber was sind Sie, Herr Präsidenten, die Sie gesehen haben oder nicht hören? Was zum Beispiel? Wenn er jetzt sagt, ich nehme an, dass Stark mit dem Engelschar gesprochen hat und beide mit den bewachenden SS-Leuten gesprochen haben, muss ich doch daraus schließen, dass der Zeuge sagen will, der unmittelbare Befehl zum Sport machen ging von den bewachenden SS-Leuten aus. Weil Herr sagte, dass Engelschar und Stark mit den SS-Männern gesprochen haben, die uns bewacht haben. Ich verstehe das so, dass der unmittelbare Befehl war durch die SS-Männern, die uns bewacht haben. So war es gewesen. So war es gewesen. War während dieses Sport-Reitens Stark und Engelschar anwesend. Sie standen bis zum Ende und belustigten sich daran. Amüsierten sich darüber. Das war der zweite Fall. Jetzt kommen wir zu dem dritten. Nämlich dem Fall, wo Erich Schedoner und... Oder Schedoner, ja? Schedon. 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 Y. Schedon. Wie schreibt er sich? Schedon. Schedon. Ja. Schedon. 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 Z인지 nicht Schedon, sondern Schedon. Nämlich den Schedon, schenken. Schedon. Schedon. Jy. Nein, nein, nein. Schedon. Schedon, schenken die Schedon. Schedon ist. Schedon. Siegfried Zeppelin Y. Julius Dora, Siegfried Zeppelin Y. Nein, nicht FCH. Siegfried Zeppelin, Y, Julius, Dora, Otto, Nordpol. Schidon. Also Erich Schidon und den Mein K. Die sind dann umgekommen, nachdem Stark zu ihm gesagt hatte, warum arbeitet ihr so langsam und hat sie dann mit einem Schaufelstiel erschlagen. Ist das richtig? Ja, und das war in der Kisgrube hinter der Küche. Ja. Ja, habe ich Sie richtig verstanden, wenn ich glaube, Sie haben gesagt, dass Stark den Izaak erschossen hat? Ja. Ja. Weil ich da an der Ecke beschäftigt war. Ich habe dann nicht gesehen, wie stark geschossen hat, aber ich habe gesehen, wie stark die Pistole wieder reinsteckte. Ich hörte auch einen Schuss und nach der getanen Arbeit fragte ich die anderen, die Heftlinge, die näher waren, wer wirklich geschossen hat. Ich habe mir gesagt, dass der Oberstärferer Stark war. Wie alt war dieser Stark damals? Was? Wie alt war der Stark? Stark war ungefähr 24 bis 28 Jahre, also nicht mehr. Der Stark durfte damals so zwischen 24 und 28 Jahren gewesen sein, nicht mehr. Ja. Würden Sie ihn heute wiedererkennen? Ich kann es ja versuchen zu schauen. Ja, können wir nachher machen. Damit auch keine Namensverwechslung vorliegt, dass nicht vielleicht statt Stark ein Stark gemeint ist. Stark? Ja. Das war der Oberstärferer Stark aus der politischen Abteilung. Ja. Das waren bekannte SS-Männer, die von Häftlingen gekannt wurden. Die älteren Häftlinge, die kannten Sie. Ja, aber unser angeklagter Stark, der ist erst im September 1942 Oberscharführer geworden. Naß oskarzony Stark został mianem Matko Oberstärfführerem dopiero we Wrześnieu 42-jähriger roku. Może być, znam go, znam jego, ale ich znam go… Ja wtenczas nie miałem czasu patrzeć na dystinkcje. Es kann sein. Damals hatte ich keine Zeit, den Dienstgrad zu beobachten. Also Sie meinen, er könnte dann vielleicht auch noch nicht Oberscharführer gewesen sein. Das war auf jeden Fall ein SS-Mann, stark aus der politischen Abteilung. Ja. Das war stark. Dann wollten Sie noch etwas sagen über Dylewski. A co Pan chce jeszcze powiedzieć o Dylewski? Ja mam jeszcze do powiedzenia, ja bym bardzo prosił Wysokiego Sądu, czy nie można by było zrobić przerwy, względnie przerwać na dzisiaj, żebym ja... Ich habe aber eine große Bitte, ich fühle mich sehr, sehr müde, ob man für heute nicht abbrechen könnte, mit der Vernehmung. Wenn das hohe Bericht natürlich sich wünscht, dann werde ich noch von Dylewski sagen, über Dylewski sagen. Aber nur, wenn das unbedingt sein muss. Oder wenigstens für eine Weile eine Pause. Herr Vorsitzender, ich wollte nur zu Bedenken geben, dass ja an sich sowieso der Gutachter das auch hören müsste, was der Herrn Stark zu beurteilen hat, was wir hier... Ich sage, der Gutachter müsste ja an sich auch noch das hören, das ist ja wohl das Gravierendste, was bisher über Stark vorgetragen wurde. Ich will nicht mehr von Stark sprechen. Ich will nicht mehr von Stark sprechen. Nein, nein, danke. Nein, nein, danke. Ja, also es bleibt uns jetzt folgende Wahl. Entweder wir brechen die Vernehmung des Zeugen Kral jetzt ab. Dann müsste der Zeuge Kral eine Woche hier bleiben noch, um dann fertig vernommen zu werden. Wobei sich seine Vernehmung in erster Linie noch darauf erstreckt, was er über Dylewski zu sagen hat. Und dann eventuell die Fragen zu beantworten, die von Seiten der Prozessbeteiligung gestellt werden. Wenn wir jetzt präsentieren, dann muss der Herr noch ein paar Tage hier bleiben, um zu beantworten, 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 um zu beantworten. Dann stehen Sie doch bitte einmal auf und ich bitte die Angeklagten auch mal aufzustehen. Und sehen Sie sich bitte einmal die einzelnen Leute an. Sie können ruhig auch da hinten hingehen, damit Sie die zweite Reihe besser sehen. Ja. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 7. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 4. ... Nummer 7. Nummer 8. Nummer 4. Nr. 2. Angeklagte 0. Nr. 19. Nr. 19. Nr. 19. Nr. 19. Nr. 5. Start. Die Personen der anderen sind mir bekannt, aber denen gegenüber habe ich keine solche Ansprüche, Vorwürfe als die, die ich ja den anderen, die ich vorher erwähnt habe, gegenüber. Also, Sie haben erkannt, Tilewski, Brot, Boga, Kaduk, Mulca, Kleer und Stab. Stimmt das? Ja, wollen Sie uns dann der Vollständigkeit halber sagen, wen Sie außer den Ebenen haben, noch erkannt haben? Wissen Sie aber nicht, um wen es sich handelt. Das ist wahrscheinlich der SS-Mann, der auf dem Block 11 Dienst hatte. Sagen Sie bitte, Herr Zeucher, haben Sie den Angeklagten Stark, den Sie uns eben als solchen benannt haben, zweifelsfrei als den Mann wiedererkannt, der damals diese Dinge gemacht hat, die Sie uns eben erzählt haben? Proszę powiedzieć, czy ten, z którego Pan dzisiaj rozpoznaje, Kostarcz, to jest ta sama osoba, która dokonała właśnie tych czynów, o których Pan dzisiaj nam opowiada? Rysy twarzy skazują, że to jest ten człowiek. Die Gesichtszüge deuten darauf, dass es dieselbe Mensch ist. Tja, nun, würde ich dann vorschlagen, wenn der Zeuge sich heute außerstande fühlt, weitere Aussagen zu machen, dass wir ihn bitten, noch einmal zu kommen, und zwar am nächsten Donnerstag vielleicht, während wir jetzt mit der Vernehmung des Zeugen Kloszynski beginnen. Was hatten Sie? Bitteschön. Ich wollte nur die Anregung geben, ob es vielleicht nicht so versucht werden sollte, dass wir jetzt eine Pause einlegen und dass dann der Zeuge befragt wird, ob er dann in der Lage ist, weiter auszusagen. Tja, Herr Rechtenwald, das ist nur so, wir kommen mit der Zeit derart ins Gedränge. Wir haben den Dr. Kloszynski für den Montag, den 11. Mai, geladen. Ich hätte natürlich sehr gern gehabt, wenn wenigstens der Zeuge Kral heute zu Ende vernommen worden wäre. Aber Sie waren heute Vormittag nicht da und wissen deshalb nicht, wie außerordentlich der Zeuge heute Morgen unter seinen Aussagen gelitten hat und dass es uns kaum möglich war, heute Morgen schon die Vernehmung durchzuführen. Der Zeuge hat uns heute Morgen so schreckliche Dinge berichtet, dass ich ihm durchaus glaube, dass er so erschüttert war und dass er auch heute Nachmittag nicht mehr ganz im Besitz seiner Kraft ist. Es würde nach meinem Dafürhalten eine unzumutbare Forderung an den Zeugen darstellen, wenn ich ihn bestimmen würde, jetzt noch weiter auszusagen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich habe Sie zu entscheiden, das Gericht ist zu entscheiden. Ich habe nur die Anregung gegeben, ob wir eine Erholungspause einlegen und dann versucht wird und wenn er dann erklärt, er könne nicht mehr, dann kann man natürlich nach so Verfahren, wie Sie vorschlagen. Ich meine aber, das Normale ist, dass man versucht, die Vernehmung zu Ende zu führen. Ja, selbstverständlich, das wäre ja in unserem Sinne auch. Ja, also wollen wir mal zehn Minuten Pause einlegen bis um drei Viertel drei. Vielleicht kann der Zeuge doch nachher noch etwas aufsagen. Ja, aber ich wollte mir jetzt nicht probieren, mit meinem Damen und Herren. Ja, ich habe ihn gebeten, weil ich mich beinahe, dass er nicht mehr in dem Wohle dali, dass er nicht mehr in dem Wohle dali. Fälle unter Umständen auch aufgrund des §211 Strafgesetzbuchs, nämlich wegen Mordes, ergehen kann. Er wird auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes hingewiesen und es wird ihm Gelegenheit gegeben, seine Verteidigung entsprechend einzurichten. Und nun, Herr Rechtenwald, Erhard, bitte schön. Ich bin selbstverständlich ebenso wie die anderen Prozessbeteiligten über diese Aussage nicht wenig überrascht, die der Zeuge gemacht hat. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass die Aussage nicht beendet ist und dass noch eine ganze Reihe von klärenden Fragen erforderlich sind, aus denen sich dann ergeben wird, wie die Aussage zu beurteilen ist. Und deshalb bitte ich vorerst, keine Beschlüsse irgendwelcher Art zu fassen, bevor die Aussage beendet ist. Mit Rücksicht darauf habe ich auch davon abgesehen, schon heute Nachtragsanklage zu erheben, um ich möchte das zurückstellen, bis die Verteidigung Gelegenheit hat, den Zeugen zu befragen. Bei der Haftfrage bin ich allerdings der Auffassung, dass darüber schon heute entschieden werden muss. Ich bin der Auffassung, es ist nicht darüber zu entscheiden, denn wenn sich ergeben sollte, dass die Aussage mindestens nicht in vollem Umfang verwertbar ist, dann wird sich auch bezüglich der Beurteilung, ob Beihilfe oder eventuelle Täterschaft, sich etwas ändern können, aber nicht ändern brauchen. Ja, der Angeklagte stark, wollen Sie uns etwas noch dazu sagen? Sie haben gehört, der Herr Staatsanwalt steht zunächst auf dem Standpunkt, dass die Ihnen zur Last gelegten Handlungen unter dem Gesichtspunkt des Mordes nach § 211 Strafgesetzbuch zu werden sein könnten. Er hat aus diesem Grunde auch die Verschonung von der Untersuchungshaft nicht mehr für gerechtfertigt erachtet und beantragt, den Haftbefehl, der gegen Sie ja noch besteht, in Vollzug zu setzen. Sie haben das Recht, sich dazu zu äußern? Herr Vorsitzender, was soll ich dazu äußern? Nun können Sie sich denn nicht zu dem wenigstens mal erklären, was der Zeuge gesagt hat? Stimmt denn das oder stimmt das nicht? Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. So etwas habe ich nicht getan. So etwas haben Sie nicht getan. Herr Vorsitzender, ich bin in der Lage, in der nächsten Sitzung, ich war ja völlig überrascht, wir wussten ja gar nicht, dass über stark etwas heute vorgehen würde, mindestens bei diesem Zeugen nicht. Ich hätte, wenn ich das gewusst hätte, dem Zeugen Dinge vorlegen können, bei denen sich eine ganze Reihe von weiteren Zweifelsfragen mit Sicherheit ergeben hätte. Wenn ich dem Gericht die Fotografien des Andeklachten stark aus dem Jahre 1941 in Uniform vorlege, dann wird das Gericht sich unschwer ein Bild darüber machen können, ob irgendjemand ihn für mindestens 24 bis 28 Jahre alt halten konnte. Aber ich kann ja jetzt nichts zur Verteidigung sagen, wir haben den Zeugen nicht zu Ende gefragt und ich bin überrascht. Ja, dann muss das Gericht, bitte schön, Herr Nebenkläger, ja. Ich bin die Nebenklage, wenn ich dem Antrag der Staatsanwaltschaft in vollem Umfang anschließe. Ich finde das, was der Zeuge vorgebracht hat, war so eindrucksvoll, so eindringlich und so erschütternd, dass meines Erachtens Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage nicht gegeben sein können. Und ich finde, der Antrag der Staatsanwaltschaft, insbesondere auf Haftbefehl, ist dem folgenden Fall in vollem Umfang gerechtfertigt. Und man müsste ihm stattgeben. Herr Richter-Wald Steiger. Ich darf ganz kurz mich den Ausführungen Herrn Richter-Wald Erhards anschließen. Ich möchte noch betonen, dass vor der abschließenden Vernehmung des Zeugen nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob tatsächlich in Bezug auf die Punkte, die der Zeuge hier vorgetragen hat, auch dringender Tatverdacht vorliegt, der allein ausreichend wäre, um den Haftbefehl wieder in Vollzug zu setzen. Ich beantrage deshalb zusätzlich, die Beschlussfassung über den Antrag der Staatsanwaltschaft zurückzustellen, bis der Zeuge endgültig vernommen ist und die Verteidigung Gelegenheit hatte, ihm die... ...des Zeugen fortfahren bezüglich des Angeklagtenstags. Und zwar wollen wir zunächst den Herrn, Mr. Direktor Dr. Lechler, darüber informieren, dass in der letzten Sitzung der Zeuge Kral, der hier sitzt, Verschiedenes ausgesagt hat bezüglich des Angeklagtenstags, den Sie ja wohl begutachten, Herr Mr. Direktor. Er hat unter anderem Folgendes gesagt, der Angeklagte Stark habe, als er einzelne Leute abgeführt habe in den Bunkerblock 11, habe er zunächst zwei Leute zurückgejagt und davon sei, glaube ich, einer ertrunken oder zwei ertrunken. Er sei dann zurückgekommen vom Block 11 und hätte zusammen mit einem anderen SS-Mann sogenannten Sport treiben lassen. Das heißt, er hätte die Häftlinge so lange immer wieder in ein Wasserbecken oder ein Wasserloch hineingehetzt, bis die schließlich vor Schwäche nicht mehr hätten sich aus dem Wasser herausschaffen können. Er hätte zum Überfluss noch einen gewissen, sehr kräftigen Häftling, Isaac, angewiesen, die schwachen Häftlinge in dem Wasser zu ertränken. Schließlich hätte er diesen Isaac angewiesen, seinen Eichenvater zu ertränken. Der Isaac sei daraufhin wahnsinnig geworden. Er habe jedenfalls laut zu schreien angefangen, woraufhin stark diesen Isaac erschossen habe. Ja, ja, also, er hat dann angeblich nach Aussage dieses Zeugen, sollte er dann weiterhin mit einem Schaufelstiel einen Menschen getötet haben und zwar ganz in der Nähe dieses Zeugen, der das mit Eichen auch gesehen haben will. Das ist bezüglich des Angeklagten Stark hier gesagt worden und das Schwurgericht hat daraufhin den Haftbefehl, der gegen den Angeklagten Stark schon und noch bestanden hat, wieder in Vollzug gesetzt, weil mit Rücksicht auf diese Aussage der dringende Verdacht entstanden ist, dass Stark nicht, wie wir bisher nach dem Eröffnungsbeschluss voraussetzen mussten, nicht ihn als Eigentäter in Frage kam, sondern wir mussten jetzt seine Täterschaft auch mit in den dringenden Tatverdacht hineinnehmen und haben infolgedessen den Haftbefehl wieder in Vollzug setzen müssen. Das zu ihrer Orientierung. Und nun hat das Gericht noch Fragen zu stellen bezüglich des Angeklagten Stark. Nein. Die Staatsanwaltschaft. Eine Frage, Herr Kral. Sie haben diese drei Vorfälle geschildert, wobei die zwei Ersten sich am gleichen Tag ereignet haben. Können Sie noch eine Zeitangabe machen, wann sich der Dritte abgespielt hat, die Tötung der Häftlinge Scheidern und Meinka? Ich bin nicht in der Lage, ein genaues Tag, Datum anzugeben. Ich kann nur zeitmäßig begrenzt etwas angeben. Das war im Sommer 1941. War es vor oder nach den anderen beiden Fällen? Das war in der Unterlagen oder nach der Hütung? Das war in der Hütung, es war in der Hütung. Das war in der Hütung. War es ein Dritten Fällen vor Ort, applied an der Hütung. hinter der Küche weil wir eingeschlagen hat und dass er ihn dann erschossen hat und Sie sagten dann anschließend auf dieselbe Art und Weise habe er auch den Häftling Mainka getötet können Sie das noch mal näher präzisieren hat er auch Herrn Mainka mit der Schaufel erst geschlagen und dann erschossen oder hat er ihn mit dem Schaufel still tot getötet Wie gesagt, Pan opisując sposób zabicia dwóch swoich kolegów Schaitana i Mańkę że Schaitan został z początku Schaidon został uderzony z początku łopatą a później zastrzelony przez oskarżonego i że drugi wypadek Mańki miał miejsce w ten sam sposób Czy może Pan dokładnie jeszcze raz opisać jak to było Więc Schaidon i Mańka już rano zabierali nosiłki ze sobą do Zwirowni Schaidon und Mańka nahmen bereits morgens als in die Kisgrube gingen die Trage mit Sie gingen bereits hinter der Strafkompanie ganz zum Ende der Strafkompanie I już wiadomo było że ci więźniowie którzy niosą nosiłki że na nosiłkach zostaną przyniesieni że zostaną przy pracy zabici Więc pracowaliśmy we Zwirowni na dole Wir haben in der Kisgrube unten gearbeitet Ja Schaidon i Mańka Ich Schaidon i Mańka w pewnym momencie przyszło właśnie Stark oskarżony Stark i Stibic In einem Augenblick kam der Angeklagte Stark und Stibic dazu I bezpośrednio doszedł i powiedzieli mu dlaczego Sie kamen direkt auf Schaidon zu und sagten dlaczego tak pomau pracuje Warum arbeitet er so langsam W pewnym momencie został uderżony z tyłu w szyję Dann wurde er von hinten in hals geschlagen er wrócił er fiel i zaczął krzyczeć und begann zu schreien W tym momencie obaj SS-Mani zaczęli zabijać Schaidona In diesem Augenblick begannen die beiden SS-Männer den Schaidon zu töten Zabijali go około piętnaście do dwadzieścia minut Sie töteten ihn während 15 bis 20 Minuten i odniesiono go na stos gdzie leżeli już poprzednio zabijci koledzi tötet Tym samym sposobem Auf die gleiche Weise Sie können mit ihnen machen, was sie wollten. Und sie jederzeit, wenn sie Lust dazu hatten, töten. Ich denke, dass Scheidon und Mańka waren durch den Politischen Ausschuss. Ich denke, dass Scheidon und Mańka von den politischen Aussagen sind. Sie haben stark gewusst, dass sie getötet werden dürfen. Auf diese Weise hat man drei Transporte in der Strafkompanie erledigt. Drei Transporte. Gerade zu der gleichen Zeit, damals im Sommer 1941. Das war eine furchtbare Massaker. Man hat etwa 100 Häftlinge auf diese Weise auf vier Rollwagen als Leichen fortbringen müssen. Herr Kral, ich muss noch mal fragen. Ist es also richtig, dass sowohl Scheidon als auch Mańka zunächst mit einem Schaufelstiel oder einem anderen Instrument zusammengeschlagen wurden? Und dann erschossen wurden? Ich frage mich noch einmal. Czy Scheidon und Mańka zerstörten so, dass sie zuerst unterbrochen wurden? Oder nicht? Ja. Ja. Ich frage mich. Ja. Aber wer geschossen hat, weiß ich ja nicht. Ich konnte mich nicht zu sehr immer wieder umdrehen, weil ich Angst hatte, dass mich dasselbe erwischt. Konnten Sie feststellen, ob mit einer Pistole oder mit einem Karabiner geschossen wurde? Wieso kann man sagen, dass sie mit einer Pistole oder mit einem Karabiner geschossen wurden? Mit einer Pistole. Ich bin selbst Jäger, ich verstehe schon, ob es Karabiner oder eine Pistole ist. Und dann war ich doch auch ein Soldat. Danke, ich habe sonst keine Frage. Herr Richterwalt, keine Frage mehr, keine Frage mehr. Herr Richterwalt, er hat. Bitte? Ach, der Herr Sachverständige. Keine Frage, bitteschön. Würden Sie ans Mikrofon treten? Herr Kral, haben Sie mit dem Herrn Smolen über ihre Aussagen generell gesprochen? Panie Kral, czy rozmawia Pan z Panem Smoleniem ogólnie o Pana wyznaniu? Ja w ogóle nie chciałem nigdy z nikim rozmawiać na temat Oświęcimia, ponieważ odchorowałem to zawsze, jeżeli rozmawiałem dwa do trzech tygodni, ponieważ byłem tak nerwowo wykończony i nigdy nie lubiałem i nie chciałem rozmawiać o takich rzeczach, którzy ludzie robili, ponieważ wstydziłem się, że to człowiek mógł zrobić takie rzeczy. Ich habe niemals mit niemandem darüber gesprochen, weil ich das nicht gerne tat. Jedes Mal, wenn ich über meine Erlebnisse in Auschwitz sprach, war ich danach zwei bis drei Wochen lang krank. Ich vermied, das zu erzählen, was die Menschen da drin getan haben, weil ich mich geschämt habe, dass die Menschen in der Lage waren, das überhaupt zu tun. Rozumiałem strzelanie na ścianie śmiechu. Rozumiałem rozstrzeliwanie przez plutony egzekucyjny. Ale nie mogłem zrozumieć, dlaczego w ten sposób można zabijać ludzi, dlaczego ich nie można było humanitarnie zagazować czy rozstrzelać. Wie kam der Herr Smolin zu Ihnen? Woher kannte er Sie? Dlaczego przyszedł Smolin do Pana? Skąd on Pana znał? Przeżycia moje w obozie były całemu obozowi znane. I że byłem w kompanii karny, że byłem w takim okresie, gdzie nie strzelano, lec zabijano przy pracy, bo szkoda było w tym czas kuli do człowieka. Im ganzen Lager waren meine Erlebnisse bekannt. Jeden wußte, dass ich in der Strafkompanie war, und zwar zu der Zeit, zu der man nicht ja die Menschen auf die Menschen schoß, weil es zu schade war um die Kugel, sondern dass man die einfach mordete. Alle wußten im Lager davor. Oboz należy podzielić na dwa etapy, raczej na trzy. Das Lagerleben muß in zwei Zeitperioden, besser gesagt in drei Etappen teilen. Był czas, kiedy wyłącznie przy pracy zabijano. Es gab eine Zeit, während der man ausschließlich bei der Arbeit tötete. Ja, Moment mal, bitteschön. Der Herr Rechtsanwalt hat etwas anders gefragt. Der Herr Rechtsanwalt wollte wissen, wieso der Herr Smolain dazu gekommen ist, den Herrn Kral zu vernehmen, wieso seine adresse gewusst hat, wieso zu ihm kam. Weil ich in der Strafkampagne gearbeitet habe, weil ich während der furchtbaren Massaker hinter der Kiesgrube und bei dem Block 15 dabei gewesen bin, weil ich im Stehbunker war, darum meine Erlebnisse bekannt waren. Ja, das ist immer noch keine Antwort. Tut mir schrecklich leid. Woher kannte denn der Herr Smolain Ihren Wohnort, Ihren Aufenthaltsort im Jahre 1959 oder Ende 1958. Ja, mieszkałem od 45. roku na tym samym miejscu i znali mój adres, ponieważ interesowali się, jak moje zdrowie i jak ja żyję, jak mnie się powodzi. Ich wohne seit 1945 ununterbrochen im gleichen Ort. Man interessierte sich dafür, wie es mir geht, wie es mir gesundheitlich geht und überhaupt im Allgemeinen, was mit mir los ist. Hat der Herr Smolain mit Ihnen nur über den angeklagten Boger gesprochen? Czy Pan Smolain rozmawiał z Panem wyłącznie o oskarżonym Bogerze? Ja byłem chory, leżałem na łosku, byłem poważnie chory, gorączkowałem. Przyszedł do mnie Smolain, jeszcze w towarzystwie jednego czy dwóch kolegów. Nie chciałem z nimi rozmawiać, ponieważ byłem naprawdę w ten czas chory i prosiły mi, dajcie mi spokój, ja mogę z wami gadać, ale nie dzisiaj. Herr Smolain kam zu mir mit noch zwei, mit einem oder zwei Kameraden und ich lag sehr schwer krank im Bett. Ich war wirklich sehr krank. Ich wollte mit Ihnen gar nicht reden. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe. Ich werde mit euch später sprechen, jetzt kann ich nicht. Ich war wirklich sehr krank. Ich hatte Fieber. Sie pytali się mnie w ten czas wyłącznie o Bogera. Sie haben mich damals ausschließlich nach dem Boger gefragt. Weil es ihn um den Boger ging. Ich habe nicht danach gefragt, ob er nur nach dem Herrn Boger gefragt hat, sondern ob nur über den Herrn Boger gesprochen wurde. Gesprochen wurde, habe ich gefragt. Ich bitte den Zeugen noch einmal zu fragen, ob er nur über den angeklagten Boger mit dem Herrn Smolain gesprochen hat. Jeszcze raz proszę zapytać, Światka, czy rozmawiał Pan ze Smolain tylko o oskarżonym Bogerze. Wyłącznie rozmawialiśmy o Bogerze. Wir sprachen lediglich von dem angeklagten Boger. Krótko, lakonicznie. Und kurz, ganz kurz und lakonisch. Und später auch nicht mehr. I później już też nie? Nie. Nein. Mit niemandem? Z nikim? Nie. Nie lubiłem rozmawiać na temat Obozu. Nie. 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 Ich habe bereits betont, dass ich es nicht mochte, über das Lager zu sprechen. Eine weitere Frage. Lesen Sie die Informationsblätter des Auschwitzkomitees. Jeszcze jedno pytanie? Ich widerspreche dieser Frage. Ich bin der Auffassung, was der Zeuge in seiner Freizeit liest oder sonst tut, hat mit der Aufklärung hier in diesem Strafverfahren nichts zu tun. Ich biete, über die Zulässigkeit der Frage zu entscheiden. Frau Glückwünsche, meine Damen und Herren, Frau Kollegin. Über die Frage wird nachher entschieden werden. Ich bitte, die nächste Frage einstwahl zu stellen. Herr Krall, erzählen Sie doch bitte noch einmal, wie die Bauvorhaben im Stammlager 1 ausgeführt wurden. Frau Krall, kann ich Ihnen sagen, wie die Bauvorhaben in Stammlager 1 ausgeführt wurden? Obóz rozbudowany był z początku był rozbudowany przez prywatne firmy. Zuerst haben die prywatne firmy die Bauarbeiten durchgeführt. To mi jeszcze nie było w obozie. Następnie było stworzone Kommando Neubau istniało już. Dann wurde ein Kommando Neubau organisiert, d.h. es existierte bereits, do którego ja później przyszedłem. Und zu diesem Kommando kam ich war zuerst der roten Führer Lübby. dann war Unterscharführer geworden. Und dann ist der Unterscharführer geworden. habe ich sie also richtig verstanden. Sie sind im juni 1941 ins lager gekommen und sind was sind sie dann gleich zur Strafkompani gekommen oder erst zum Neubau Kommando. Ich habe das bereits ausgesagt, dass mein transport direkt in die Strafkompani gekommen ist. Najpierw byłem. Jak myśmy przyszli do obozu, to najpierw jeden dzień przenocowałem na bloku 18a u tak zwanego krwawego Alojza. Zuerst, also den allerersten Tag, da habe ich übernachtet im Block 18a bei dem sogenannten blutigen Alojz. Następny dzień przyszedł transport Polaków i przenocowałem dem Untersturmführer Grabner, hat uns alle mit schwarzen und roten Punkten bezeichnet, in die Strafkompanie zugeteilt. Und dort habe ich eben bei der Kistgrube neben dem Theatergebäude und hinter der Küche gearbeitet. Und bei den Ausschachtungen beim Block 15. Und dann habe ich die Maurerarbeit auf dem Block 15 durchgeführt, bis es unter dem Dach stand. Und dann später fingen die einzelnen Blocks der Reihe nach gebaut zu werden. Ich habe gearbeitet bei den Blocks. Ja, Moment mal, bitte schön, Augenblick. Was wollten Sie noch für eine Frage? Ich wollte einen Vorhalt nun machen. Herr Zeuge, Sie haben in der vorigen Verhandlung gesagt, Sie hätten den Block 4 mit aufgebaut. Und während derzeit seien andere Häftlinge der Strafkompanie mit den Ausschachtungsarbeiten für Block 15 befasst gewesen. Herr Zeuge, Sie haben in der vorigen Verhandlung gesagt, Sie haben in der Block 4 gearbeitet, aber andere Wiengäste gearbeitet haben in der Verhandlung bei Block 15. Das ist nicht wahr. Ich habe gemauert an dem Eckwinkel von der Seite des Blocks 4. Und von der Seite des Blocks 14. Das kann ich alles genau zeichnen, wie es verlaufen wird. Woran hat er denn nun gebaut? An welchem Block? An Block 15. Pratsował man es nach dem, przy Blocku 15. W Kompanii Karni robiłem wykopy, wykopy przy Blocku 15. In der Strafkompanie habe ich bei den Ausschachtungen des Blocks 15 gearbeitet. Später, als Maurer, aber immer noch in der Strafkompanie, zacząłem właśnie murować na Policinie, ponieważ wybrano nas. Ich musste sagen, wie es war zu Beginn. Später wurde ich als Maurer ausgesucht, da muss ich der Reihe nach erzählen, für die Maurer arbeiten. Ich musste damals Maurer arbeiten ausführen auf Befehl von dem Lagerführer Fritsche und als eine Prüfung musste ich so Eckwinkel mauern. Zu dieser Prüfung wurden 50 häftlinge zugezogen. Davon bestanden nur 18 und der Rest starb dann bei dem sogenannten Sport. 18 nie zdało. Ach so, 18 bestanden die Prüfung nicht. Nur der Rest bestand und die 18 bestanden nicht und wurden dann bei dem sogenannten Sport getötet, starben dann bei dem sogenannten Sport. Auf dem Hof des Blocks 11. Ponieważ jak myśmy wróśili na obiad, wszyscy leżeli pod ścianom od wyjścia, nieżywi, zabici. Weil, wie wir zurückkamen, da lagen alle bereits tot, neben dem Eingang rechts tot. Ich möchte immer noch gerne meine Frage beantwortet wissen, an welchem Block der Zeuge gemauert hat, als die Ausschachtungsarbeiten am Block 15 im Gange waren. Ja, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das anders verstanden habe. Aber übersetzen Sie ihm das bitte. Proszę o wybaczenie, jeśli to inaczej zrozumiałe. Ich habe den Zeugen verstanden. Er hat zunächst am Block 4 gemauert. Ja. Nein, nein. Unter anderem hat er dann angefangen, die Blocks aufzuzählen und zählten dann Block 4 auf. Bitte hören Sie noch genau. Ich sehe, dass man es nicht versteht. Also bitte, ich erkläre das nochmal ganz genau. Bitte. Wenn es eine Tabel wäre, Nein, 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 nein. Herr Vorsitzender, ich bitte, dass der Zeuge das dann selbst mit der Hand aufzeichnet. Ja, er kann es ja davon an der Tabel sagen. Da stehen aber die Nummern, alles sauber drauf. Ja. So, na schön. Also dann soll es hier auf ein Stück Papier... Da muss man an der Tabel sagen. Na, nein, bitte. Da muss man an der Tabel sagen. Da geht es. Da war der Tag drei. Da war der Tag. Da war der Tag. Blok 4, tu był 15, tak. Wykopy wyglądają w ten sposób, tak był blok. Ten naroźnik murowałem i tu murowałem straby, tu były wykopy, czyli w przekroju wygląda tak. Tu był ten doł, zaraz tak, zaraz, jeżeli tu mamy, prawda, ziemię, nie? Tak, tu były, tu były kopy, tak wyglądały. Ja, i tu była ta woda. I w tym połowie była woda. Ja, ja, na tym połowie była woda. Ja, na tym połowie, czy nie? Ich gleichzeit aus Schaff und Mauer nicht. Eben, eben. Er wird uns sagen. So, können wir das jetzt mal sehen? Darf ich das bitte? Das ist Block 15. Hier sind die Ausschaffungen. Vier ist hier. Das hat er später gearbeitet. Es spielt sich alles hier um den Block 15. Hier waren Ausschaffungen und da in der Mitte. Das Wasser war hier im Grab. Da an diesem Eckwinkel und hier an einem Stück Mauer hat er gearbeitet, der Zeuge Kral, hier gearbeitet. Die Häftlinge wurden von Stark hier so geführt. Und dann diese Häftlinge, die hier gearbeitet haben, wurden von ihm in dieses Wasser hineingetreten. Dann bitte fragen Sie doch nochmal Folgendes. Solange hier noch ein Wasser... Das ist ein Querschnitt. Also das hat er nur gezeichnet, um zu zeigen, wie die Ausschaffungen ausgesehen haben. Wenn hier noch ein Wasserloch war, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier schon gemauert worden ist. Er sagte, ein Stück Mauer da bereits war. Und inzwischen noch die Ausschaffungen. Da sollte ein Badraum da kommen. Was wollte er tun? Ein Badraum, sagt er. Ein Badraum. Ja, ich würde das nochmal fragen. Also auf jeden Fall, hier, sagt er, waren die Ausschaffungen und da. Die Häftlinge haben hier gearbeitet. Stark kam von der Seite, so den Weg entlang. Der Zeuge befand sich da an einem Stück Mauer und an diesem Eckwinkel. Also da hat er gearbeitet. Können Sie vielleicht auch da an der Weg, in der wir doch nach unserer Karte, die wir haben. So, es ging über von 14. Da waren noch vier und von 14. Genau. Von der Seite kamen, die, sagte er. Von der Seite kamen sie. Diese Häftlinge, die hier standen, wurden hinein in dieses Wasser hier getrieben. Hier war die Küche. Es geht zuerst mal um diese Ausschaffungen. Also, fangen wir kurz. Może dann, wenn du was doch führst, du den Donnerst. Oben ist die Küche, hier war der Einbärm. Jetzt. Wo ist Block 11? Gibt es, naja du, ich bin Block 11? Ja. Jak schaust. Und ging. Und von der Blockfue. Hier ist Block 14. Hier ist die Küche. Hier ist Kuchner. Und hier ist Block 22. Hier ist Block 24. Sie gingen so des Weges und er führte die Häftlinge hier auf den Block 11. Hier ist Block 16. Hier ist Block 16. Hier ist 17. Hier ist 17. Hier ist Block 18. Hier ist 16, 17, 18. Die wurden auch von uns gebaut. Hier ist Block 4. Der war bereits fast fertig. Und dann fragen Sie ihn bitte nochmal, ob es wirklich so gewesen ist, dass hier durch diese Ausschachtung dieser Wassertümpel gewesen ist. Ja. Das Tobio ungefähr, also im Ganzen war das 3,80 bis 4 Meter. Und hier war 2 Meter Tiefe. Hier sollte eine Wäscherei sein, aber das sollte Tomio Bichnasio in der Suppe und in der Suppe und in der Suppe. Aber der Zweck war ganz anderer. Die Absicht war nur Schiss nur. Dieser Block wurde ganz schnell Hals über den Kopf gebaut. Man brauchte den Block dringend. Also jedenfalls hat er hier gearbeitet und hier ist das hier. Pan pracowal tutaj. Ja. Ich pracowal tutaj. Przy tym narożniku. Ten sa ste dwa murrowaim w tym, bo musiałem tu, a tu robili murarze. Ucznie ta maure Schule tu dostai. Tu robili a ja to i to musiałem ciągnet, żeby unni murrowaim. Ich musste diese beiden Stück ja fest an diesen beiden arbeiten, weil dazwischen diese maure Schule, die aus Jünglingen bestand, auch eingesetzt wurde. Die haben hier gearbeitet. Und hier waren solche Stiege, hier ging man runter und hier haben die Leute in diesem Wasser gearbeitet und in Wasser, ausgestattet, ausgeholt. Hier waren vier Meter und hier waren wenige. Jeder. Das Wasser überlief in vier Tagen diese ganze Ausschachtung. Später kam das Wasser ganz hoch. Und später mussten wir das wieder mit der Erde zuschütten und haben nicht mehr arbeiten können. Später kam die Strafkompanie und musste immerfort die Erde dazu schaffen. Also noch eine Frage? Ist das Bild klar? Herr Rechstewald, er hat. Bitte schön. To był znany blok w Obozie. Budowa tego bloku był znany. Der Bau dieses blocks, der Block schlechthin, war im Lager gut bekannt. War bei der Ausschachtung für den Block 15, das was später zugeschüttet wurde. Auch als sie das Lager verließen, noch freie Fläche. Oder wurde es später bebaut? Oder war das Blok, wo es sich befestigte, wo es sich befestigte, wo es sich befestigte, wo es sich befestigte, war im Lager gut? Nein, das war später ein ganz normaler Blok. Nur während des Baus. Weil dort unter Wasser war. War man nicht in der Lage, dort diese Wäscherei, angebliche Wäscherei, dort einzurichten? Ich habe den Zeugen ebenso verstanden, dass er gesagt hat, das Loch wäre später zugeschüttet worden. Ja. Und hätte dort die Bauarbeiten einstellen müssen. Wenn wir hier beherrten, dann müssen wir diese Wäscherei beherrten, dann müssen wir diese Wäscherei beherrten, damit wir diese Wäscherei beherrten können. Ja. Als wir gemauert haben, um weiter gemauern zu können später, wurde immer fort die Erde hinzugeschafft, um das Wasser mit der Erde zu decken. Hier gerade begann die Maurer Schule, die zu arbeiten, hier gerade begann die Maurer Schule, bei dieser Arbeit. Herr Zeuge, wann etwa ist nach Ihrer Erinnerung, Sie waren ja längere Zeit im Lager, der Block 15 fertiggestellt worden? Kiedy mniej więcej, według Pana wspomnień, zakończyli pracę na Block 15, kiedy on stando? Ich kann das ganz genau beantworten, weil mir das in Erinnerung geblieben ist. Mieliśmy, mieliśmy rozkaz od Lagerführer Fritscha i Grabnera, że jeżeli ten Block nie stanie przed zimą pod dach, wszyscy pójdziemy z powrotem do Kompanii Karnej. A co Kompania Karna oznacza, to my wiemy o tym. Powiedział to, my wiemy o tym. Wir hatten Befehl bekommen, von dem Lagerführer Fritscha und von Grabner, dass dieser Block unbedingt bis der Winter kommt unter dem Dach stehen muss. Wenn das nicht der Fall sein wird, werden wir in die Strafkompanie wiederkommen und wir wissen doch, was das bedeutet. I pamiętam, ponieważ z tego bloku, kiedy już był pod dachem, ale jeszcze stropy były podstajfowane, widziałem w tymczas jedną rzecz, kiedy trzy przyczepy Rusków, żywych i umartych, przywieźli z budowy KGL. I tam stąd z tego bloku patrzałem, na tych zmarszniętych i niezmarszniętych Rusków i jak coś się z nimi robiło, jak ich rzucali z tych przyczepów. Gdzie ich rzucali? Rzucali ich tu, tu ich przywieźli i tu ich rzucali. Als dieser Block noch nicht ganz unter dem Dach stand, es war wohl unter dem Dach, aber es war noch nicht alles fertig, da habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wie drei Anhänger, voll von Russen, gebracht wurden, die halb tot waren, erfroren teilweise, und ich habe gesehen, wie man sie ausgeladen hat. Und das war schon kalt. był ze mną akurat, chciałem mu pokazać, co się dzieje w obozie, jeden Zakonnik, nazwiskiem Bonifaci Woźniak, który żyje dzisiaj w Krakowie. Mit mir zusammen war noch ein Mönch, ein Häftling, Bonifaci Woźniak, Woźniak, der wohnt jetzt noch in Krakow, und ich habe ihn extra mitgenommen, um ihm zu zeigen, was sich da alles im Lager abspielt. Das war ein Mönch. Ein Priester. Also, ich wollte doch wissen, wann der Block erbaut worden ist. Ich wollte wissen, wann der Block fertig war. Der Block wurde fertiggestellt im Frühjahr 1942. Der Zeuge hat eben etwas gesagt, was ich in seine bisherige Aussage noch nicht ganz hinein bekomme. Er sagte, wenn der Block nicht fertig wird, dann kommt ihr wieder in die Strafkompanie. Wann etwa ist denn das gesagt worden und bis wann war er in der Strafkompanie? Pan powiedział w swoim zeznaniu, jeżeli wy tego Blocku nie zbudujecie do zimy, to wy wrócicie do Kompanii Karnej, wy wiecie, co to oznacza. Chyba, przepraszam, chyba i obrona, i sąd, i magnetofon, powtórzą te słowa, które ja mówiłem, że jeżeli nie będzie, jeżeli go pod dach nie doprowadzimy do zimy, pod dach. Tak, ale że wrócicie do Kompanii Karnej, że z powrotem, ponieważ myśmy wyszli z Kompanii Karnej, wrócimy z powrotem do Kompanii Karnej. Ja, 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 ja Er ist im Juni, Herr Direktor, er ist ja erst Ende Juni oder Mitte Juni ins Lager gekommen. Dann wäre er doch, wenn er drei Monate in der Strafkompanie war, bis zum Herbst in der Strafkompanie gewesen wäre. 41. 41. Ja, und das Haus soll fertig geworden sein bis... Im Frühling, bis Winter 42. Und er hat die Beobachtung gemacht als Maurer, Herr Direktor, als Maurer im Sommer 1941, nicht im Herbst 1941. Dann muss er doch noch in der Strafkompanie gewesen sein. Also wollen Sie ihm das nochmal vorhören. Wenn Sie dann in der Strafkompanie Karnik in der Strafkompanie Karnik waren, dann wurde er drei Monate in der Strafkompanie Karnik. Das heißt, wann Sie dann aus der Strafkompanie Karnik? Ich kam aus der Strafkompanie heraus etwa im September. Aber ich war noch in der Strafkompanie, als ich begann, da bei diesem Block zu arbeiten. Er sagt ja, er hätte Ausschachtungsarbeiten gemacht, das ist auch richtig, das kann ja keiner ihm bestreiten wollen. Aber er hat die Beobachtung gemacht, als er gemauert hat. Ja. Stehen Sie an die Strafkompanie? Ja. Und er hat als Mitglied der Strafkompanie gemauert? Jetzt wann, Bracoa, Herr Kuchmurisch, Portas, Projeko, Projeko, Projeko. Wer die Prüfung nicht bestanden hat, der ist nachher in der Kieskruppe draufgegangen, nicht? Oder im Hof, ja. Beim Sport machen. Beim Sport machen. Beim Sport auf dem Hof des Blocks. Ja. Weil in der damalige Zeit wenig Fachleute im Lager waren und das Lager war gerade im Aufbau begriffen, haben Sie in der Strafkompanie gefragt, wer Mann von Bau ist. Und wir haben uns da 50 Personen gemeldet. Verschiedene Berufe, die mit dem Bau zusammenhängen. Stoller, Stuny, Elektriker, Schusser, Betonarbeiter, Eisenbieger und so weiter. Und wie lange hat der Zeuge in den beiden Kieskruppen als Mitglied der Strafkompanie gearbeitet? Wie lange hat er in der Strafkompanie gearbeitet? Bis er zu den Maurern herangezogen wurde? Jak długo pracował Pan w Kompanii Karny? Do tego czasu, dopóki Pan został do prac murarskich. Mówiłem, że około półtora, około półtora, do, przypüschmy, do dwóch miesięcy mogłem pracować. Okło półtora, do dwóch miesięcy. Od miesiąca do dwóch mogłem pracować. Mówiłem przed chwilą. W Kompanii Karny, zanim przyszedł Pan do prac murarskich. Nieżeli Kompania Karny zaczęła właśnie ten blok tam budować. Jak myśmy przyszli do Wykopu. To było około 1-2 miesiące. Kiedy zaczęła się budowa na bloku piętnastym, zanim Pan tam przyszedł? Tam były jakieś drobne roboty, były porobione, była wytyczona budowa, drobne roboty były zrobione, te warstwy ziemi były zdjęte, pewne warstwy, ta górna warstwa ziemi była zdjęta, czyli... ...gewisse kleine Arbeiten waren bereits getan, die erste Erde, Schicht wurde bereits abgenommen, der Bau wurde im Großen und Ganzen gezeichnet, aber nur kleine. Wann etwa? I kiedy to nie więcej zaczęła się. Więc mówię wszystko, że to było latem czterdziestego pierwszego roku, datami, musiałbym być, nadzwyczajną pamięć, żebym ja mógł dniami i datami tak operować. Ja, ja, ja... ...meś hadSt Tour사� kick Wenn er zur Kiesgrube gehen wollte, musste er ja, wenn es richtig ist, dass er im Block 11 oder 8 untergebracht war, an der Baustelle vorbeigehen. Ich verstehe Sie nicht. Wenn er in die Kiesgrube ging, im Block 11 untergebracht war, in der Strafkompanie, und er ging zur Kiesgrube, zur Arbeit, dann musste er an der Baustelle des Blocks 15 in jedem Fall vorbei. Wenn er in der Kiesgrube und er war im Block 11, dann muss er an der Baustelle des Blocks 15 in jedem Fall vorbei gehen. Ja, am beim Zukunftigen Block 15 vorbei und noch genauer aufgedrückt beim 15 beim Gong. Ja, nun ist doch die Frage von mir. Also im Juni ins Lager kam. Hat er da schon gesehen, dass an der Stelle, an der später der Block 15 stand, die Bauarbeiten begonnen hat? Hat er noch nicht begonnen? Nein. Hat er noch nicht begonnen? Oder hat er keinen Acht drauf gehabt? Jetzt, proszę Pana, czy prace się nie zaczęły jeszcze, czy Pan ich nie widział? Nie, bo budował się Block 4., 5., 6., 7. Jetzt prace się jeszcze nie zaczęły. Prace się jeszcze nie zaczęły. Die Arbeiten waren noch nicht im Gange. Also sie begannen noch nicht. Damals war der Block 4. I który jeszcze? 4., 5., 6., 7. 4., 5., 6., und 7 wurden gebaut. Die waren damals im Baubegriff. Gut. Dankeschön. Eine weitere Frage. Wie kam es, dass sie 1943 aus dem Lager entlassen wurden? Jak się to stało, że Pan w 1943 roku został zwolniony z obozu? Zostałem zwolniony z obozu na policynie władz odgórnych. To znaczy odgórnych. Więc widocznie przyszedł, moje zwolnienie było... Ich wurde entlassen auf Anordnung der Behörden von oben. Nas zostało zwolnionych fachowców wybrano w ten czas około pięćdziesięciu. Około, nie wiem ile, ale więcej. Damals około 50 Fachleute. Około, może około. Między innymi Plaskura. Utrendem Plaskura. Chemicz, który budował... Ein Chemiker... ...który budował... ...Fabryka Moschic, chemiczna Fabryka Moschic. ...der die chemische Fabryk Moschic... Moschice... ...Moschice... ...aufgebaut hat. Damals wurden teilweise Ingenieure freigelassen. Ale pracowaliśmy nadal w obozie, w Bauleitungu. Aber wir haben weiterhin, bis zum Schluss, im Lager bei der Bauleitung gearbeitet. A ja musiałam się dziennie zgłaszać, dziennie głosić do politicznego oddziału do Kirschnera. Und ich musste tagtäglich mich bei der politischen Abteilung beim Kirschner melden. Also, er blieb im Lagerbereich Auschwitz, ja? Zatem pan pozostał na Territorium obozu wświęcim. Ja. Ich möchte gerne noch geschildert wissen, wie die Sache mit Mainka sich zugetragen hat. Denn das ist noch nicht konkret geschildert, er hat nur gesagt, mit Mainka ging es genauso. Może, ja bym chciał wiedzieć dokładnie, jak miało miejsce w tym Bepadek z Mainką. Der Zeuge hat gesagt, stark sagte zu ihm, nämlich jetzt zunächst zu dem... Shetan. 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 ...sachte zunächst zu ihm, warum arbeit ihr so langsam. Er hat ihn dann mit dem Schaufelstiel geschlagen und hat gesagt, jetzt hilft dir die schwarze Madonna nichts mehr und hat ihn auf grausame Weise getötet. Vier Meter von ihm entfernt in der Kieskogen. Und dann hat er wörtlich gesagt, etwa zehn Meter von mir entfernt wurde Mainka auf dieselbe Art und Weise erschlagen. Er sagte, es wäre der Stiebitz dabei gewesen und der Stark. Soll das genauso gewesen sein, hat er Stark geschlagen nach seiner Vorstellung oder der Stiebitz... Kann man ja nochmal fragen, wenn Sie da bedenken haben. Dann fragen Sie ihn bitte... Und dann bitte, ist der Mainka ebenfalls wieder Scheidorf von Stark erschlagen worden oder von einem anderen? Und dann... Sie haben gemeinsam getötet, der Angeklagte Stark, Stiebitz und noch ein Posten, den ich gar nicht kenne. Aber als man meinen Kameraden tötete, da wollte ich ja gar nicht zusehen. Ich habe selbst gedacht, das erwartet dich auch. Ich habe mich auf den Tod damals vorbereitet. Ja, hat der Stark allein geschlagen, hat er mitgeschlagen oder hat der andere allein geschlagen? Czy Stark sam jeden był, czy wspólnisch im innen, czy... Stark, oder Oskarżone, Stark uderzył, pierwszy Scheidona. Der Angeklagte Stark war der Erste, der Scheidon geschlagen hatte. Ich meine jetzt bei Mainka. Ich habe nicht gesehen, wer zuerst geschlagen hat. Ich habe gesehen, dass sie gemeinsam ihn töteten. Wer hat sie denn, als sie 1941 in Juni ins Lager kam, dort empfangen und aufgenommen? Kto Pana przyjąl, czy Pana to jest jeszcze w pamięci, kto Pana przyjąl w obozie, kiedy Pan przyjechał tam w czerwcu 1941 roku? SS-Mani, to wiem. Die SS-Männer, das weiß ich. I poznałem Sylwetki, które dokładnie mi się utkwiły w pamięci, jak nas krwawego Alojza. Und dann die Gestalten, die mir so ganz fest in mir eingeprägt dabei wurden, wie die Gestalt des blutigen Alojus, Ferner, Lagerführer Fritsch, Grabnera, tych sobie dokładnie w pamięci, ponieważ Cina, an die kann ich mich ganz genau erinnern, ponieważ dowiedziałem się zaraz w tym samym dniu, co to znaczy Kompania Karna, przy żydowskim obiedzie. ponieważ ja na tym samym dniu, że ja na tym samym dniu, że ja na tym samym dniu, Bei dem, was er geschildert hat. Die Aufnahme war vorher. Und ich frage, ob er sich erinnert, dass bei der Aufnahme ins Lager auch derjenige, den er später als stark meint, kennengelernt zu haben, dabei war. Nein. 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 Und wodurch haben Sie dann später erfahren, dass dieser Mann stark seitdem Sie da gesehen haben? Ich habe kennengelernt, als die dann nachts und zu verschiedenen Zeiten auf den Block 11 kamen, nach dem Appell auf jeden Fall, und die Menschen zu verhören auf die politische Abteilung mitgenommen. Und ich habe ihn, seine Gestalt, auch bei den Arbeiten an der Kiesgrube stehend gesehen, hinter der Küche. Wo hat er den Angeklagten oder diesen Mann, den er für stark hält, konkret gesehen? Und zwar nach dem Appell oder in der Mittagszeit habe ich das richtig verstanden. Das heißt, po Appellu, czy w czasie Objadu? Das war um die Mittagszeit. Und auch nach dem Appell direkt. Und dann, wie sie am Rande der Kiesgrube standen und zuguckten, wie die Häftlinge gearbeitet hatten und wie sie getötet wurden. Die Kiesgrube war etwa ... Die Kiesgrube war etwa ... Und er glaubt, den SS-Mann stark gesehen zu haben, als er Leute zur Vernehmung aus der Strafkompanie holte. Und er glaubt, dass er in den Strafkompanien gesehen hat, dass er von den Strafkompanien gesehen hat, wenn er Leute zum Besuch von 11 hat er hat. Jawohl, ich habe ihn gesehen, dort habe ich ihn kennengelernt und seine Gestalt. Und zwar im Block 11. Ja, im Block 11, als ich in der Strafkompanie war. Und auch im neuen A, als ich gleich aus der Strafkompanie kam. Wussten Sie, wo der Angeklagte Stark oder derjenige, den Sie für ihn hielten, seine Arbeitsstädte hatte? Wiedział Pan, wo der Strafkompanie, wo der Strafkompanie war, wo er arbeitet? Wiedziałem, dass sie von Kollegen sind, dass sie von Polizisten sind. Und sie sind von der Strafkompanie. Ich habe von den Kollegen erfahren, dass da die Mitarbeiter der Politischen Abteilung sind und die Hänger der Häftlinge sind. Wo sind? In der Politischen? Gdzie? Ich habe, glaube ich, vorher bereits erzählt, wo ich gehört wurde. Danke schön. Dankeschön. Stark ist niemals in dieser politischen Abteilung dort gewesen. Das ist bekannt. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich wollte das nur klarstellen. Ich möchte noch einen einzigen Vorhalt machen. In der letzten Verhandlung hat der Zeuge ganz einwandfrei und unmissverständlich ausgesagt, er habe am Block 4 eine Ecke aufgemauert. Nein, von der Seite des Blocks 4. Im letzten Termin. Ich habe es damals mitgegeben und nicht nur ich. Nein, habe ich genau auch in Erinnerung. Herr Kollege, er hat ausdrücklich gesagt, es kam vielleicht nicht sehr deutlich raus, aber ich habe mir ausdrücklich hier auf meinem Block mitnotiert, ich habe auf Block 15 auf der Seite zu Block 4 hin gemauert. Das meinte er. Also ich habe ihn damals anders verstanden. Zu Block 4. Am Block 4 habe er eine Ecke aufgemauert. Ja, das hat er heute jedenfalls richtig gestellt. Nun, er hat damit da kein Irrtum entsteht. Sie haben den Zeugen gefragt, ob er wissen, wo stark gearbeitet habe. Da hat er gesagt, bei der politischen Abteilung. Dann haben sie gesagt, wissen Sie, wo die politische Abteilung war? Und da hat er gesagt, ja, ich habe ja erzählt, wo ich vernommen worden bin. Nicht? Er hat also nicht gesagt, dass er wisse, dass stark in diesen Räumen gearbeitet haben und untergebracht worden sei. Sondern er hat nur gesagt, es war mir bekannt, dass stark bei der politischen Abteilung arbeitet. Dann kann man hier noch einmal genauer fragen. Bitte sehr. Ich habe das wissen wollen, ich habe ihn auch so verstanden. Ich habe gesagt, wo ist das gewesen, wo er gearbeitet hat. Dann hat er dann ausweichend, vielleicht auch richtigstellend gesagt, ich weiß doch, wo ich vernommen worden bin. Das habe ich zu verstanden. Darf ich noch einmal fragen? Ja, bitte schön. Fragen Sie nochmal. Ich habe damals von Häftlingen erfahren, dass stark ein Mitarbeiter der politischen Abteilung ist. Aber in welchem Gebäude und in welchem Zimmer konnte ich nicht wissen, weil ich persönlich mit dem Angeklagten stark nichts zu tun hatte und nicht gewusst hatte. Und damals, als ich in der Strafkompagten war, da wurde ich nicht mehr verhört. Wir wurden nur von den Häftlingen gewarnt, was die politische Abteilung bedeutet. Dann hat er nachher den Angeklagten stark im Lager nicht mehr gesehen. Czy później Pan w obozie widział oskarżonego starka? Ja, ponieważ ja miałem dużą możliwość w obozie obserwowania, bo budowałem oboz, więc widziałem kilkanaście razy, Kiedy ich das Lager mit aufgebaut habe, hatte ich die Möglichkeit gehabt, mich zu bewegen, und Verschiedenes zu beobachten. Ich habe einige, mehrere Male gesehen, wie der Angeklagte stark die Häftlinge und die Zivilisten auf den Block 11 geführt hat, wo später die Schüsse zu hören waren und von wo man die Leichen auf den Rollwagen fortschleppte. Sonst hat er ihn nicht mehr gesehen. Alle Tag, wenn ich nicht gesehen habe. Du kannst es probieren. Ich habe ihn gesehen, wie ich das bereits geschildert habe, wie er die geführt hatte, und sonst habe ich ihn nicht gesehen. Noch eine letzte Frage. Haben Sie damals im Lager über Ihre Beobachtungen, also das Erschlagenwerden von Meinka und dem zweiten... Schadon und diese grausige Sache, wo der eigenen Sohn seinen Vater ertränken musste, niemals gesprochen. Ob er, niemals habe ich gesprochen. Schadon und der 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 Schadon, wie er Isaac musste, seine eigenen Vater ertränken? Oder Sie haben ihn nicht gesagt, wie er in diesem Thema gesprochen hat? Im Lager wurde die Sache bekannt. Der Isak war bekannt und der Block 15 war bekannt. Alle Häftlinge wussten davon. Auf jeden Fall die älteren Häftlinge, die zur damaligen Zeit im Lager waren. Herr Vorsitzender, der Zeuge hat eben auf Anregung des Kollegen Erhardt in kürzester Zeit eine sehr präzise Skizze angefertigt. Ich halte das für die Frage der Beweiswürdigung für einen wichtigen Vorgang und möchte daher beantragen, dass die Tatsache, dass der Zeuge eben eine Skizze angefertigt hat, gemäß § 273 3 ins Protokoll aufgenommen wird und möchte bitten, dass die Skizze selbst als Anlage zum Protokoll genommen wird. Nun ja, die Skizze können wir ja zum Protokoll nehmen. Geben Sie sie hier. Wenn Sie so liebenswürdig sein wollen. Geben Sie sie dem Protokoll. Herr Richter, ich habe noch einige kurze Fragen. Herr Zeuge, der Herr Staatsanwalt Vogel hatte vorhin Sie gefragt, ist es richtig, dass Schedon und Mainka zunächst mit dem Schaufelstiel geschlagen und dann erschossen wurden? Herr Richter, Herr Staatsanwalt Vogel fragt. Also, ich habe gehört, dass geschossen wurde. Ich weiß aber nicht. Wer und auf B. Ja, ich bitte, dass... Damals an diesem Tag waren ja zehn Personen, ja, ich verstehe, ja. Zu der gleichen Zeit. Ich wollte das nur noch einmal hören, was der Zeuge vorhin gesagt hatte, weil inzwischen wieder anderes über diesen Vorfall berichtet wurde, wo es gerichtlich beantrage, diese Antwort ins Protokoll zu nehmen. Ich weiß nicht, wer geschossen hat. Es ist ja wichtig, dem Mandanten stark wird angelastet. Er habe Mainka und er habe den anderen Häftling Schedon getötet. Und es ist mehrfach hier, immer wieder aber leider untergegangen, es ist mehrfach hier jetzt zweimal von den Zeugen gesagt worden, sie sind zunächst geschlagen worden. Und außerdem hat er dann bei einem zweiten Mal auch gesagt, dass nicht nur Stiebitz stark, sondern auch ein dritter SS-Posten beteiligt war, auf Frage des Vorsitzenden. Und er sagt heute jetzt zum zweiten Mal, in diesen beiden Fällen, und die beiden sind ja nur hier im Augenblick aktuell, Mainka und Schedon, er kann nicht sagen, wer geschossen hat, also wer die Häftlinge getötet hat. Herr Vorsitzender, dagegen möchte ich mich aussprechen. Das ist im deutschen Strafprozess nicht üblich, dass Aussagen von Zeugen protokolliert werden. Im anderen Falle müsste künftig die Staatsanwaltschaft Sie auch bitten, belastende Angaben von Zeugen, die bereits in hunderten von Fällen hier aufstattet worden sind, ins Protokoll aufzunehmen. Herr Staatsanwalt, ich verstehe Sie nicht ganz. Die Verteidigung hat das Recht, im Prozess wesentliche für die Verhandlungen wesentliche Vorgänge protokollieren zu lassen, sowohl prozessuale wie auch materielle Vorgänge. Wir wollen hier noch einmal, ich habe es vorhin schon mal gefragt, aber man kann es ja immer noch mal tun. Herr Vorsitzender, bitte, der Zeuge wirft ein, bei Mainka nur war der dritte Posten dabei. Nur bei Mainka nur bei Mainka. Und nun fragen Sie ihn doch bitte einmal, sind diese beiden Leute getötet worden durch die Schüsse oder durch die Schläge? ning Divine Kennelläu war oder durch die Schüsse oder durch die Schüsse oder durch die Schüsse oder, bei einer Schüsse oder bei der Schüsse? Schäden wurde erschlagen bereits mit dem ersten Schlag, den er auf den Hals bekommen hat. Da war er schon halbtot. Also, Moment. Eben sagt er, da war er halbtot. Ja, da war er halbtot. Und wann ist er ganz tot? Als man ihn befohlen hatte, ihn auf den Haufen zu den Leibchen vorzubringen, den anderen Häftlingen. Da war er tot. Ja, und wer hat die Tötung nun ausgeführt? Stibitz und den Angeklagten stark. Herr Vorsitzender, darf ich dazu etwas sagen? Die Aussage wandelt sich ständig. Es ist vorhin auf zweimaliges Befragen gesagt worden, dass beide zunächst geschlagen worden sind. Dann hörte der Zeuge Schüsse. Er hat nicht hingesehen, hat sich nicht umgedreht. Und dann kann der Zeuge auch nicht schussfolgern, dass gerade mein Mandant stark die beiden erschossen hat. Nein, 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 nein. Wir sind ja, Herr Richter, weil Sie verwirren die Sache wieder. Jetzt wollen wir doch von vorn noch einmal anfangen. Er hat eben gesagt, der erste Schlag ist von stark geführt worden. Da war dieser Schädel und halb tot. In den Hals. In den Hals. So. Frage. Wer hat jetzt weitergeschlagen und wer hat ihn totgeschlagen? Kto dalej uderzell? Jetzt, Fakt ist, man powiedert, pierwszy uderzell oskarżony. Stark, stillu w schee. Tak. Schädel. Teraz, kto dalej biel und kto zabiel? Więc dalej biel Stark und Stiebitz, biel ihn mit dem Schaufelstiel. Tak. I poŽni sveshałem Stau. Tylko, że w ten czas, ja by musiał opowiedzieć, jak wyglądało to, może by wysoki Sond miał obraz tego. Więc sveshałem Stau. Später, später habe ich Schüsse gehört. Aber ich müsste das ganze Bild dann schildern, dass das Gericht das alles genau vor sich hat. Ja, wir wollen ja nun wissen, ob der Schädel erschossen oder erschlagen worden ist. Ich muss sie ostwerden, czy Schädel został zastrzelony, czy zabity uderzeniami. Więc Schädel był zabity uderzeniami, miał dziury w głowie, ale to nie był, to mógł być strzał od pistoletu, ale ja nie byłem lekarzem, żeby stwierdzić, czy to był strzał od pistoletu, czy nie. W każdym wypadku, że miał złamaną nogi, miał złamaną ręce, miał złamaną tu szyję głowy przewróconą i miał tu dziury, nie wiem, czy od kamienia, czy od uderzenia, od czego, czy od strzału. Jeszcze raz, jeszcze możemy od początku. Więc od czego zmarł oskarżony Szejdor, ten ofiara Szejdor? Od czego on zmarł? Uderzony od uderzeń, czy od strzału? Oskarżony Szejdor, zmarł od uderzeń. Also, ich habe nochmal gefragt, weil das zu lange war. Woran starb Szejdor? Er sagte, er starb infolge der Schläge. Er hatte ein Loch im Kopf, auch, aber ich bin kein Arzt und ich kann nicht feststellen, ist das von Schlägen, also diese Löcher, die er im Kopf hatte, oder von einer Pistole. Er hatte aber ein gebrochenes Bein, gebrochene Arme, einen zerbrochenen Hals. Also, er weiß auf Deutsch nicht, wie er gestorben ist und von wessen hand er gestorben ist. Dokładnie mówiąc, pan nie wie, na co, od czego on zmarł. Konkretnie, co było bezpośrednią przyczyną jego śmierci. Przez pierwsze uderzenie, to Szejdor zwalił się na ziemię, wywalił się na ziemię i zaczął krzyczeć, i później od tych butów i od tych uderzeń, więc ja jestem 100% pewny, że nie był, że zmarł od tych chii, od tych szteli. Ja, wie wstę, czy nie byłeś, że wierzą coś, że wierzą coś, że szerebze wierzą coś, Ja, aber wurde auch auf den Schädungen geschossen? Das weiß ich nicht. Also dann wollen wir das jetzt mal aufnehmen, damit wir da klarkommen. Wollen Sie mal mitschreiben? Ja, der Mithäftling Jadon wurde, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, von dem Angeklagten stark so heftig auf den Hals geschlagen, dass er laut zu schreien anfing und umfiel und laut zu schreien anfing. Daraufhin hatten Stark und Stibitz weiter auf ihn eingeschlagen und ihn auch getreten. Punkt. Später hörte ich auch Schüsse. Punkt. Da ich mich aber nicht umdrehte, weiß ich nicht, ob auch auf Schädon geschossen worden ist. Punkt. An seiner Leiche konnte man zwar eine Kopfverletzung feststellen, ich weiß jedoch nicht, ob diese Verletzung von einem Schuss herrührte oder von den Schlägen, die er bekommen hat. Ja? Ja. War es so richtig? Ja, das war alles. Darum ich danke dir. Ja, so war es. Herr Vorsitzender, dann wäre das bezüglich Meinke auch in diesem selben gleichen Sinne zu klären. Ja, nur eins nach dem anderen. Jetzt muss ich das erst mal vorlesen. Das ist ja, nur Befadku Meinke. Ja? Ja, also Meinke war das folgende Massen. Als sie zu ihm, auf ihn zukamen, wurde er ebenfalls geschlagen von Stark. Und er wurde ebenfalls bis zu Bewusstlosigkeit geschlagen. Und man brachte ihn ebenfalls auf den Haufen von Leichen, weil dort in der Kiesgrube weil dort in der Kiesgrube unten diese Getöteten lagen. Und wer hat ihn geschlagen? Jetzt, кто его был? Meinke. Meinke wurde geschlagen von Stark, Stibitz und noch einen Posten. Den kenne ich nicht. Ja, und wissen Sie, ob auch Meinke eine Schussverletzung aufgewiesen hat? Ich weiß es nicht, weil ich Meinke nicht ins Lager getragen habe. Schäden wurde von mir auf der Barre in die Leichenhalle getragen. Auf den Block 11 und später in die Leichenhalle. Und wissen Sie, ob auf diesen Meinke geschossen worden ist? Ja, ich weiß nicht, ob die auf Meinke gerichtet wurden oder nicht. Ja, da wollen wir das auch noch zum Protokoll nehmen und wollen Folgendes schreiben. Ich habe auch bei Meinke beobachtet, dass Stark, Stibitz und ein dritter SS-Mann auf ihn eingeschlagen haben, sodass er zu Boten fiel. Punkt. Da ich im Gegensatz zu Scheidon die Leiche des Meinke nicht ins Lager zurückgetragen habe, konnte ich auch die einzelnen Verletzungen nicht so genau feststellen. Ich weiß auch nicht, ob auf Meinke geschossen worden ist. Wollen Sie ihm das bitte übersetzen? Das ist in Ordnung. Die Niederschrift wurde dem Zeugen durch die Dolmetscherin nochmals vorgehalten und von ihm bestätigt. So, jetzt hätten Sie noch eine Frage. Ich habe in dem Zusammenhang noch eine Frage, ob nämlich der Zeuge im Zusammenhang mit der Misshandlung des Häftlings Mainka Schüsse gehört hat. Denn er hat vorhin in beiden Fällen gesagt, die beiden Häftlinge wurden geschlagen und dann hörte er Schüsse in beiden Fällen. Ja. Ich meine, das ist im Protokoll nicht enthalten. Er hat in dem Zusammenhang auch mit der Misshandlung des Häftlings Mainka Schüsse gefallen sind. Und da er das auch nicht beobachtet hat, konnte er nicht sagen, ob der angeklagte Staat geschossen hat. Er kann überhaupt nicht sagen, ob auf den Mainka geschossen worden ist. Nein, aber er hat in dem Zusammenhang Schüsse gehört. Infolgedessen ist es möglicherweise so, dass er nicht ausschließen kann, dass auch auf Mainka geschossen worden ist. Also, Herr Rechenbach, dass Schüsse gefallen sind, steht ja wohl zur Genüge fest, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob er erschlagen oder erschossen worden ist. Da müssen ja schließlich Schüsse gefallen sein, sonst könnte er ja nicht erschossen worden sein. Ja, das war die Frage. Hatten Sie noch eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Herr Zeuge, haben Sie möglicherweise in polnischen Fernsehen die Angeklagten vorgeführt bekommen? Proszę, Światka, czy Pan może w Telewizji Polskiej widział oskarżonych tutaj? Ich habe keine Telewizji in Polnischen Fernsehsie. Ich weiß nicht, was von den Zeugenaussagen in unseren Zeitungen steht. Er steht übrigens gar nicht so viel, im Gegenteil zu den hiesigen Zeitungen in der Bundesrepublik. Aber in den polnischen Zeitungen haben Sie den Prozessverlauf verfolgt. Aber Sie haben den Prozessverlauf verfolgt. Wie war es Ihnen? Sie haben den Prozess verfolgt, Herr Rechenbach. Ja, am Anfang habe ich mich anhand der Zeitungen orientiert, dass überhaupt ein Prozess in Frankfurt geführt wird, dass die SS-Männer da als Angeklagte auf der Anklagebank sitzen. Da habe ich eine Zusatzfrage. Haben Sie in diesen Zeitungen dann auch Lichtbilder der Angeklagten mit Namen gesehen? Haben Sie in diesen Zeitungen ein Bild der Angeklagten? Nein, und ich brauche auch kein Bild. Ich brauche gar nicht auf die Bilder zu gucken. Und ich sehe vor mir den Angeklagtenstaat und die anderen, wie sie sich im Lager bewegen. Ich habe eine weitere Frage. Ist es richtig, dass Sie im letzten Termin, kurz vor der Identifizierung, die Frau Dolmetscherin fragten, wie sind die Nummern oder wo sind die Nummern oder haben die Angeklagten Nummern? Ja. Ich brauche nicht zu lügen und ich habe niemanden gefragt. Während der Pause ging ich sogar fort, als sie ausgeführt wurden auf dem Hof, weil ich sie gar nicht sehen will. Ich habe eine weitere Frage. Bei der Errichtung des Blockes 15 sprachen Sie von der Wassergrube. Bitte. Bei der Errichtung des Blockes 15 im Stammlager berichteten Sie davon, dass eine vier Meter tiefe Ausschachtung vorgenommen worden war. Ja? Und war diese Ausschachtung nur deshalb vorgenommen, weil eine wäscherei dort errichtet werden sollte? Herr Herr, dass Sie bei der Errichtung nach 4 Meter waren, dass sie vorgelegt haben, dass sie vorgelegt wurden, weil sie die Angeklagten haben? Auf dem Plan wurde von einer Wäscherei geschrieben, also im Querschnitt, da stand es dort die Wäscherei. Aber ich habe gemeint, dass es einen anderen Zweck hat. Aber ich kann das nicht sagen. Herr Zeuge, bei den Erdarbeiten Block 15 hatten Sie im letzten Termin berichtet, seien Sie die Strafkompanie bewacht worden von SS-Leuten. Herr Zeuge sagte, dass bei der Wäscherei, bei der 15-Leuten, die Wäscherei waren in Kampanien, waren SS-Leuten und schädelte sie. Ja, dort waren ein oder zwei von SS-Männern dabei. Aber die Blockführer und die anderen SS-Männer, die machten sich richtig Spaß daraus zu beobachten, wie diese Ausschachtungen vor sich gehen und wie die Menschen darin ertranken. Ich habe nun einen Vorhalt. Mein Mandant sagt mir, dass bei Arbeit innerhalb des Schutzhaftlagers, Lagerbereichs, keine SS-Bewachung gestellt wurde. Das war ein Zeug von der Strafkompanien, dass bei der Strafkompanien, dass bei der Strafkompanien, dass bei der Strafkompanien, bei der Strafkompanien, nie gab es keinen Ja, aber wenn, verstehe ich den Zeugen richtig, wenn er sagt, dass praktisch zufällig mal ein Blockführer oder irgendein Kommandoführer vorbei ist. Wenn es außerhalb des Zaunes gearbeitet wurde, dann wurden Posten mit Karabinern, die eben bewacht haben. Auch außerhalb der kleinen Postenkette und der großen Postenkette. Aber bei der Strafkampagne waren immer Posten. Aber innerhalb des Lagers dabei immer entweder der Blockführer oder sein Stellvertreter, die kamen dann und beobachten, Kommandoführer. Immer wieder kam einer von ihnen und beobachtete, wie es gearbeitet wird. Ich habe dann noch eine weitere Frage. Wie alt war Ihre Ansicht nach damals der Blockführer Engelschall? Wie alt war der Blockführer Engelschall? Wie alt war der Blockführer Engelschall? 30 bis 35 Jahre. Etwa zwischen 30 und 35. Herr Zeuge, wie erklären Sie sich, dass bisher in diesem Prozess keiner der Zeugen meinen Mandanten stark Handlungen bezichtigt hat, wie diejenigen, die Sie ihm vorwerfen. Ich spreche dieser Frage, Herr Vorsitzender. Es ist ein Teil der Zeugen bis jetzt nur gehört worden. Und zwar ganz deutlich, wie wir alle wissen, zu dem Komplexburger insbesondere. Der Zeuge kann nicht darüber gefragt werden, wie er sich das erklärt, dass bisher niemand anders zu diesem Komplex etwas ausgesagt hat. Ich will eine Erklärung dazu abgeben. Ich will eine Erklärung dazu abgeben. Der Zeuge hatte bekundet, dass seine Erlebnisse im ganzen Lager herumgegangen seien. Sie seien jedem bekannt geworden. Wahrscheinlich wegen ihrer Außergewöhnlichen. Aber der Zeuge hat doch das Erlebnis allein gehabt. Die anderen, die wir bisher vernommen haben, die waren doch gar nicht dabei. Also konnten Sie uns das doch auch nicht erzählen. Aber Herr Vorsitzender, wir haben viele Zeugen schon vom Hörensagen hier gehört. Ja, wieso soll denn der Zeuge wissen, warum die anderen Zeugen das von Hörensagen nicht gehört haben, oder wenn sie es gehört haben, hier nicht gesagt haben? Ich ziehe meine Frage. Das ist doch keine Zeugenfrage. Ich ziehe meine Frage. Bitte schön, jawohl. So. Noch eine Frage. Sie haben im letzten Termin bekundet, Sie haben den Angeklagten Stark im Falle Isak nicht schießen sehen. Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, er hat gesagt, dass er nicht gesehen, wer geschossen hat. Er hat von den anderen gehört. Er hat nur gesehen, wie stark seine Pistole wieder eingesteckt hat. Soll ich bitte die Frage übersetzen, Herr Vorsitzender? Moment mal, wir wollen das erstmal klarstellen. Also er hat gesagt, er hat zwar nicht gesehen, dass der Stark geschossen hat, er hat aber gesehen, wie der Stark die Pistole eingesteckt hat. Eingesteckt hat. Ja. Hallo. Hallo. Und was wollen Sie jetzt noch fragen? Ich habe danach die Häftlinge gefragt, welcher von den SS... Das war meine Vorfrage, Herr Vorsitzender. Jetzt kommt meine eigentliche Frage. Meine eigentliche Frage ist die, können Sie sagen, von wem Sie das erfahren haben? Czy może Pan powiedzieć, od kogo Pan to słyszał wtedy? Tam pracowali. Ci, co byli topieni i ci, co pracowali, to był właśnie ten świeży transport Żydów, Polski, którzy zostali wszyscy zniszczeni. Jeszcze poprzednio, co będę gadał. Tam zostało ich 22 zabite, a reszty, to uprzednio i później zostało weźwirownie zabite. Od kogo Pan to słyszał? Nie znam tego, więc od więźnia, który w pobliżu pracował. Also, mit diesem transport, also in diesem transport, dessen Häftlinge dort gearbeitet und getötet und ertränkt und so weiter wurden, das war transport der polnischen Juden. Damals waren 22 von Ihnen getötet. Sie wurden aber vorher und danach alle vernichtet. Ich weiß es nicht, von wem ich ja damals gerade gehört habe. Von irgendeinem Heftling, der in der Nähe von diesem Schuss war. Ich habe noch eine weitere Frage, Herr Zeuge. Sie haben im letzten Termin auf Fragen des Herrn Vorsitzenden gesagt, Sie hätten die Zahl der ertrunkenen Leichen daran festgestellt, dass diese an der Wand des Blocks 10 gelegt worden seien und Sie dort längere Zeit standen. Herr, ich sage es auch noch einmal noch, Herr... Herr, ich sage es noch einmal, Herr Herr. Herr, Sie haben noch einmal etwas... Er étaient in Ihres Blok 11 gelegt, dass Sie sich etwas D liquids waren, die Sie sind unter den Felgen liegen, dass Sie sich die Hösen standen und die 1, der Menschen liegen, wurden um die 15 gelegt worden sind. Ein weiterer Zusatz. Auf vorhand des Herrn Vorsitzenden haben Sie dann eingeräumt, dass ein Häftling von diesem 23 durch Arbeitsunfall umgekommen ist? Na dokładniejsze, dokładnie sprocedowane Pytanie Przewodniczącego podał Pan, że spośród tych 23 jeden zginął podczas pracy. Tak, jeden zginął, który był wychłodzony i nie miał chcieć do pracy. Ja, das war einer, der so abgezehrt war, dass er keine Kraft hatte, zu arbeiten. Ja. Und was wollen Sie denn jetzt fragen? Können Sie mit Sicherheit ausschließen, dass es nicht mehr Häftlinge gewesen sind? Wie, mehr Häftlinge, die... Ja, er hat auf Vorhalt gesagt, ein Häftling bist du. Ja, ja. Czy może pan wykluczyć możliwość, że więcej weichniów zmarło na skutek wycieńczeń? Nie. Nie. Znaczy się w obozie tak, tylko nie w tym gru. Ja, im Lager ja, aber an diesem Tag nicht. Also nicht gestorben, meine ich. Ja, wy... Ja. Ich spreche von diesen, die ertrunken waren. Dann habe ich eine letzte Frage, Herr Zeuge. Ich bitte Sie, Sie nicht zu verübeln. Sie haben im letzten Termin bekundet, Sie hätten seit Jahren die Eltern, Schiedow und Frau Mainka in dem Glauben gelassen, dass möglicherweise der Ehemann und, ich glaube, der Sohn im Falle Schedon noch lebe. Warum haben Sie das getan? Die Frage ist bereits beantwortet. Der Zeuge hat nicht nur erzählt, dass er den Eltern und der Ehefrau nichts gesagt hat, sondern er hat auch erzählt, warum er das nicht getan hat. Weil er Ihnen nämlich die Schilderung dieses grauenhaften Todes ersparen wollte. Das ist ein menschliches Motiv, das mir jedenfalls voll und ganz einleuchtet. Herr Staatsanwalt Vogel, aber auch Sie wissen doch, dass im Sommer 1941 über sämtliche Toten, ganz gleich aus welchem Grund und mit welchem Grund es angegeben wurde, eine Todesurkunde ausgestellt wurde. Und dass im Jahre 1941 die Angehörigen noch verständigt wurden, und zwar offiziell. Auch in Polen? Ja. Oder nur in Deutschland? Auch in Polen. Und das ist eine etwas kühne Behauptung, Herr Rechtsanwalt. Sie wissen so gut wie ich, dass für Häftlinge in der Strafkompanie, insbesondere für Häftlinge mit dem Vermerk IL oder NN, dass da ganz andere Maßstäbe anzulegen sind. Aber Herr Rechtsanwalt, im Sommer 1941 gab es doch einen NN-Erlass noch nicht. Aber es gab schon den Zusatz bei Häftlingen IL, dass die irgendwie besonders zu behandeln sind. Und es gab insbesondere auch eine ganz spezielle Behandlung jüdischer Häftlinge, die nicht zu vergleichen ist mit der Behandlung in Todesfällen, meinetwegen mit reichsdeutschen, sogenannten reichsdeutschen Häftlingen. Aber ich habe es ja um Polen, nicht bei Herrn Meinkau unter allen Umständen um einen Polen. Das ist also höchst unwahrscheinlich. Und wir werden halt eben den Beweisantrag stellen müssen, die Eltern zu hören. Ja, warum, Herr Rechtsanwalt, was versprechen Sie sich von einem solchen Beweis, wenn die Eltern nicht wissen, ob der Sohn lebt oder tot ist? Wenn die Eltern aber eine offizielle Todesnachricht bekommen haben, Herr Vorsitzender, dann kann man Ihnen nicht gut sagen, Ihr Sohn wäre geflohen und er lebe vielleicht noch. Herr Zeuge, Sie haben uns gesagt, dass diejenigen Angehörigen der Strafkompanie, die an dem betreffenden Tag auf der Arbeitsstelle getötet werden sollten, eine Tragbare mitnehmen mussten. Wer hat den Häftlingen den Befehl gegeben, die Tragbare mitzunehmen? Blockführer des Blocks 11, beziehungsweise der Block Älteste. Und wenn die nun an die Arbeitsstelle kamen, wo mussten die Tragbare hinstellen? Где sie stawialen, woher die Arbeitsstelle kamen? Stawialen, wo die Budy, wo oben oben hinschamen Opat. Sie stellten das neben einer Budde, wo die Schaufel daneben standen, die Schaufel und die Keilhaken standen. Und dort flüchteten auch die SS-Männer, wenn es regnete. Also sie hatten die Drachbarke nicht neben sich stehen auf der Arbeitsstelle. Nein, 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 die wurden da an einem bestimmten Platz gelegt. Wenn nun morgens der Befehl gegeben wurde an Einzelnen, eine Drachbarke mitzunehmen, waren da auch irgendwelche Leute von der politischen Abteilung dabei? Nein, nein, sie kamen immer später nach dem Apel. Also jedes Mal, wenn wir von der Arbeit zurückkommen, nach dem Appell pflegten die Angehörigen der politischen Abteilung zu kommen mit irgendwelchen Anweisungen. Genau, darüber Auskunft geben könnte ja ein Schreiber des Blocks 11, Magister... Bloch oder Brol? Brol. Magister... Brol. Bloch. Bloch. Magister Gerhard Bloch. 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 Mit W. Wilhelm Ludwig Otto Charlotte. Bloch. Bloch. Ein L mit dem Strich. Ja, das ist L. Gerhard Bloch, ja. Und eben damals kam der Angeklagte Stark und der Stibitz auf den Oberkapo zu, August hieß er, und die sprachen etwas miteinander, aber was gesprochen wurde, weiß ich nicht. Frau Beantwortung. Ja, danke. Dann noch eine Frage, Herr Zeuge. Waren Sie während Ihrer Lagerzeit mal Musulmann? Czy był Pan, podczas Pana pobytu, w obozie, kiedyś Musulmanninę? Byłem strasznie wychudzony, byłem, ale byłem przytomnym więźniem. Ja, ich war, ich war ja sehr abgezehrt, aber ich war niebewusstlos. Ja zdjęcie z obozu mam w domu. Ich habe aufnahmen noch aus meiner Lagerzeit. Waren Sie infolge der abzehrung, aber es unfähig. Czy był Pan na skutek Pana wycieńczenia niezdolnym do pracy, jakiś czas? Nie. Nein? Ich był niezdolny, musiałem pracować. Ja, ich war wohl arbeitsunfähig, aber ich musste arbeiten. Bo kto nie był, kto by okazał się niezdolny, był zabity. Wenn jemand als arbeitsunfähig sich erwiesen hätte, da würde er getötet. Wie war Ihr Gesundheitszustand im Sommer 1941? Jaki był stan zdrowia Pana w lecie 1941 roku? Gdzieś 50% muzułmana. So ungefähr zu 50% ein muzułman. Dann eine weitere Frage. Können Sie sich das Kampfer nicht scharf genug heraus? Können Sie sich irgendwie, durch eine Erinnerungshilfe oder sonst wie, können Sie sich festlegen, wann Sie mit dem Namen Stark zum ersten Mal im Lager eine bestimmte Person verbunden haben? Czy może Pan sobie przypomnieć, tego nie było, to jakoś jeszcze dokładnie nie zostało sprecyzowane u Pana. Kiedy, w jakim okresie czasu, z nazwiskiem Stark, u Pana łączyło się konkretna postać człowieka? Kiedy Stark przychodził na blog, w jakim okresie? Więc jak byłem w Kompanii Karny, to było w okresie lata. Also, als ich in der Strafkompanie war. Als ich in der Strafkompanie war, im Sommer. Ja, więc nie można dokładnie określić, prawda, Dnia. Es ist unmöglich, so genau einen Tag zu nennen. Na gut, als der Vorfall war, dass die Menschen da in diese Wassergrube gejagt wurden, haben Sie zu diesem Zeitpunkt bereits gewusst, dieser SS-Mann heißt Stark? Czy w tym czasie, kiedy zostali więźniowie w zapędzeniu do tego, to wiedział Pan, że właśnie ten człowiek, ten SS-Mann, nazywa się Stark? To już dobrze w tym czasie Starka znałem, dobrze. Ich habe schon gut damals ten Stark-Kant. Das wusste damals schon genau. Znaczy, Pan dokładnie wiedział. Tak. Ja. Und ja, welchen dienstgrad verbandon Sie damals mit Stark? Czy Pan wtedy łączył już z nim pojęcie o tym, w jakim stopniu on jest? Więc mnie może stopnie nie interesował tak. Mniej interesował człowiek, ale był w każdym wypadku już, tak jak mi się wydaje, był stopnie podofficera. Ja, also für den dienstgrad, da habe ich mich damals nicht interesiert. Eine Person, ein Mensch, interesierte mnie. Aber so wie ich mir denke, da war er damals im Grad eines Unteroffiziers. Und als Alter, haben Sie sich erinnert, um das nochmal zu verholen, ein Alter, wie... A wiek Jego, jak Pan sobie przypomina w tym czasie? Ja, ich wissza, ich wissza, ich wissza, ich wissza. Oskarżony Stark w obozie dobrze wyglądał i miał dobrą Tuszę. Więc wyglądał około 24 do 28 lat, tak jak osądziłem. Oskarżony Stark, był ziemlich dobrze razem, w tym czasie był, w tym czasie był, w tym czasie był, wie 24 do 28 lat. 24 do 28 lat, ja. Und eine letzte Frage, są Sie w irgendeinem polnischen Verfahren, w tym czasie z Auschwitzem, w którym jemals jako zewnętrzył? Czy był Pan kiedykolwiek przesłuchany jako świadek, w jakimś postępowaniu, przeprowadzonym w Polsce? Nie, tylko byłem raz prawie tego, nigdy nie byłem przesłuchany. Nein, nein, ich wurde nie verhört, eben nur damals, das eine Mal. I musza znażowem, że nie chciałem nigdy wspomnieć głosu. Ich hab ja schon betont, ich wollte ja nie mich an das Lager erinnern. Dankeschön, keine Fragen mehr. Und dann... Ich darf das Gericht aufmerksam machen. Der Stibitz ist erst im Jahre 1942 überhaupt erst nach Auschwitz gekommen. Weiß ich nicht, aber... Das wird bewiesen werden. So. Wollen Sie dem Zeugen vielleicht noch sagen, es würde behauptet, dass der Stibitz, dieser SS-mann, erst im Jahr 1942 in das Lager gekommen sei. Proszę, świadka, zwraca się uwagę Pana, zarząd ze strony obrony, że Stibitz, o którym Pan wspomina, przyszedł dopiero w 1942 roku w ogóle do obozu. Sylwetka Stibitz utrwiła mi pamięci. Ich kenne die Gestalt von Stibitz sehr genau. Wenn mir jemand beweisen wird, dass er wirklich zu der Zeit nicht da war, dann werde ich ja denken, dass ich mich da geirrt habe. Aber ich sehe die Gestalt von Stibitz von mir. Ich beantrage deshalb ins Protokoll aufzunehmen, was der Zeuge gesagt hat, stark kam mit dem Arbeitsdienstführer Stibitz in die Kieskrube. Das ist ein außerordentlich wichtiger Satz. Arbeitsdienstführer Stibitz. Die Sitzung wird fortgesetzt. Es wird zunächst folgender Beschluss verkündet. Die Frage der Verteidigung lesen Sie die Informationsblätter des Auschwitz-Komitees wird zugelassen. Ja, ich habe mal gelesen. Sind dort die Namen der hier Angeklagten abgedruckt gewesen? Das bedeutet alles nichts für mich. Damit ist die Frage aber nicht beantwortet. Ich weiß nicht, ob alle Namen gedruckt waren oder nicht. Sind von Angeklagten auch dort Bilder? Wann haben Sie zuletzt etwas davon gelesen? Kiedy hat er letztendlich etwas davon gelesen? Ja, ich habe in unseren Gazetten, in unseren Gazetten, in unseren Gazetten, in unseren Gazetten. Ja, ich habe am Beginn des Prozesses gelesen. War da auch ein Bild vom Angeklagten Stark dabei? War da auch ein Bild von Angeklagten Stark? War das Name Stark? Der Name Stark war da. War da, aber… Ja, es war dort. Und ein Bild? War da. War da. Ja, das Bild war auch. Dankeschön. Bitteschön, Herr Eichsenberg, was hatten Sie noch? Ich glaube, wir haben den Bericht, einen Proto zu überreiten von den Angeklagten als Unterscharführer. Ja, er sagte, die Bilder waren sehr schlecht. Und den Eindruck habe ich auch. Ich würde also aufgrund dieser Bilder die heutigen Angeklagten nicht wiedererkennen. Das habe ich bei dem Stein. Damit sich das Gericht selbst ein Urteil bilden kann, ob das auch vorstellungsmäßig ein Mann von 24 bis 28 Jahren gewesen sein könnte. Na. Wird das Bild dann gezeigt werden? Sie können es sich ansehen, der Herr Rechtsanwalt hat es ja überreicht. Wir haben ja keine Geheimjustiz. Bitteschön, Herr Rechtsanwalt. Herr Vorsitzender, in dem bereits erörterten Zusammenhang einige Fragen bitte ich mir zu bestanden. Ich habe Sie eben nicht recht verstanden. Ich bitte mir in dem bereits erörterten Zusammenhang einige Fragen bitte. Stark. Nein, ja, auch damit zusammenhängen. Jawohl. Ja, bitte schön. Herr Zeuge, Sie waren im Neubaukommando. Proszę Svetka, pan był w komandzie Neubauk. Tak. Ja. Hatten Sie dort eine Funktion? Czy miał pan tam jakąś funkcję? Tak. Ja. Waren Sie Kapo? Oberkapo. Oberkapo. Ich war Leiter des ganzen Kommandos. Haben Sie Mithäftlinge geschlagen? Czy pan był wienchniew? Die Frage könnte, die Beantwortung dieser Frage, könnten Sie unter Umständen verweigern? Pan może nie odpowiedzieć na to Beteiligung. Tak. Nein, ich habe nicht geschlagen, weil ich ein Pole und ein Mensch gewesen bin. Darf ich darum bitten, diese Antwort zu protokollieren, für den Fall, dass das Gericht dieser Meinung, wie ich ist, dass es erforderlich ist, diese Antwort zu protokollieren? Der Zeuge erklärt, Doppelpunkt, ich habe als Oberkapo keine mir unterstellten Häftlinge geschlagen, da ich ein Pole und ein Mensch bin. Waren Moment, das muss erst vorgelesen werden. Würden Sie es nochmal vorlesen? Darf ich das übersetzen? Nein, erst muss ich es vorlesen, dann dürfen Sie es übertragen. Ich habe als Oberkapo keinen mir unterstellten Häftlinge geschlagen, da ich in der Pole und ein Mensch bin. Jako Oberkapo nie uderżyłem żadnego z wiesniów, którzy pracowali pode mną, ponieważ byłem Polakiem i człowiekiem. Tak jest. Jawohl. Kennen Sie den Vassil Bandera? Vorgelesen und genehmigt. Ja. Vassil Bandera. Czy znamen Panu jest ktoś nazwiskiem Vassili, Vassil Bandera? Słyszałem o takim wypadku. Ich habe von so einem Fall gehört. Ja. Und kennen Sie den Doktor Olek Bandera? Bolek? Ja. Olek. Olek. Czy zna Pan Doktora Olka Bandera? Nie znam żadnego banderów, nie widziałem, a nic nie zna. Nein, nein, nein. Słyszałem. Ich habe die Banderas weder gesehen, noch gekannt. Ich habe gehört von diesem Fall. Wissen Sie, dass das Brüder waren? Czy Panu ist wiadom, że to byli bracia? Nie, nie znałem, nie widziałem na oczy. Nein, nein. Ich habe sie nie gesehen. Wissen Sie, dass diese beiden totgeschlagen worden sind? Czy Panu ist wiadom, że oni zostali zabiti? Nie. Przez uderzenie? Nie. Nein. Wissen Sie, haben Sie davon nichts gehört? Czy Pan nic o tym nie słyszał? Słyszałem, że jacyś byli banderzy, gdzie ich poznali koledzy, którzy pomordowali prawdopodobnie ich kolegów i braci. Ci banderzy pomordowali? Ci banderzy, ponieważ to byli Ukraińcy. Also, ich kannte Häftlinge, ich habe gehört von den Häftlingen, die diese Banderas gekannt haben, und zwar, weil diese Banderas ihre Angehörigen als Ukrainer noch in der Freiheit ermordet haben. Wie, das habe ich jetzt nicht recht mitbekommen. Ich habe von anderen Häftlingen gehört, von den Banderas, und zwar von Häftlingen, die diese Banderas, die beiden Banderas, noch in der Freiheit gekannt haben, weil sie, die Banderas, ihre, diese Häftlinge, Angehörigen damals getötet haben. Und zwar, waren das Ukrainer, oder? Weil sie Ukrainer waren. Weil sie Ukrainer waren. Und die Banderas waren Ukrainer. Die Banderas waren Ukrainer. Nun, Herr Zeuge, wollen Sie bei dieser Antwort bleiben, wenn ich Ihnen sage, dass hier vor der Tür drei Zeugen stehen, die bekunten, dass Sie diese Brüder totgeschlagen haben? Nein, ich weiß nicht, dass Sie bei der Tür stehen, dass Sie bei der Tür stehen, dass Sie die Banderas nicht verraten haben? Nein, ich weiß überhaupt nicht, dass Banderas nicht wusste. Und Banderas waren gerade unter anderem. Er hat sich unter anderem. Und er hat die Banderas getötet. Wer hat die Banderas nicht gehört? Rede und kann keine Rede sein. Ich kenne die Banderas nicht. Sie waren unter besonderer Obhut von dem Angeklagten stark, die Banderas. Ich habe keine weiteren Fragen. Mein Kollege Steinacker möchte einen schriftlichen Antrag stellen. Ich stelle aufgrund dieser Aussage des Zeugen folgenden Beweisantrag. Ich beantrage die Zeugen. 1. Mag. Omelan Kowal, Brüssel, zurzeit in Deutschland. 2. Dr. Michael Schewtschuk, München, Zeppelinstraße 67. 3. Herrn Wituschinski, zurzeit in Deutschland. 4. Rudolf Kauer, Rottenburg-Neckar, über folgende Beweisthemen zu hören. Der Zeuge Graal war in Auschwitz als Funktionshäftling Oberkabo im Kommando Neubau tätig. Das hat der Zeuge bereits bestätigt. Der Zeuge Graal hat in seiner Eigenschaft als Oberkabo Häftlinge schwer misshandelt. Insbesondere hat er die beiden Brüder Vassil und Dr. Oleg Bandera, Brüder der auf Veranlassung des sowjetischen Geheimdienstes ermordeten Stephan Bandera, im Juni 1942 so schwer misshandelt, dass diese an den Folgen verstorben sind. Ich gebe diesen Verweisantrag dem Gericht. Ich darf dazu Folgendes erklären. Aufgrund der Pressemitteilungen über die Aussage des Zeugen Graal vom vergangenen Freitag bin ich gestern aus München angerufen worden von einem Zeugen, der draußen steht. Dieser Zeuge hat mir erklärt, ob der als Zeuge vernommene Josef Graal identisch sei mit einem ehemaligen Häftling, der im Kommando Neubau gearbeitet habe. Ich habe ihm erklärt, einen Augenblick, ich muss in meinen Notizen nachgucken, ich hatte mir notiert, dass er im Kommando Neubau gearbeitet hatte. Daraufhin haben mir die Zeugen gesagt, ist Ihnen bekannt, dass er Graal Oberkabo war? Ich musste das verneinen. Die Zeugen haben weiter erklärt, ist Ihnen bekannt, dass Herr Graal in dieser seiner Eigenschaft Häftlinge schwer misshandelt hat? Das musste ich auch verneinen. Ich musste dann auch weiter verneinen, dass der Zeuge, was mir der Zeuge weiter erklärte, dass Herr Graal in dieser seiner Eigenschaft die beiden Brüder Bandera so schwer misshandelt habe, dass sie an den Misshandlungen gestorben seien. Ich halte die Vernehmung der von mir gestellten Zeugen für erforderlich und bitte um sofortige Entscheidung des Gerichts hierüber. Es ist mir natürlich nicht möglich gewesen, eine Ladung dieser Zeugen durch den Gerichtsvollzieher oder durch die zuständige Staatsanwaltschaft herbeizuführen. Ich habe die Zeugen gebeten, zum Termin zu kommen und die Zeugen warten daraus und ich bitte das Gericht, für diesen Antrag sofort zu entscheiden. Herr Vorsitzender, für den Fall, dass das Gericht Bedenken wegen der formellen Voraussetzung der Nichtladung haben sollte, bitte ich diesen Antrag als Beweisantrag zu werten und dann zu entscheiden. Ich habe dann auch noch in diesem Zusammenhang beantrage ich einen nicht anwesenden Zeugen und zwar einen Nikolaus Glimmischin aus Detroit zu vernehmen, der auch in einem Brief niedergelegt hat und bereit ist, wahrscheinlich bereit ist als Zeug zu kommen, dass ein Oberkapokral zwei Brüder des Stephan Bandera geschlagen hat und die beiden sind im Gartenhaus in Auschwitz gestorben. Das ist also noch ein zusätzlicher Beweis zu diesen drei Zeugen. Nun wollen wir zunächst mal weiter fortfahren mit der Vernehmung dieses Zeugen. Und zwar, Herr Zeuge, Sie haben uns am Freitag gesagt... Herr Vorsitzender, darf ich zuvor, dass Sie offenbar auf einen anderen Angeklagten jetzt übergehen wollen, noch eine Frage an den Angeklagten stark richten? Bitte schön, Herr Stefan. Herr Stark, worauf stützen Sie Ihre Behauptung, dass Stiewitz erst 1942 nach Auschwitz gekommen ist? Es ist die Rede gewesen vom Arbeitsdienstführer Stiewitz, Sommer 1941. Im Sommer 1941 war Stiewitz kein Arbeitsdienstführer. Aber er war doch im Lager. Zumindest nicht im Lager, im Schutzhaftlager. Beim Wachsturmband war er vielleicht gewesen sein, aber im Schutzhaftlager war er damals noch nicht. Was glauben Sie, welche Funktion er damals hatte im Sommer 1941? Ich weiß es nicht und deshalb kann ich es nicht sagen. Ja, ich hatte vorhin Ihren Herrn Verteidiger so verstanden, dass er erst überhaupt 1942 nach Auschwitz gekommen sei. Ja. Das macht Ihnen etwa Stimmen. Wissen Sie das, das heißt, es mag Stimmen, wissen Sie das sicher oder glauben Sie sich sicher daran erinnern zu können oder welche Anhaltspunkte haben Sie dafür? Ich behaupte nicht irgendetwas, was ich nicht genau weiß, aber ich werde es doch genau eruieren. Ja, wissen Sie es schon genau oder war es vorhin nur eine Behauptung so ins Blaue hinein? Ich möchte eine Erklärung abgeben. Herr Verteidiger, der Angeklagte Stark hat gesagt, er hat den Herrn Stiewitz erst 1942 im Lager erlebt und er ist erst im Jahr 1942 Arbeitsdienstführer geworden. Wenn er im Wachsturmband vorher gewesen sein sollte, dann kann er nicht mit Sicherheit sagen, dass er da war oder dass er da nicht dabei hat. Aber Sie haben es gesagt, Herr Kollege. Der Herr Stark hat mir gesagt, er kennt ihn nicht als im Sommer oder im Jahr 1942. Vielleicht ist er in irgendeiner anderen SS-Einheit sogar wahrscheinlich vorher gewesen. Jedenfalls nicht im Lager. Das hat der Angeklagte Stark eben auch bestätigt. War er vorher als Rapportführer in Auschwitz? Dann wäre er doch im Lager gewesen. Ja, eben. Ja, aber Herr Rechsenwald, Sie haben doch vorhin gesagt, Sie wollten das belegen. Ich werde das auch belegen durch bestimmte Zeugen, die jetzt nicht hier sind. Es hat also gar keinen Sinn, das jetzt hier zu beantragen. Außerdem will ich Beweisanträge sehr säuberlich und fein vorbereiten und dann erst stellen. Ja. Herr Fleisch, vielleicht wird das Belegen insoweit überflüssig, wenn ich einen handgeschriebenen Lebenslauf von Stiewitz vorlege, aus dem sich ergibt, dass er bereits im Oktober 1940 nach Auschwitz gekommen ist und nicht nur in der Wachtruppe tätig war. Herr Vorsitzender, zu dem Antrag darf ich noch ergänzt was sagen. Es liegt selbstverständlich allein im Ermessen des Gerichts, wann über den gestellten Beweisantrag entschieden werden soll. Aber ich glaube, dass über diesen Antrag doch gleich entschieden werden sollte, mit Rücksicht darauf, dass die drei Zeugen einen angereist sind. Einer, glaube ich, sogar aus Paris. Und für den Fall, dass die Zeugen das, was wir in ihr Wissen gestellt haben, bestätigen sollten, dann hätte dieser Zeuge Ihnen in einigen wichtigen Punkten die Unwahrheit gesagt. Sodass es also möglicherweise darauf hinauslaufen könnte, dass die Vernehmung als abgeschlossen angesehen werden könnte oder müsste. Ich stelle das nur dem Gericht an Heim und bitte, darüber zu beraten, ob nicht gleich darüber entschieden werden soll. Ich möchte nur darauf hinweisen, diese Zeugen sind aus freien Stücken oder von sich heraus ohne Ladung heute meinetwegen aus Paris gekommen. Aber wir haben noch zahlreiche ordnungsgemäße Zeugen, ordnungsgemäß geladene Zeugen aus Polen, die ebenfalls auf ihre Vernehmung warten. Die Entfernung von Warschau nach Frankfurt ist bestimmt nicht kleiner als von Paris nach Frankfurt. Aber der Zweck, Herr Vorsitzender, und damit lassen Sie mich diesen Satz noch sagen, der Zweck, der mit dieser Vernehmung verbunden werden sollte, nämlich zu beweisen, dass dieser Zeuge Ihnen in wichtigen Punkten die Unwahrheit gesagt hat, ist plötzlich aufgetaucht. Und ich glaube, dass man dann diesen Zweck sofort nachgeben müsste, weil dann je nach Ausfall der Vernehmung die weitere Vernehmung dann als überflüssig beurteilt wird. Was war hier noch zu fragen? Ich habe an den Zeugen eine Frage im Zusammenhang mit den Beweisanträgen der Rechtsanwälte Laternzer und Steinacker. Herr Zeuge, war Ihnen bezüglich der Familie Bandera damals bekannt in Auschwitz, dass die Familie Bandera zu den ukrainischen Kreisen im ehemaligen Ostpolen gehörten, die ausgesprochen und bis aufs Messer Polen feindlich waren? Ich habe es Folgen. Ein Mann. Ich habe es erzählt, ich habe in den Beweisungen, über die Bandereeren haben, die auf der Beweis gesagt haben. Das wurde bereits nach dem Krieg gelesen, dass diese Banden im Osten die Polen gemordet haben. Ich möchte dabei etwas erklären. Ich wurde niemals darüber vernommen, aber ich möchte betonen, dass es mir bekannt ist, dass der Angeklagte Stark seine Spitzel hatte, die in Erfahrung bringen wollten, auf welche Weise und was mit Banderas geworden ist. Und ich habe gehört, ich habe sie aber nie gesehen und ich weiß ja auch nichts von denen, aber ich habe gehört, dass sie im Kommando Neubau irgendetwas mit ihnen geworden ist. Aber sie waren auch nie zugeteilt zum Neubau-Kommando und sie befanden sich auch niemals auf der Liste des Neubau-Kommandos. Einer von den Spitzeln, von denen ich vorher sprach, da weiß ich, er hieß Komarnitzki-Bochdan. Das war so ein Spitzel. Der Angeklagte Stark, wollen Sie zu den Beschuldigungen, die der Zeuge hier ausgesprochen hat, bezüglich Ihrer Person Stellung nehmen? Wollen Sie eine Frage noch dazu stellen oder eine Erklärung abgeben? Sie haben das Recht dazu. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich bei allen diesen von den Zeugen geschilderten Fällen nicht dabei war. Ich kann nur sagen, was ich am Freitag vor meiner Wiederverhaftung gesagt habe. Ich habe so etwas nicht getan. Dann wollen wir auf den Beweisantrag der Rechtsanwälte Dr. Laternser und Steinerger wird die Vernehmung der in dem Beweisantrag zu Ziffer 1 bis 4 genannten Zeugen angeordnet. Die Vernehmung dieser Zeugen, die an Gerichtsstelle anwesend sein sollen, wird im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen Kral erfolgen. Nun wollen wir zunächst einmal den Herrn Kral zu Ende vernehmen, soweit es noch möglich sein wird. Herr Kral, soll ich ihn bitte informieren darüber? Ja, bitteschön. Sie haben uns am letzten Freitag außer dem Angeklagten Stark auch noch andere Angeklagte benannt, die Sie kennen und haben hinzugefügt, Sie hätten bezüglich dieser Angeklagten dem Gericht noch etwas zu sagen. Herr Kral, wollen Sie das bitte jetzt tun und zwar fangen Sie bitte an mit dem Angeklagten Dylewski. Herr Kral, während seiner Beweisantrag in 5.00 Uhr gesagt hat, dass er, außer dem Angeklagten Stark auch noch weiß, und kann er noch sagen, dass er noch etwas an anderen Angeklagten Dylewski noch etwas zu sagen. Herr Kral, bitte Sie, dass er jetzt seine Beweisantragte über diesen Angeklagten Dylewski ist. Herr Kral, bitte Sie, dass er noch nicht mehr an den Angeklagten Dylewski ist. Herr Kral, bitte Sie, dass er eine Beweisantragte ist. Herr Kral, bitte Sie, dass er noch nicht mehr an den Angeklagten Dylewski ist. Herr Kral, bitte ich kennen eines Tages, als er am Abend zwischen dem ersten und zweiten Gong auf dem Block elf kam, um einen Häftling abzuholen. Er kam in den Saal, in dem ich mich auch befand und die Häftlinge versäumten sofort, Achtung zu rufen, wie es damals die Regel war. Man hat ihn nicht bemerkt, wie er hereinkam. Sie riefen wohl, aber mit Verspätung. Damals wurde uns Sport angeordnet. Gdzie otworzono... Kto to zarządził? Więc zarządził, bo przyszedł oskarżony Tylewski, w ten czas przyszedł esesman, który pełnił służby lager policaj i jeszcze esesman, którego nie pamiętam nazwiska, trzeci, który pełnił widocznie służby na bloku jedenastym. Kto zarządził, pyta się Pana Przewodniczący? Więc zarządził, ponieważ pierwszy wszedł na salę Tylewski, więc zarządził ten sport nam oskarżony Tylewski. Wörtlich. Damals kam in den Saal der Angeklagte Tylewski, der SS-Lagerpolizei. Ein SS-Mann, der zur SS-Lagerpolizei gehörte. Und noch ein dritter SS-Mann, der, meiner Meinung nach, damals Dienst auf dem Block 11 hatte. Ich habe dann nochmal die Frage des Vorsitzenden wiederholt, wer hat es angeordnet von den dreien? Er sagte, als Erster kam der Angeklagte Tylewski, und er hat es angeordnet. Ten sport. To wykonanie sportu. Tak. Więc Lagerpolizei to był SS-Mann, który pełnił w tym dniu, czy w tej nocy, miał taką tablicę, w której napisane było Lagerpolizei. Dieser zweite hat an diesem Tag, also diese Nacht, Dienst, und hatte deswegen so eine kleine Tafel, da drauf stand, SS-Lagerpolizei, der zweite Mann, der mitkam. Na skutek tego sportu, więc jak wykonano nam ten sport, na później otworzono okna, i na skutek tego, czterech dni dorana zmarło. Als uns dieser Sport angeordnet wurde, danach öffnete man die Fenster, und infolge des Sportes starben bis zum Morgen vier Häftlinge. Jeden wyskoczył, jak otworzone by okna, jeden wyskoczył przez okna. Na bruti. Und als die Fenster geöffnet wurden, ein Häftling sprang aus dem Fenster raus, auf den Draht. Dort, wo das unter Strom stand. Und wer hat den Sport angeordnet? No więc, kto zarządził Sport? Więc, z tego, co ja słyszałem, rozmowy, więc... Das, was ich gehört habe, gespräche, jak oskarżony Dylewski mówił do tego Blockführera, wie der Angeklagter Dylewski zu dem Blockführer sagte, że zrobić im za tą karę, za to, że się spóźnili Sport. Als strafe, weil sie sich verspätet haben, muss man denen jetzt einen Sport machen. do tego, co ja słyszałem. Do tego, co ja słyszałem, do tego, co ja słyszałem? czy do Blockführera, czy do Blockowego? Do Blockführera, który tam pełnił wtenczas służby. Er hat das zum Blockführer, der damals Dienst hatte gesagt. Was wissen Sie sonst noch? Co panu jeszcze jest wiadomo? Odnośnie Kustodkowskiego Dylewskiego. Następnie, widziałem, jak myśmy budowali oparkanienie przed krematorium, numer jeden. To było na wiosnę mniej więcej czterdziestego drugiego roku. Als wir etwa im früja, mniej więcej wiosnę, czy na pewno wiosnę czterdziestego drugiego roku. Wiosnę czterdziestego drugiego roku. Nie, tak. Wiosnę czterdziestego drugiego roku. Als wir im früja, neunzehnhundertzweiunfierzig bei der umzäunung des krematoriums gearbeitet haben. Przed krematorium, przed Sjami. Vor dem krematorium, vor der Tür. Zrobiliśmy z płyt betonowych taki przysionek. Haben wir aus betonplatten so eine Art Vorplatz gebaut. Mniej więcej, jakieś osiem, do dziesięć, na piętnaście czy czterdziest. Ungefähr acht, bis zehn, auf fünfzehn. Mniej więcej, tak. Ungefähr metrów. Metrów, tak. Więc w czasie tego, widziałem, jak oskarżony... Während dieser arbeit, habe ich gesehen, jak oskarżony Dylewski przyprowadzi cywila wie der angeklagte Dylewski einen cywilisten gebracht hat ins krematorium ins krematorium i po zamknięciu drzwi wyszedł z strzał und nachdem die Tür geschlossen wurde wyszedł z strzał i za jakieś trzy, pięć minut Dylewski szedł z powrotem. Ungefähr nach fünf Minuten ging Dylewski zurück. Ten cywil już nie wyszedł w czasie tego dnia. Der cywilist kam an diesem Tage nicht mehr heraus, weil... No już myśmy go nie zauważyli. Weil wir ihn nie wieder nicht mehr bemerkt haben. Tom pracy o parkaniennie tego przyciąga przed krematorium bei dieser arbeit der umzäunung dieses vorplatzes vor dem krematorium zarządził unter Sturmführer Grabner. So, sehr schön. Grabner. Also, diese arbeit wurde vor dem unter Sturmführer Grabner angeordnet. Pilnowali nas pracownicy Oddziału politicznego, żeby w terminie był wykonany. Wir wurden von den Mitarbeitern der politischen Abteilung bewacht, dass es terminmäßig erledigt wird. Tak. Więc, po wykonaniu tego parkanu nachdem wir die arbeit fertig gemacht haben gingen wir ins Lager zurück i zauważyliśmy, i nastąpiła Blocksperra i Lagersperra. i zauważyliśmy, że coś się dzieje na obozie i słyszać było ten czas koło krematorium strzały pojedyncze, krzyki, kobiet. zauważyliśmy, 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 zu zauważyliśmy, Do celów budowali. Sie haben dann geahnt, dass dieser vorplatz für bestimmte Zwecke gebaut wurde, celem rozbierania się więźni, cywilów. Damit die cywilisten, die häpflinge dort sich auskleiden können. Danach wurden sie dann in die Gaskammer geführt und vergast. Am nächsten Tag kamen wir wieder und mussten diese Umzäunung verbessern, weil manche von diesen Blocks nicht in Ordnung, also Platten, zerbrochen waren und wir mussten sie wieder neu herrichten. Wir wurden damals von dem Unterscharführer Högert als Kommandoführer bewacht. Das war der zweite Kommandoführer. Wir haben bemerkt, dass in diesem Vorplatz ein ganzer Haufen von weiblichen Bekleidungsstücken liegt, auch Kleider von Kindern und Männern waren dabei. Ich habe bemerkt anhand der zerrissenen Papiere, die herumlagen, dass es sich dabei um die Deutschen handelte. An dem gleichen Tag, an dem wir die Verbesserungen an der Umzäumung gemacht haben, sah ich den angeklagten Dylewski, der fünf bis sechs Mal in das Krematorium 1 damals gekommen ist. Was da drin geschah? Bitte? Weiß auch, was da drin geschah? Die Weibanzoche Tamdjau gedauert wurden. Dann in diesem Tag waren die Pallone, die alle Zwerge und die Zwerge waren. Dort wurden damals die Leichen von den Vergassten verbrannt. Dann habe ich gesehen, der Bisschen auch in der Fisk- rozh bother, Untertitel von der Fisk-Roy. Und was war in anderen Sturpe, wie die Es systeme Land der Zwerge, wie die Oberstumpier, Schwartz, das war in der Zwerge und andere Sturpe, und andere Sturpe, Ich habe außerdem den Angeklagten Delewski unter anderem, es waren dabei die Lage, Obersturmführer Schwarz, Palic, Rapportführer Vize und andere, während einer Massaker in der Kiesgrube hinter der Küche. Damals wurden bis zum Vormittag diese vier Rollwagen voll getöteten Menschen fortgebracht, von denen ich vorher berichtete. Sie wurden mit scharfen Stielen getötet, man hörte Schüsse, die Häftlinge, die auf die Posten flüchteten, und man tötete sie dann in der Kiesgrube. Man jagte sie wieder zurück in die Kiesgrube und dort wurden sie eben getötetet. Die, die am Posten vorbeiliefen, wurden dann erschossen. Diese Häftlinge wurden dann auf den Block 11 gebracht, abgezählt und schließlich wiederum auf die Rollwagen verladen. Und nach außerhalb des Lagers gebracht. Wahrscheinlich ins Krematorium. Also aus der Kiesgrube in den Block 11 und von dort wieder außerhalb des Lagers, jedenfalls ins Krematorium. Ja, das sind die Erlebnisse, die er mit Dilewski gehabt hat. Dann hat er noch genannt Brot. Was weiß er von Brot? Ich habe den Brot gesehen. Eines Tages, da kam ein Transport aus Holland. Das waren Frauen. Das war vielleicht im Sommer 1942. Die Frauen mussten sich auskleiden zwischen den Bloks 1 und 2 in einem Baderaum. Und die wurden dann abrasiert, die Haare auf dem Kopf rasiert und desinfiziert. Damals war eine Mutter mit ihrer Tochter dabei. Diese Tochter wollte sich nicht ausziehen. Brot hat damals einen Befehl gegeben einem Häftling. Er soll diese Tochter ausziehen. Dabei wurde sie fürchterlich zusammengeschlagen. Das wäre ungefähr alles, was ich von Brot gesehen habe. Ich habe gehört ebenfalls. Räwnisch und gesehen Brot in 1942. Und ich habe ihn auch gesehen, wie er die Häftlinge Gruppenweise auf den Blok 11 brachte. Zusammen mit dem Lachmann. Und man hörte dann nach einer Weile Schüsse. Und man hörte dann nach einer Weile Schüsse. Und man hörte dann nach einer Weile Schüsse. Wahrscheinlich ins Krematorium. Herr Zeuge, Sie haben weiterhin uns den Namen des Herrn Boga genannt und Kaduk. Über die beiden haben Sie ja schon berichtet. Was wissen Sie von dem angeklagten Mulka? Ja, er hat schon darüber gesprochen, dass er nur gehört hat, dass das eben der Adjutant von Höss war. Nein, ich habe gesagt, dass ich den angeklagten Mulka bei einer Selektion vor der Küche gesehen habe. Jawohl, er hat aber gesagt, er hat sich passiv verhandelt. Er hat sich passiv verhandelt. Ja, das hat er auch schon gesagt. Ja, das hat er doch mal gesagt. Ja, dann bezüglich des angeklagten Klaire. Ich habe von Klaire bereits gesagt, dass er damals die 28 aus der Maure Schule ausgesucht hat. Jawohl, jawohl, hat recht. Und nach einer Weile habe ich erfahren, dass sie schon tot hinter dem Block 28 von der Seite des Theatergebäudes liegen. Dass sie also tot und blau angelaufen dort liegen. Wollen Sie uns sonst noch irgendetwas sagen? Sie haben das letzte Mal gesagt, Sie hätten uns noch Verschiedenes zu berichten. Ich wollte im Allgemeinen beschreiben, wie das Leben in der Strafkompanie aussehen hat. Ja, nun also, das ist uns hier schon wiederholt beschrieben worden. Das können wir als bekannt voraussetzen. Ich möchte nur wissen, ob Sie noch wegen der Angeklagten, die hier sitzen, irgendwelche konkreten Vorgänge uns mitteilen wollen. Also, in der Strafkompanie, die hier sitzen, ob Sie noch etwas Faktes haben, die hier sitzen, haben Sie noch etwas Faktes, die hier sitzen? Nein, ich habe nichts mehr zu sagen, weil diese Kleinigkeiten, dass jemand getreten oder geschlagen wurde im Lager, aber das gehörte zum alltäglichen Bild und ich glaube, das gehörte zur Tagesordnung. Ja. Und dann hat das Gericht noch Fragen. Ja, bitte schön. Zu dem Sport machen auf Block 11 habe ich noch Fragen. Wer hat den Sport auf Block 11 geleitet? Kto kierował Sportem na Block 11? Więc w ten czas przyglądali się ci trzech SS-mani. Zugesehen haben die drei SS-männer. I Bogdan Kumarnicki. Bogdan Kumarnicki to był więzień. Und Bogdan Kumarnicki, der ein Häftling war. Und ein Häftling namens Wacław Ruski. Tak, on nie żyje. Er lebt nicht mehr. Tak, Bogdan Kumarnicki, on jest gdzieś tutaj w Demokratycznej Republii, Demokratycznej Republii, tutaj w FEDERALN. Der ist hier irgendwo in der Bundesrepublik. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Dilewski bei dem Sport machen dabei gewesen sei? Ich dachte, der Dilewski hätte diesen herausgesonderten Häftling abgeführt. Ja tak zrozumiałam, dass Dilewski odprowadziu tego na korytarz wyprowadzanego więźnia. Więzień był wywołany na korytarz, stał na korytarzu, a oni zrobili nam Sport. Więzień stał na korytarzu i później zabrał tego więźnia. Der Häftling stand auf dem korytarz und nachdem man mit uns den Sport getrieben hat, hat er ihn dann fort. Also nach dem Sport machen ist er erst abgeführt worden. Ja, dopiero po przeprowadzonym sporcie, on odprowadził więźnia. Tak, poszedł z bloku. Ja, erst nach dem Sport ging er aus dem bloku fort. Wie lange hat das Sport machen gedauert? Ja, długo trwał den Sport. Mniej więcej około pół godziny może. Ja, ich weiß nicht, so ungefähr halbe Stunde vielleicht. Bo w tym momencie człowiek nie liczy czasu. In diesem Augenblick, da schaut man nicht auf die Uhr, zählt man nicht die Zeit. Und hat dieses Sport machen, habe ich das richtig verstanden, im Saal, in Block 11 stattgefunden. Więc ja dobrze pan rozumiem, że ten sport ma miejsce w Sali. W Sali, w Sali. Jawohl, im Saal. Im Saal. Im Saal. Ja, dieser Häftlinge hat sich aus dem Fenster gestürzt. Więc jeden biskoccio przesorgt, ne? Ponieważ, jak myśmy, jak oni wykonali Sport, musieliśmy się wszyscy ułożyć. Następnie przyniesioną, położyć na podłogi. Also, weil, nachdem das Sport machen vorbei war, mussten wir uns alle auf den Boden legen. Bo to był na nasze Sienniki, gdzie myśmy mieli spać. Kroosäcke, wo wir ja schlafen sollten. Tak. Następnie przyniesiono, około, nie wiem, dokładnie, około 10 Wiatr Wody. Da hat man so etwa, ich weiß nicht genau, aber etwa 10 Eimer Wasser gebracht. Oblano nas i otworzono Okna. Wir wurden mit Wasser überschüttet und dann wurden die Fenster geöffnet. Und da hat sich einer rausgestürzt. I wtedy jeden biskoccio. Unmittelbar nach dem Sport machen sprang einer aus dem Fenster. Und wie sind die drei anderen Häftlinge zu Tode gekommen? A Cidrzej i Niktużysmarli, w jakis poszuponismarli. Więc oni, jak myśmy rano wstali, więc oni byli nie żywi. Als wir morgens aufgestanden sind, da waren die tot. Sind also in der Nacht gestorben. Więc oni zmarli noc, w czasie noce. Tak, ja nie wiem. Ja, ich weiß nicht genau wann. Noch eine Frage zu dem Massaker in der Kiesgrube. Waren Sie Augenzeuge dieses Massakers? Czy odnośnie Massakry za Żwirownio, był pan stärkiem naocznym tego? Prasowałem u góry i ładowałem Żwir do taczek. Co to znaczy prasowałem u góry? Na górze. Nie na dolko u góry w tymczas prasowałem. Ich habe oben damals gearbeitet und habe die Handkarren gefüllt. Ładowałem Żwir tak, do taczek. Mit Kies gefüllt. Also oben, äh, oben bedeutet, oben der Kiesgrube. To znaczy na górze Żwirownia. Tak. Ja. Żwirownia była 6 metrów głęboko. Weil die Kiesgrube 6 metrów tief ungefähr war. Haben Sie selbst gesehen, dass Dilewski auch mit dem Schaufelstiel geschlagen oder geschossen hat? Sam widziu, że Dilewski był Stilem i strzelał. Więc czy Dilewski strzelał, czy Dilewski w ten czas widziałem w każdym wypadku, że Dilewski miał Stilem w garści. I uderzył niektóre więźni. Ob Dilewski damals geschlagen oder erschossen. Ich habe ja gesehen, dass sie einen Stilem in der Hand hatte. I że? Und dass er auf einen Häftling aufschlug, der ja beim Handkaren stand. Dilewski był jeden, może intelligenten. Dilewski war einer von den intelligenten. Männchen, der die Hände nicht gerne schmutzig machte und diese Arbeit den anderen überließ. Aber einen Fall hat er gesehen, wo Dilewski geschlagen hat. Ale Pan w jednym wypadku wziął, że on uderzył. W ten czas ja nie mogłem wszystkiego widzieć, bo tam była Sodoma, Kumola. Ich konnte damals nicht alles sehen, weil damals Sodoma und Kumola waren. Tam nie było Stila, nie było na drugi dzień łopaty, ani kamienia, który by nie był krwią zbroczony. Damals gab es am nächsten Tag keinen Schaufelstiel und gar keinen Stein, der nicht mit Blut besuddelt wurde. W ten czas ja nie znamy jest więźnią, którzy pracowali w obozie. Dieser Fall ist den Häftlingen, die im Lager waren und gearbeitet haben, bekannt. Ich habe sie so verstanden, dass sie gesehen hätten, dass Dilewski bei dem Handkaren auf einen Häftling mit dem Schaufelstiel geschlagen. Ist das richtig? Also Dilewski uderzył stillem jednego Weichnia, który stał przy taczce. Który jechał z taczką, ja ładowałem zwierzy do taczki, a on później jechał. I zjechał tą taczką. Also ich habe einen karen mit kis beladen und ein Häftling ging damit fort. Und Dilewski... I w ten czas on zjechał z deski na ziemi, do Żwiru, i nie mógł dalej. I w ten czas Dilewski właśnie go uderzył. Er fuhr ungeschickt in kis hinein, so dass er nicht weiter fahren konnte. Dilewski kam dann auf ihn zu und schlug in. Der Angeklagte Dilewski stand nicht weit von ihm entfernt, weil damals die SS-Männer so überall gestellt wurden. Ja, also ich spreche nur von diesem einen Häftling zunächst. Hat Dilewski diesen einen Häftling totgeschlagen oder ist er am Leben geblieben? Czy Dilewski uderzył tego wiechnia tak, że on zmarł nas, kude, kude żyje, czy on został przy życiu? Nie, nie wiedziałem, nie wiem, czy zmarł, czy nie zmarł. Tylko wiem, że ten więzień wywrócił się przy tej taczce. Ob er gestorben ist, oder nicht gestorben ist, weiß ich nicht. Ich habe gesehen, dass er umfiel bei diesem karen. I później on chciał tą taczkę, wziął tą taczkę i jednak podjechał dalej. Co się później dalej z nim stało, nie wiem. Nie wiedziałem, nie wiedziałem, że ten czas nie można było się przyglądać i bardzo niebezpiecznie, żeby podejrzewać jakichś wypadek, coś się gdzie dzieje. Bo nie wiadomo było... Wissen Sie, was der Grund für dieses Massaker gewesen ist? Czy wie Pan, co była ta przyczyna tej Massakry? Ja uważam, że przyczyna była taka, że kompania karna może była przeładowana, a szczególnie w ten czas przyszli właśnie Żydzi do obozu. W moim zdaniem, że ten maszakry wyjechał, bo była złaśniewała, bo była ta sprawa, bo była ta sprawa, bo była ta sprawa i do obozu. W ten czas do kompania karna przyczyna transporta. Wann wurde Sport gemacht? Wann war das? Das war zwischen dem ersten Gong und dem zweiten Gong. Nein, in welcher Jahreszeit, als Sie sagen, die Fenster wurden aufgemacht? Das war im Sommer 1941, als ich in der Strafkompagnie gewesen bin. Sie sind doch Baumeister von Beruf. Wie weit schätzen Sie den Abstand von dem Fenster zu dem Zaun? Pan może przecież na skutek swojego zawodu powiedzieć, jaka była mniej więcej odległość od okna do płotu tego bloku 11. Za blokiem 11 był chodnik, więc mogło mniej więcej być jakieś pięć, sześć metrów, nie wiem, tak, mniej więcej odległość. W każdym wypadku niedaleko od bloku 11. Mien sie blokiem a płotem. Tak, mien sie blokiem a płotem. Bo najpierw był niski parkan. Neben dem Block war ein Fußweg. Und ich schätze so ungefähr fünf bis sechs Meter die Entfernung. Ja, so schätze ich nach dem Lageplan auch. Und sie sagen, der Häftling sei aus dem Fenster in den Draht gestützt. Wyskoczył z okna. Wyskoczył z okna na druty. Ja, er sprang aus dem Fenster auf dem Draht. Takich wypadków więcej było w obozie, dopóki... Das waren mehrere solche Fälle im Lager. Więc dopóki, bo nie było Kratów w tymczas jeszcze w oknach. Weil damals die Fenster nicht, ähm, nicht, ähm, no, verschlossen, nie vergütet waren. Aber wie hoch war denn der erste Stock? To był Parter. Das war Erdgeschoss. Parter. Das war Erdgeschoss. Da sprang die die fünf Meter in einem Satz. Wyskoczył tak pięć metrów. Jeżeli więzień, ponieważ był strzał zaraz, z tego, z tego, z tego, no, od posta, więc jeżeli więzień wyskoczył na druty i zbliżył się do małych drutów już, to już było strzelane. Also, als der Häftling aus dem Fenster sprang, da wurde sofort von dem Posten geschossen. Ja. Bo zaraz były niedaleko druty małe, te niski. Weil in der Nähe die niedrigen, der niedrige Draht war. A później było jakieś cztery Meter, może... Und dann, vielleicht vier Meter weiter, war der normale Draht mit der großen, ähm, äh, die große Umzäunung, die mit Strom geladen war. Bo najpierw były niskie, wie były tablice, gdzie stoło halt, es wird geschossen. Also, konnte er nicht unmittelbar aus dem Fenster in den Draht springen, sondern musste nachher dahin laufen. Więc on nie mogł bezpośrednio wyskoczyć na druty na odomane, tylko musiał bieść jeszcze. Nie, on musiał pobieść w każdym wypadku. Wyskoczył i poszedł na druty. To już nie wiem, bo nie byłem przy tym. Wyskoczył z okna, to mówiliśmy, wyskoczył na druty. Wie, wenn jemand aus dem Fenster sprang, da haben wir gesagt, er sprang auf den Draht. Ja, und nun, der Betreffende bei dem Sport machen, hat er den Draht erreicht, ist am Strom gestorben, oder wurde vom Turm aus vom Posten erschossen? Więc, w jaki sposób zmarł ten, ktoś, kto wyskoczył wtedy, podczas tego Sportu? Czy on znał uderzony prądem elektrycznym, czy zastrzelony został przez Sport? To nie mogę powiedzieć, ale wiem, że wyszedł schał zaraz. to nie mogę powiedzieć, że wyszedł wśród. Wiem, kto znał znał do tego, jak w momencie? Nie, każdy mnie, w każdym razie. 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 W każdym razie znał, w każdym razie. Ależ znał do tego, jak w każdym razie. W każdym razie nie było w tym razem. Aus diesem Saal, also von uns, war keiner dabei, weil es eine Zeit war, während man es nicht mehr erlaubt war, im Lager zu gehen, zwischen dem ersten und zweiten Gunk. Und wann war das Massaker in der Kieskub? Und wann war das Massaker in der Kieskub? Das war auch im Jahr, als wir in der Sommerzeit gearbeitet haben, im Jahr 1941. Danke, keine Fragen. Wir wollen die Vernehmung unterbrechen. Ich bitte, um halb zwei wieder hier zu sein und bitte, zu diesem Termin den Zeugen wieder hier zu sein, die Frau Dolmetscherin und die von Ihnen assistierten Zeugen. Herr Vorsitzender, wenn heute Nachmittag die Zeugen, die anderen vier Zeugen vernommen werden sollen, können Sie vielleicht jetzt erst noch entscheiden, was aus den anderen polnischen Zeugen wird, die draus vor der Tür stehen? Ja, das ist Herr Smolén. Herr Smolén, die Frau Maria Swiderska-Swiratova und Herr Wojcicki. Ich kann mich nicht verteilen. Herr Smolén, die Frau Dolmetscherin und Herr Wojcicki. Ich habe die Gestalt des Angeklebten, die Leski dabei gesehen. Aber in diesem ganzen Durcheinander beim Sporttreiben, wenn man die Arme hoch hat und als Frosch herumspringen muss und sich auf den Boden rollen, da ist dermaßen alles kompliziert, dann zu unterscheiden, wer und wie. Ich habe es nur gesehen, dass die drei SS-Männer, nachdem der Sport zu Ende gegangen ist, den Saal verließen. Wer hat den Befehl erteilt, die Häftlinge mit Wasser zu überschütten? Kto vidal polizzenie oberch gewinnt njuf wodo? Jetzt, tutaj, ja nie wiem, kto vidal to polizzenie, tylko wiem, że została woda przynieksiona. Ich weiß es nicht, wer diesen Befehl gegeben hat. Ich weiß nur, dass das Wasser gebracht wurde. Wer hat das Wasser über die Häftlinge geschüttet? Waren das auch die Häftlinge, die den Sport durchgeführt haben? Kto oblewał wodą? Czy to byli ci Häftlinge, którzy wydawali też rozkazy w czasie russischen Sport? Nein, Häftlinge nie wydawali rozkazy. Byli przy tym, przynosi tą wodę, przynosi, pamiętam, Bacek, Ruski. Nein, also die Häftlinge haben auch keine Befehle erteilt. Ich weiß, dass ein Häftling das Wasser gebracht hat namens Ruski. Nie z tej Sali, ale inny. Der war nicht von diesem Saal. Es war aus einem anderen Saal. Das war so ein Stuben ältester, aus einem anderen Saal. Können Sie noch sagen, an welchem Krematorium Sie im Frühjahr 1944 gearbeitet hatten, die Betonplatten gelegt haben? Może Pan powiedzieć, wann das war? An welchem Krematorium? Przy którym Krematorium pracował Pan Wiosno 1940 roku przy Ukwadach? 42? 42 Wiosno. 42 Wiosno. 42 Wiosno. 42 Wiosno. An welchem Krematorium? Przy którym Krematorium, Tomasz? In Auschwitz. Nr. 1. Also im Stammlager, ja? Im Stammlager, bitte. Haben Sie irgendetwas beobachten können, dass der Angeklagte Dylewski etwas mit den Vergasungen zu tun hatte, die am folgenden Tag durchgeführt worden sind? Sie sagen, er war auch dabei. Czy miał Pan możliwość stwierdzić, czy 어차ży Dylewski odgrywa jakąś rolę przy zagazowaniach, które miały miejsce w następne dni potem? Pan mówił, że on był przy tym, ale Pan nie powiedział czy on brał udział. Ob er teil daran genommen hat, weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass am nächsten Tag Dilewski einige Male ins Krematorium gekommen ist. Haben Sie nicht gesehen, weshalb er gekommen ist oder was er dort getan hat? Nein, das habe ich nicht gesehen. Dieses Massaker in der Kiesgrube war das im Rahmen der Strafkompanie, wenn ich Sie recht verstanden habe? War das ein organisiertes Kesseltreiben der SS-Angehörigen von Angehörigen der Strafkompanie oder haben Sie nicht feststellen können, ob irgendwelche konkreten Befehle erteilt worden sind? Ich widerspreche dieser Frage, war das ein organisiertes Kesseltreiben? Das ist ein Werturteil, das ist keine Tatsache. Na, also darüber kann man sich streiten. Haben sich an diesem Massaker in erster Linie SS-Angehörige der Strafkompanie beteiligt? Moment, Herr Staatsmann, SS-Angehörige der Strafkompanie? Also SS-Angehörige der Strafkompanie? Ja, Kompanieführer der Strafkompanie oder irgendetwas ähnliches. Ach, Sie meinen also die Blockführer von der Strafkompanie? Ja. Ob sich die daran beteiligt hätten, an den Erschießungen in der Kisku? Ja, an dem Massaker in der Kisku. An dem Massaker in der Kisku. Ja, nun, also, er legt aber Wert darauf zu wissen bei dem Wert, ob das Angehörige der SS gewesen sind. Czy członkowie SS, którzy pełnili służbę przy Kampanii Karnej, czy oni brali udział w Massakrze, która miała miejsce w Żwirach? W Żwirach? Die Posten, die von außerhalb herum standen, die änderten sich, wechselten sich ab. Da konnte ich nicht sehen. Alle widziałem? Alle widziałem, że był właśnie oskarżony Delewski. Widziałem Palica. Aber ich habe dabei den Angeklagten Delewski Palic gesehen. Palic, Lagerführer Schwarz. Den Lagerführer Schwarz. Zuerst war er Obersturmführer, und dann hatte er den Arbeitseinsatz. Vorher hatte er den. Zuerst hatte er den Arbeitseinsatz, und dann war er Lagerführer in Buna. Dann war Vize auch dabei, und ein Rapportführer Vize, und eine Menge andere. Die Namen, die Sie bisher genannt haben, ist es richtig, dass das in erster Linie SS-angehörige der Schutzhaft Lagerführung waren? Ja. Czy te nazwiska, które Pan wymienił, to są przede wszystkim ludzie, którzy należeli do SS-Schutzhaftu? Ja. To była służba obozowa. Das war Lagerdienst. Ja. Waren außer Dilewski auch noch andere Angehörige der politischen Abteilung anwesend oder beteiligt? Czy oprócz Dilewskiego byli jeszcze inni członkowie Wydzialu Politycznego przy tym? Czy też przyjmowali przy tym udział? Tak. Więc ja później widziałem tych ludzi, poznałem, stykałem się z tymi ludźmi w Wydziale Politycznym. Ja. Später habe ich diese Leute in der politischen Abteilung gesehen, nie znam nazwiska. Ale nie znam nazwiska. Aber ich kenne die Namen dieser Menschen nicht. Danke. Bezüglich des angeklagten Broad haben Sie geschildert, dass im Jahr 1942 Broad mit Lachmann zusammen eine Gruppe von Häftlingen zum Block 11 brachte und dass diese Gruppe dann dort erschossen wurde. Haben Sie die Erschießung selbst beobachtet? Opowiadal Pan odnośnie oskarżonego Broada w 1942 r. Oskarżone Broad prowadził razem z Lachmannem Gruppe więźniów, która została potem rozstrzelona. Czy Pan widział te rozstrzelania osobiście? Nie. Nie widziałem, ale słyszałem strzały i później widziałem, jak zostały trupy wywożone rollwagami poza obóz i do krematorium. Nein, ich habe aber Schüsse gehört und ich habe danach gesehen, wie die Leichen auf den Rollwagen nach außerhalb des Lagers gebracht worden. Haben Sie damals unmittelbar im Anschluss an diesen Vorfall etwa von anderen Mithelflingen gehört oder erfahren, wer an der Erschießung beteiligt war? Herr Vorsitzender, das ist nämlich eine ausdrückliche Frage nach Hörensagen. Ja, ich habe hier als solche gekennzeichnet, Herr Rechtsanwahl. Ja, sicher, aber erlauben Sie mir, ich widerspreche dieser Frage, weil Hörensagen die Frage, diese Frage ist nicht gerichtet auf eine Tatsache und deswegen widerspreche ich. Doch, sie ist gerichtet auf die Tatsache, ob er damals etwas gehört hat. Herr Straßmann, will Sie die Frage nochmal formulieren? Ich habe den Zeugen gefragt, ob er damals im Anschluss an diesen Vorfall, er hat beobachtet, dass die Häftlinge hingebracht wurden und hat gesehen, dass die Leichen weggebracht wurden. Die Frage ist deshalb sehr naheliegend. Ob er also damals im Anschluss an diesen Vorfall durch andere Mithäftlinge etwas davon gehört hat, wer an den Erschießungen beteiligt war? Ja. Ob die Häftlinge, um es noch näher zu konkretisieren, ob die Häftlinge von denjenigen SS-Leuten erschossen wurden, die sie auch dorthin gebracht haben? Ja, ich meine, warum soll man die Fragen nicht zulassen? Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist doch eine Frage nach Hörensagen, Herr Rechsenwald-Laternse. Ja. Nun und? Sind die verboten? Unter gewissen Umständen auch. Ich möchte jetzt keine Ausführungen dazu machen. Ich verweise auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs im 17. Band, Seite 382. Und in dieser Entscheidung ist eben gesagt, dass Hörensagen dann als mittelbarer Beweis nicht zulässig ist, wenn sich die Frage nicht auf den gesetzlichen Tatbestand bezieht. Und es genüge nicht, wenn sie sich bezieht auf ein Beweisanzeichen. Hier in diesem Fall, die Frage richtet sich genau auf ein Beweisanzeichen. Sie ist also dann nicht zulässig. Ich möchte, die Frage ist schon, ich habe mir schon lange überlegt in dem Verfahren, ob ich mich gegen das Hörensagen nicht wenden will. Ist das jetzt die Gelegenheit, die ich jetzt mal wahrnehme? Aus diesem Grund, aus diesen grundsätzlichen Erwägungen widersprechen. Naja, werden wir die Frage später nochmal stellen. Ich habe dann in dem Zusammenhang keine weiteren Fragen. Herr Kral. Ja, bitte schön. Ich begrüße mich auf die Vernehmung der draußen stehenden Zeugen, hätte ich noch einige Fragen an den Zeugen zu stellen. Herr Zeuge, Sie hatten uns heute Morgen gesagt, dass Sie in der ersten Zeit, in der Sie als Maura tätig waren, noch zur Strafkompanie gehörten. Herr Kral. Das ist richtig. Ja. Und Sie sagten uns weiter, dass es ungefähr September gewesen sei, also September 1941, als Sie zu dem Aufbaukommando hinübergewechselt sei. Zum Neubaukommando. Herr Kral. Ist es richtig, dass Sie in diesem Neubaukommando zunächst als Maura gearbeitet haben? Ja. Das ist ziemlich lange. Ja, und wie lange ungefähr? Wie lange weniger? Vielleicht bis 42. März. Bis 1942 etwa, Januar, Februar. Was haben Sie da gearbeitet? Was haben Sie da gearbeitet? Wir haben dann die Arbeite verrichtet, die man innerhalb des Blocks verrichten konnte. Wurden Sie in diesem Neubaukommando zu irgendeinem Zeitpunkt vorarbeitet oder wurden Sie gleich kapo? Czy Pan w jakimś okresie czasu był vorarbeiterem w tej kommandie, czy Pan od razu stał się kapo? Więc mnie na Vorarbeitera zrobił Lagerführer Fritsch i Unterstupfie Grabner, ponieważ... Ich wurde zum Vorarbeiter von dem Lagerführer Fritsch und von dem Unterstupfie Grabner ernannt. I dostałem rozkaz, jeżeli nie wywiąże się z powierzonych zadań, więc pójdę z powrotem na Block 11. Und ich habe den Befehl bekommen, also wenn ich meine Aufgaben, die mir dann gegeben werden, nicht erfühle, komme ich zurück auf den Block 11. Und wann war das? I crede to było? To było w każdym wypadku, gdzieś już, prawda, w styczniu czy w lutym, na początku roku 42. Das war in jedem Fall im Januar, also am Anfang... Może wcześniej, jeszcze nie pamiętam, w każdym wypadku tych, tych, takich dokładnych... Anfang 42, vielleicht etwas früher. Może grudzień, nie... Vielleicht december. Wann wurden Sie Oberkapo? A kiedy Pan się stał Oberkapo? Gdzieś w 42 roku, kiedy został poprzedni Oberkapo, był zwolniony poprzedni Oberkapo... Irgendwann 42, als der vorhergehende Oberkapo zum Zivilisten wiederging. Zu den Zivilisten wiederging. Ja, nun war das im Sommer, oder im Frühjahr, oder im Herbst. Może to była, może to była wiosna. Może. 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 Als Sie am 18. Dezember 1942 von der politischen Abteilung verhaftet und in den Bunker gesperrt wurden, waren Sie damals Oberkapo des Neubaukommandos. Jawohl. Wtedy, kiedy Pan został rostawany, jawohl. Und als Sie, wenn ich mich richtig erinnere, war so, als Sie aus dem Bunker entlassen wurden am 23. Januar 1943, glaube ich, so ungefähr in der Zeit, da kam Sie nichts in Krankenrewir. Ja. Und danach wurden Sie dann wieder Oberkapo, oder bekamen Sie eine andere Beschäftigung? Ja. Und dann wurden Sie dann wieder Oberkapo, oder bekamen Sie eine andere Beschäftigung? Nie, leżałem długi czas w szpitalu, tam leżałem na Krankenbau, długi czas. Ich lag eine lange Zeit im Krankenbau. Wie lange ungefähr? Jak długo? Nie wiem. Dwa, albo dwa miesiące, nie pamiętam, ich weiß es nicht, zwei Monate etwa. In jedem Fall lag ich ziemlich lange in der Krankenstube. Was haben Sie dann gemacht? A następnie, ponieważ moje zwolnienie leżało już w oddziele politycznym, tak jak się dowiedziałem, ale nie można mnie było jeszcze wypuścić z obozu, ponieważ bardzo źle wyglądałem po tym całym bunkrze. Więc następnie, kiedy myśmy mieli pojść do domu już, więc ja nie mogłem pojść do domu, nie wolno mi było odjechać, tylko musiałem zostać i zatrzymano mnie do dyspozycji politycznego oddziału. Wie ich erfahren habe, lag bereits in der politischen Abteilung meine Entlassung. Ich konnte aber nicht entlassen werden aus dem Lager, weil ich, nachdem ich im Bunker war, furchtbar schlecht ausgesehen habe. Und da wurde ich nicht aus dem Lager entlassen und durfte nicht nach Hause gehen, sondern ich blieb im Lager zur Verfügung der politischen Abteilung. Und als Sie wieder gesund waren, wurden Sie entlassen. Więc później znowu leżałem w szpitalu. I kiedy pan w zdrowiu, to został pan zwolniony. I później znowu leżałem w szpitalu. Jak byłem zdrowy, zostałem zatrudniony w bauleitungu. Danach war ich ja lange Zeit wiederum krank und schließlich wurde ich dann bei der Bauleitung beschäftigt und musste jeden Tag mich bei der politischen Abteilung morgens bei Kirschner melden. Und wo wohnten Sie? Ich habe in einer Baracke gewohnt neben dem Bahnhof. Dort lebten die entlassenen Häftlinge. Das war also außerhalb der kleinen und innerhalb der großen Postenkette. Also außerhalb der großen Postenkette, neben dem Bahnhof. Ja außerhalb der kleinen Postenkette, innerhalb der großen Postenkette, neben dem Bahnhof. Als Sie in Wien verhaftet wurden, war da Wien Ihr wohnsitz? Czy wtedy, kiedy pan został zaresztowany w Wieniu, to był Wieden pana miejscem zamieszkania? Nie. Nie. Wo wohnten Sie damals? A gdzie pan wtedy mieszkał? Tam, gdzie, koło Katowic, tam gdzie mieszkałem. Nie, bei Katowic, to wo ich ja sonst im wohnen. Und da haben Sie auch gearbeitet? Nie. Nie. Ja byłem w niewoli niemiec. Ja byłem jako jeniec wojenny w niewoli. Nein. Ich war als Kriegsgefangener in der Gefangenschaft. Ja ja, ja." Ja. Ja, ja." Ja. Ja. W Wied believe. Ja. Ja, ja. wo so Zelte waren, in Nürnberg, verhört, ob ich nicht derselbe bin, weil man nach einem Krall, nach einem Aufständischen namens Krall gesucht hat. Da fragte man mich, ob ich er sei. Und dort wurden wir entlassen, es hieß nach Hause. Als ich nach Hause gekommen bin, erfuhr ich, dass es keinen Sinn für mich hat, nach Hause zu gehen, weil die Gestapo auf mich bereits wartet. Ich musste also nach einem anderen Ort, nach einer Unterkunft woanders suchen und ich bin Richtung Wien dann gefahren. Und da wurden Sie verhaftet? Und da wurde ich bei Wien, in der Nähe von Wien, bei Nickelsdorf verhaftet. Und unmittelbar nach dem Freispruch durch das Gericht wurden Sie nach Auschwitz gebracht. Und bezpośrednio, po wyroku zwalniającym Pan, bezpośrednio został deswane do Oświęcimia. Also, wir sind zwölf, vielleicht zwei Wochen, und wir haben noch ein paar Wochen nach dem Freispruch in Roslau-Länden w Wieden. Da war ein Polizist auf Roslau-Länden. Roslau-Länden. Ja. Ungefähr zwei Wochen lang nach dem Freispruch warteten wir in Wien, in Roslau-Länden, auf einen Sammeltransport nach Hause. Ungefähr zwei Wochen lang. Und wir fuhren dann über die Tschechoslowakei Richtung Katowice. Über Tschechoslowakei Richtung Katowice. Noi? Noi do Tarišmi do Šmičima. Und gekommen sind wir nach Auschwitz. Danke, keine Fragen. Herr Rechtsanwalt. Herr Kral, nochmal zu der Massentötung in der Kiesgrube, die Sie geschildert haben. Begann diese Aktion, nachdem die Levski, Palic und Schwarz und dieser vierte SS-Mann, den Sie nannten, zur Kiesgrube gekommen waren. Proszę Pana, teraz jeszcze odnośnie tego masowego zabójstwa przy Żwirowni. Czy rozpoczęło się to potem, kiedy Dylewski, Palic, Schwarz, Schwarz i Czwarty, którego nazwiska Pan nie pamięta, kiedy oni tam przyszli? Więc najpierw grupa SS-Mannów przyszła ku Żwirowni. Była pewna, mała, widzieliśmy, przeczuwaliśmy to, że jest, będzie coś nie w porządku. Była mała narada. I po jakichś dziesięciu minutach rozpoczęła się akcja. Zuerst kam die kleine Gruppe von den SS-Männern. Wir haben gespürt, dass irgendetwas jetzt anfängt. Sie haben so wie eine kleine Besprechung abgehalten und dann ging's los. To nie był jeden raz. Das war nicht nur einmal so. Nein, mich interessiert nur dieses Mal. Und Sie kamen also in geschlossener Gruppe. Das heißt, oni wszyscy przyszli razem. Sie kamen, alle zusammen. Dann habe ich eine letzte Frage zu diesem Kompleks. Sie sagten, dass an diesem Tag vier Rollwagen vor Leichen abgefahren wurden. Powiedział Pan, dass tego dnia cztery Rollwagene zostały wywiezione trupów. Do południa. Wie viele Leichen? Bis zum Vormittag. Bis zum Vormittag vier Rollwagen. Vier Rollwagen voll Leichen. Wie viele Leichen waren das nach Ihrer Schätzung auf diesen vier Rollwagen? Ile było mniej więcej panna zdaniem na tych cztery Rollwagenach. Na mojej Rollwaze, którą ja ciągnęłem, było 20 więźniów załadowanych. Na tych drugich, nie pamiętam ile. Auf diesem Rollwagen, den ich ja geschoben habe, waren 20 Leichen. Wie viele auf den anderen waren, erinnere ich mich nicht mehr. Waren die anderen drei Rollwagen etwa gleich groß, wie der Rollwagen, den Sie gefahren haben? Die drei Rollwagene waren mniej więcej tej samej Willkosti, co Pana? Ja, mniej więcej. Ja, ungefähr. Ja, weil sie so alle waren. Danke, ich habe keine Warte. Von Ihrer Seite. Herr Zeuge, haben Sie, um bei dem Rollwagen zu bleiben, diesen Rollwagen allein geschoben? Czy Pan sam jeden, żeby pozostać przy tej tarczy, przy tym Rollwagenzie, czy Pan sam jeden wyciągnął? Jedną Rollwagen zależy ciągło 15-20 więźniów, zależy ile siły było do tych więźni. W tym wypadku może nas ciągło około 20 więźniów. Also, so ein Rollwagen wurde von 15 bis 20 Häftlingen, je nachdem, gezogen. In diesem Fall, war meine Frage, wie viel in dem bestimmten Fall, habe ich mir erlaubt, sagte, es waren etwa 20 Häftlinge, die da waren. Können Sie einen Namen nennen, der dabei beteiligt war, von Ihren Mithäftlingen? Podać nazwisko jednego, chociażby, z tych więźniów, które razem z Panem ciągnął, w tym wypadku Rollwagen? Więc, mogę podać więźnia Le Voda. Le Voda. Le Voda. Le Voda. Le Voda. Doch, ich kann den Namen eines Häftlings nennen, er heißt Le Voda. Liebt der Zeuge noch? Schon żyje jeszcze? Ja nie wiem, co z nim jest, więc... Ich weiß es nicht. Bitte? Ich weiß es nicht. Und Milak Jendrek. Milak Jendrek. Lebt dieser Zeuge? Czy on żyje? Wahrscheinlich żyje gdzieś... Wahrscheinlich lebt er... ...in Warszawie. ...in Warszaw. In Warszaw. Jendrek. Jendrek. Jendrek ist ein Vorname, das ist eine Abkürzung, wie hier in Frankfurt George gesagt wird. Das kommt von Georg. Milak ist Nachname. Milak. Michael Ida Ludwig Anton Kaufmann. Ist der Zeuge, als er in Wien verhaftet worden war, nach seinem Freispruch über die Tschechei, unmittelbar nach Auschwitz, Krakau, Auschwitz gekommen, wie er eben geschildert hat, oder ist er vorher noch in einem anderen lager gewesen? Czy po zwolnieniu Pana w Wieniu, przyjechał Pan przez Czechosłowację do Oświęcimia bezpośrednio, czy Pan przedtem jeszcze był w jakimś obozie? Tylko na Roslau-Lende kilka dni i później bezpośrednio do kompanii karni. Nur im Roslau-Lende na einige Zeit lang und dann unmittelbar in die Strafkompanie. In Sachsenhausen war der Zeuge nie. Czy Pan nigdy nie był w Sachsenhausen? Nein, niemals. Herr Zeuge, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie geschildert, dass Häftlinge in einer grube ertränkt worden sind? Das war am letzten Freitag. Tak, wie Pana zrozumiałem, podczas Pana ostatniego zeznania w piątek powiedział Pan, dass Häftlinge utonęli w dole, w pełnej wody. Tak? Tak. Utopieni zostały. Sie wurden ertränkt. Ist es richtig, dass in Auschwitz der Wasserspiegel der Sola 18 Meter tiefer lag als das Lagerterren? Ist ihm das bekannt? Czy znanym Panu jest, że poziom wody w rzece Soli był 18 metrów niżej od poziomu Oświęcimia? Das ist überhaupt nicht wahr, weil der Fluss ja ungefähr 200 Meter vom Lager, 300 Meter vom Lager vorbei fließt. Und das ist unmöglich, dass es so eine Erhöhung ist. Das Gelände ist ja sehr flach. Ja, weiß er es oder weiß er es nicht? Aus der Tatsache, dass der Fluss 200 bis 300 Meter vorbei fließt, daraus ergibt sich nicht, ob er meine Frage beantworten kann. Das hat er nicht gesagt, das interpretieren Sie immer. Ich habe gefragt, ob der Wasserspiegel der Sola 18 Meter unter dem Lagerterren lag. Ich sage es noch einmal. Ich sage es noch einmal. Ich sage es noch einmal. Ich sage es noch nicht. Ich sage es noch nicht. Ich sage es noch nicht. Ja. Sie sind doch nach Ihren eigenen Angaben Baumeister. Ist Ihnen die Bodenbeschaffenheit bei Ihren Arbeiten in Auschwitz? Ich sage es noch einmal. Ich sage es noch einmal. Ich sage es noch nicht. Ich sage es noch nicht, was für ein Boden war. Ich sage es noch nicht. dass dort ein Zwerger musste. Und das Zwerger war ein Terrain von der Woden. Der Zwerger war ein Zwerger. Ich habe heute Analyse nicht gemacht. Ich kann nur sagen, dass... Dadurch schon alleine, dass ein Fluss daneben floss und dass eine Kiesgrube unmittelbar hinter der Küche sich befand. Daraus schon ergibt sich, dass dort im Grund in der Erde sehr viel Kies war. Das ist eine Kieserde war. Ich habe aber nicht analysiert. Und ich habe auch nicht weiter geprüft. Gdzie jaka Ziemia sich znajdowała? Was für Erde wo sich befand? Stand in der Kiesgrube Wasser. Czy w Żwirowni była woda? Das hing davon ab, wie das Wasserspiegel von Sola war zu diesem Zeitpunkt. An bestimmten Tagen war in der Kiesgrube ebenfalls Wasser. Gut. Ich halte dem Zeugen vor, dass nach meinen Informationen in Auschwitz nie Wasser in Kiesgruben oder Löschteichen vorhanden war, eben weil der Wasserspiegel der Sola 18 Meter unter Lagerterrain lag und weil die Bodenbeschaffenheit eine feste Kiesschicht war. Ich halte das, dass wir wissen, dass in der Kiesgrube Wasser in der Kiesgrube Wasser nicht mehr Wasser in der Kiesgrube war, weil der Kiesgrube Wasser nicht mehr Wasser war, was von der Kiesgrube Wasser? Auschwitz ist überhaupt ein feuchtes Gelände, genau wie Birkenau, ist feuchte. Eine letzte Frage. Können Sie sich daran erinnern, welchen Dienstgrad der Angeklagte Dielewski zur Zeit der Akktion Kiesgruppe hatte? Können Sie sich daran erinnern, welchen Dienstgrad der Angeklagte Dielewski in der Akktion Kiesgruppe hatte? In jedem Fall war er unterofficier. Keine weiteren Fragen mehr, auch nicht. Bitte sehr. Ich möchte zu den Entschuldigungen gegen mich eine Erklärung abgeben. Ich möchte aber vorher noch eine Frage stellen. Als der Zeuge zum Neubau-Komando kam, hat er da Block 11 verlassen? Czy wtedy, kiedy Pan przyszedł do Kommandys Neubau, czy opuścił Pan wówczas Block 11? Więc jest, więc w ten czas wybrano zgłosiu, jak jeżeli się nas zapytano, kto jest zawodu budowlannego i nas wybrano, jako Fachowców zdaliśmy Examen, zostaliśmy później przełożeni na Block 9a do Blockowego Pnioka Alojza. Damals, als wir uns melden sollten, als Fachleute, und wir uns gemeldet haben und ihre Prüfungen bestanden haben, kamen wir auf den Block 9a, zu dem Block ältesten Pnioka Alojza. Wann war das dann ungefähr? Kiedy to było mnie więcej? To już było jesienią mnie więcej czterdzieści jeden. Das war im Herbst ungefähr 41. Jesienią czterdzieści jeden. Herbst 41. Der vorgang in dem Block elf, der sich dort abgespielt haben, soll mit dem Sport machen, war der am Anfang seines Aufenthalts in Block elf, in der Mitte oder am Ende. Czy ten wypadek, który Pan opisuje, że miał miejsce na sali w Blocku 11, czy to było na początku, w środku, czy na końcu Pana pobytu na tym Blocku? Wiem, że był mniej więcej czasokres, nie wiem, czy w środku, w każdym razie nie na zaraz na początku, tylko gdzieś w środku czasu, i było bardzo gorąco w tym dniu. Więc dokładnie sobie nie przypominam, który to był tysięcy... Ich kann mich nicht genau erinnern, der Anfang war das auf jeden Fall nicht, das war ungefähr in der Mitte, es war sehr heiß an diesem Tag. Er hatte schon mal gesagt, Sommer 41, ich wollte das nur noch mal genauer wissen. Ich selbst bin zwar der Überzeugung, dass ich erst Oktober, November 41 zur politischen Abteilung kam, aber mir wurde vorgehalten bei der Vernehmung zur Sache, dass aus einem Aktenstück, Herr Staatsanwalt Vogel hatte mir das vorgehalten, dass ich am 1. September 41 erst zur politischen Abteilung kam. Dann liegt beim Gericht ein Brief von mir vor, datiert vom 7. September, in dem ich schreibe an meine Kameradschaft in Danzig, dass ich wegen einer Nervenerkrankung krank lag und im Augenblick, also am 7. September, einen zweiwöchigen Urlaub, Erholungsurlaub verbringe. Wenn das stimmt, was Herr Staatsanwalt Vogel mir vorgehalten hat, wenn ich am 1. September überhaupt erst zur politischen Abteilung gekommen bin, dann bin ich ja zunächst mal nur Schreiber und Dolmetscher gewesen von Herrn Wosnitzer. In den Bunker bin ich allenfalls ein halbes Jahr später erstmalig gekommen. Genauso hat sich der Vorgang Kieskobe ja im Sommer zu derselben Zeit, soll er sich abgespielt haben. Wenn ich am 1. September erst zur politischen Abteilung kam, kann ich gar nicht dabei gewesen sein. Außerdem bin ich Unteroffizier erst im Frühjahr 1942 geworden. Spannend, dass du mehr? Noch eine Frage, die jetzt aufkommt. Der Zeuge hat, nach meiner Erinnerung, am ersten Tag seiner Vernehmung gesagt, als er zur politischen Abteilung im december 1942 gebracht wurde, ende december 1942, da waren im Zimmer Wosnitzer, Grabner, Kirchner, Boga und Ilewski. Städtet ihr das? Bleibt ihr dabei? Pan powiedział, podczas swojego przesłuchania w piątek, na początku zeznania, że w grudniu 1942 roku, kiedy Pan został przeprowadzony na przesłuchanie do Wydziału Politycznego, że w pokoju znajdowała się Woźnica, Grabner, Boger, Kirchner, Ilewski. Czy Pan pozostaje jeszcze przy tym twierdzeniu? Ta Sylwetka, mnie w oddziale politycznym właśnie w tymczas zauważyłem, że to jest ten SS-man. Ich habe eben damals diese Gestalt bei der politischen Abteilung bemerkt. Ja, że to jest ta Sylwetka, która tutaj właśnie na Sali dzisiaj jest i to był Dylewski. 드� offline, co nasиру�atrzyłem Pisałom i to było Jłyszy z N tetem do Ciebie confrooms, do około roku 1943 roku. auf einem Stuttienurlaub war, also nicht in Auschwitz war. Poddaje Pana do wiadomości, że od początku grudnia 42. roku do początku wiosny 43. roku Oskarzony Dylewski nie znajdował się w obozie, tylko na urlopie dla studiów i jego wcale tam nie było. Nie wiem, ja to nie mogę stwierdzić, gdzie on się znajdował w tym czasie. Nie, das weiß ich nicht. Ich kann nicht feststellen, wo er sich zu dieser Zeit befand. Auf jeden Fall, seine Gestalt habe ich damals in Auschwitz gesucht. Er bleibt dabei. Die Pantolistei. Danke. Ja. Das bitte ich nach 2073 zu portokollieren, weil ich auch auch gewählt habe. Das hat übrigens Kind Gericht gemerkt. Meine Herren, sind sonst noch Fragen zu stellen? Keine Fragen mehr. Sollte es ja eh die von der Verteidigung angekündigten Zeugen vernommen werden, möchte ich gerne noch ein paar Fragen stellen. Aber nur, wenn zu dem Sachverhalt, den der Zeuge hier bekundet hat, nichts weiter zu fragen ist. Nein, nein. Es soll jetzt gesprochen werden über das, was die Verteidigung hier beweisen will. Dann möchte ich zunächst den Angeklagten Boger fragen, ob er den vorhin hier vorgetretenen Zeugen Kauer wiedererkannt hat. Ich habe den Zeugen Kauer überhaupt noch nicht gesehen. Können Sie sich auch nicht an den Namen erinnern? Die Namen können wieder erinnern. War der Häftling Kauer bei der politischen Abteilung so etwas wie ein Spitzel? Ich bitte das Wort nicht zu genau zu nehmen. Hat er für die politische Abteilung irgendwelche Auskünfte erteilt oder dergleichen? Hat er keine Auskünfte erteilt, hat er gesagt, er hat nur Skizzen angefertigt und Fluchtangelegenheiten. In Fluchtangelegenheiten, Skizzen angefertigt. Ist Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit, die Sie in der politischen Abteilung auszuüben hatten, die sogenannte Bandera-Gruppe bekannt geworden? Ja. Würden Sie bitte dem Gericht erzählen, was Sie darüber wissen? Ich möchte darüber keine Angaben in diesem Zusammenhang machen. In diesem Stadium nicht. Warum wollen Sie uns darüber nachdenken? Auch darüber nicht. Sie wissen also darüber und möchten keine Angaben machen? In diesem Stadium nicht. In diesem Stadium nicht. Gut. Dann möchte ich den Angeklagten stark an den Angeklagten stark folgende Frage stellen. Können Sie sich daran erinnern, dass die Bandera-Gruppe aus dem Gefängnis in Fertag... Nein, ist mir kein Begriff. Bandera-Gruppe ist mir kein Begriff. Ist Ihnen kein Begriff? Nein. Können Sie sich an einen SS-Uniform erinnern, der eine schwarze SS-Uniform trug? Nein. Warten Sie doch bitte mal einen Moment. Und der den Namen Malotke oder so ähnlich hatte? Nein. Ich kenne keinen Unterführer in einer schwarzen Uniform. Ich möchte Ihnen vorhalten, dass nach unserem Wissen die Bandera-Gruppe möglicherweise in zwei Gruppen aus dem Gefängnis in Krakau nach Auschwitz gebracht wurde und dass speziell Sie sich von der politischen Abteilung aus, aufgrund der Aufgaben, die Sie hatten, mit dieser Gruppe bei der Einlieferung zu befassen hatten. Können Sie sich daran erinnern? Nein. Können Sie sich daran erinnern, dass aus der Bandera-Gruppe, nachdem sie im Lager war, Beschwerden kamen? Ich war in der Aufnahmeabteilung. Ja. Für mich kamen keine Beschwerden. Gut. Können Sie sich daran erinnern, dass eine, wenn Sie sich also schon nicht daran erinnern können, dass das Ukrainer waren? Sie wissen, was damit gemeint ist mit Bandera-Gruppe oder wissen Sie das gar nicht? Nein, das ist mir kein Begriff. Ist Ihnen auch nach dem Krieg nicht bekannt geworden, dass es da eine Gruppe gab, eine ukrainische Gruppe in Auschwitz? Nein. Wissen Sie bis heute nicht. Gut. Dann will ich so fragen, können Sie sich daran erinnern, ob im Block 11 es Schwierigkeiten gegeben hat zwischen den Häftlingen und dass Ihnen das bekannt geworden ist? Und dass daraufhin veranlasst wurde, dass eine bestimmte Gruppe von Häftlingen in anderen Arbeitskommandos untergebracht wird? Können Sie sich daran erinnern? Im Augenblick nicht. Ich glaube aber kaum. Ja, was glauben Sie kaum, dass Sie sich noch einmal daran erinnern können oder ob Sie, haben Sie überhaupt aufgrund Ihrer Stellung da eine gewisse Übersicht gehabt, was da in Block 11 untergebracht war, im Paterre damals? Ich war doch in der Aufnahmeabteilung. Ja, es ließ sich ja vorstellen, dass von der Aufnahmeabteilung aus die Häftlinge in Empfang genommen und dann untergebracht wurden im Stammlager und es ließ es sich vorstellen, dass Sie da Bescheid wussten, wo die hinkamen ins Stammlager. Ja, ich habe Nummern ausgegeben, Zugangslisten geschrieben und damit war der Fall für mich erledigt. Wo die nachher hinkamen, entzog sich meine Kenntnis. Nun gut, also Sie sagen, Sie können sich nicht daran erinnern, dass Sie Beschwerden bekommen haben, dass sich die Häftlinge in Block 11 nicht vertrugen und dass dann eine bestimmte Gruppe von Häftlingen in andere Arbeitskommandos gebracht wird? Nein. Können Sie sich nicht daran erinnern? Gut, ich habe dann weitergekommen. Ja. Dann bitte ich zunächst einmal diesen Magister, wie soll er heißen? Können wir alle aufrufen, Sie gemeinsam belehren. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Vorsitzender, ehe die Zeugen vernommen werden, bitte ich also um Folgendes zu entschuldigen. Wir haben hier keinen schriftlichen Beweisantrag. Ich würde daher darum bitten, nachzusehen, ob dieser Beweisantrag so spezifiziert ist, ob die Zeugen sagen, wann das geschehen sein soll. Also der Beweisantrag lautet, die Zeugen sollen über folgendes Beweisthema gehört werden. A. Der Zeuge Kral war in Auschwitz als Funktionshäftling Oberkapo im Kommando Neubau tätig. Darüber brauchen wir keinen Beweis zu heben, das steht ja fest. B. Der Zeuge Kral hat in seiner Eigenschaft als Oberkapo Häftlinge schwer misshandelt. Insbesondere hat er die beiden Brüder, B. Vassil und Dr. Oleg Bandera, Brüder des auf Veranlassung des sowjetischen Geheimdienstes ermordeten Stephan Bandera im Juni 1942, so schwer misshandelt, dass diese an den Folgen verstorben sind. Also im Juni 1942. B. Aber ob die Zeugen das selbst gesehen haben oder nur vom Hörensagen wissen, dass... B. Ich meine, dass bei mir nicht nur vom Hörensagen... B. Herr Rechter, weil gerade Sie verwahren sich doch immer mit so großer Entschiedenheit gegen Vernehmung von Zeugen vom Hörensagen. B. Herr Vorsitzender, lassen Sie mich nur einen Satz sagen. Das habe ich eben zum ersten Mal getan und ich bin grundsätzlich gegen Hörensagen. Und wir gehen davon aus, dass es nicht Hörensagen ist. B. Nun, ja, wir werden es ja erfahren. Dann rufen Sie mal die Zeugen rein. B. Vielleicht Zeuge gerade so etwas mehr. B. Ja, Zeuge gerade bitte nehmen Sie mal da hinten Platz. B. Ich wahrscheinlich auch. B. Bitte? B. Ich wahrscheinlich auch, weil Sie nicht sprechen. B. Ja, das wissen wir nicht, ob die Zeugen Deutsch sprechen. B. Ja, Ukrainisch kann ich nicht. B. Ja.